Oh, schon wieder kaputt. Ja, nix. Jetzt müsste ich wieder da... Hey, warum? Das ist neuerdings ganz oft so. Geh mal weg, Katze. Boah, die Leute, Alter, wie böse die im Chat sind. Mainboard kaputt. Und der PC ist abgeraucht. Mainboard weg. Neuerdings ist das immer so, wenn ich anfange zu streamen, dann bin ich am Anfang das Internet total verk... total abkackt. Hallo, kann man mich wieder hören? Hallo? Hey, 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 oh, hab ich mich erschrocken. Ja, Zombies, grüße. Boah, warum? Grüße. Check. Ich blute ja. Hast du nichts zum Hauen? Warum blute ich denn? Weil du wahrscheinlich irgendwo rübergeklettert bist oder so. Ich hab nichts gemacht. V8, wie zu gut. Oh, ne Angelrute. Irgendwie gemein, die alle im Chat sind. Sind die auch. Immer böse. Niemand glaubt dir das, ne? Alle denken, die sind nett. Ähm, wer lockt da gerade 20 Zombies an? Grüße. Oh mein Gott. Ne, das ist ein anderer da drüben. Das ist Mila. Was? Oder bist du bescheuert, Mann? Was machst du schon wieder? Irgendwer ist immer in das Rekord reingelaufen mit Zombies am Arsch. Ja, das bin ich. Warum wie auch immer mir hinterher rennen. Ja, weil du ne Nähe warst. Der war schuld. Ich hasse mein Leben. So, jetzt erstmal Zombieshops nehmen. Ja. Jürgen, die sind ja am Bluten. Ich werd mal wieder allein gelassen von all meinen Freunden. Wie immer. Ich steh hier oben auf dem Dach mit so 20 Zombies. Ist das okay? Wer ist denn das hier mit den Helms? Oh mein Gott. Helms, glaube ich, Mila. Oh mein Gott. Ich komm zu dir. Ich bring auch Zombies mit. Ich bring Freunde mit. Halt's Maul, Junge. Oh mein Gott. Mahlzeit. Die kommen von oben, ne? Oh. Ja. Ah, nein. Ich glitsche. Aua. Oh. 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 Du Arsch. Hau rein, Junge. Hier ist ein Generator. Fuck, das steht in der Maut. Ah, ich weiß, wo du bist. Ich komm zu dir. Du hast nämlich Zombie-Agro. Junge, wer war denn hier schon drin? Pssst. Ach, hier ist jemand. Wie heißt die Stadt Mila? Wo wir hier sind. Schmeckt der Apfel? Ich hab vergessen, dass Dienstag ist. Trottle. Ihr seid Trottle. Du bist ein Trottle. Voll Trottle. Junge, was macht der für ein Abflug? Boah, bei Twitch ist schon wieder die Bitrate runter, aber bei OBS ist alles in Ordnung. Irgendwas stimmt mit dem Internet nicht über die Feiertage. So viele Leute im Internet. Irgendwie bricht die immer zusammen, ich weiß auch nicht warum. Du, halt die Klappe. Einfach rum. Weil du nicht mal weißt, wie ein Toaster angeht. Boah, was sagt der da? Bei euch, ja, solange alles flüssig, läuft es gut. Mila. Ja, bitte? Oh, Mila. Ja, bitte? Komm schnell her. Och Mann. Ich hab'n... Wo bist du? Komm schnell. Wo bist du? Ich bin hier vorne. Ich hab'n Weep-Rucksack gefunden. Du kannst meinen alten haben. Oh. Na, ich will den Weep doch nicht. Ich will den weißen. Du kannst den Anime-Rucksack haben. Der ist hübsch. Der passt zu deinen Zähnen. Oh, hä? Ah. Würde ich nur warnen, ich hab'n... Doch nicht. Komm, Mila. Ja. Lass uns hin. Wo gehen wir hin? Komm, wir cringen da vorne in der Werkstatt. Ich zeig' dir meinen Hammer. Mit dir nicht Sachen... Oh. Oh. Was für'n Agro haben die denn, Junge? Willst du mich prellen? Was hast du mit den Zombies gemacht, Alter? Die sind geil. Boah, der hat einen Schlag vor mir bekommen, ne? Ich nehm' den mal mit. Hier ist nix. Ich hörte doch schon wieder ein Laufen. Ja, du bist bei mir drin. Hier, komm her, ich hab' Rucksack für dich gefilgt. Ich hab' auch Rucksack. Ja, aber was für einen hast du? Äh, Wandererrucksack. Was ist ein Wandererrucksack? Ich hab' besser. 80 Platz hat meinen. Ja, dann küsst du dich. Ja, der hat direkt durchgespielt, ey. Können wir uns bitte wieder treffen? Ich hab... Wo seid ihr? Hallo, ist hier ein Rucksack? Komm, ich hab' Waffe, ich kann mich geschützt. Wer spielt hier Sounds Up vom Handy? Ähm, das war mein... Ich hab' ne Nachricht... Ich mach' leise, okay? Wo bist du, Chris? Ich bin hier mit Mila. Ja, wenn du zurückkommst, kann ich dir einen Rucksack zeigen. Noch so einen, den ich hab. Dann hast du auch einen 80er Rucksack. Nein, ich hab' einen weiß, der gefällt mir. Ja, ich hab' auch einen weißen. Nee, hast du nicht. Wo bist du? Oh, ich komm' den holen. Bin hier vorne bei so einer Werkstatt oder so. Ja, das ist huge. Boah, ich hab' Bock auf der C gerade. X-Meat, wir machen den... Der Nick hat den Server hier gemacht. Wir haben hier so krasse Monstre mit den Zombies und so'n Chat. Und Schneesturm und so'ne Kacke. Wir stellen das alles ein und dann machen wir den Public. Dann machen wir hier so'ne Art, ähm... PvE-Scheiße. Ja, semi-Public, ne? Oder PvP, so. Äh, PvP, PvP. Ja. Ist der besser? Nick, wo bist du? Ich hab' dir den Rucksack jetzt in meiner Hand. Äh, ich seh' den Neubau. Weißt du, dieses Industrie-Neubau-Dingen. Hier direkt daneben. Wo dieser Schornstein ist? Nee, wo der Kran direkt daneben ist. Der gelbe Kran? Der schützt dich auch. Ja, lauf' mal weiter Richtung, äh, rein da, Richtung diesen Hafen. Ui. Ich hab' zwei Zombies hinter mir. Äh, aber der ist sich gefroren. Kann ja aber nicht töten, weil ich... Ja, warte, ich töte mal eben nen Zombie und dann geh ich zu dir. Ja, Lala, warte. Wo seid ihr denn alle? Mila, wo bist du hingerannt? Ähm, hier. Hallo. Lauf' da? Ich bin hinter jemanden. Nee, ohne Kill-On-Zeit. Oh, fuck. Wir machen das auch mit Whitelist und so'n Shit. Ich hab' richtig viele Zombies gepultet, ne? Also ohne Bewerbung oder so, aber wir gucken, wer draufkommen möchte. Hallo, hey, warte. Du warte zum Hafen, sagst du? Ich, ich seh' dich, da hab' ich dich laufen sehen, glaub' ich. Ja, ja, ich bin hinter dir. Hi. Ich hab' aber Zombies gepultet, einer ist hinter mir. Mila, komm. Ja. Wir bleiben zusammen. Ja. Ich dropp' den Rucksack hier. Nee, ohne nicht Hallo-Sang erschießen, sondern so ein bisschen. Meine, keine Ahnung, wo müssen wir gucken. Du bist da kommen. Ja, ja. Hinter uns, hinter uns. Ja, ich schretz mich hier gerade durch. Oh. Ich hätte überzaunen, da kommen die nicht drüber. Boah, Junge, Alter, wie viel hast du gepultet? Da hinten ist ein Zombie. Ja, da sind schöne Schuhe für dich. Guck mal. In deiner Farbe. Ja, die sind nur nicht. Oh. Ey, was machst du? Ach, du schnetzelst da. Ja, du bist ein Arsch. Ja. Dreh dich um, dreh dich um, hinter dir. Gib ihm. Komm, wir gehen nach vorne in die Lagerhalle. Jawohl. Nice gemacht. Aber das ist ein Zombie. Ja, ich verklopp den doch. Du kannst auch mal was verkloppen mit deiner Bratpfanne. Los jetzt, hin da. Die kann gar nichts, die Pfanne. Bitte. Geh jetzt da hin. Das Schwinde. Hau den. Nee, du. Ich hab gleich einen Skin genommen, der verbacktet mich. Du bist so ein Schisser, ne? Hauptsache, ich hab's gerade schon mit der Pfanne gekillt. Guck mal hier, warte. Guck mal, der hat doch gar nichts. Der ist in Farbe gefallen, der Idiot. Meine Haare gucken wir schon mit zu raus. Hier ist eine Autobatterie. Nö, tun sie nicht. Brauchen wir nicht. Doch. Nein. Oben links. Da haben wir Grafik hoch. Noch nicht. Ah, wow. Ja, okay. Ich hoffe, dass das beim Balaclava nicht so ist. Ich gucke nicht auf dem. Ich gucke nicht auf dem. Ich gucke nicht auf dem. Du hast eine Bratwaffe, wo den rennst du, Alter? Verklopp ihn. Komm hier nicht durch. Der kommt zu dir, ne? Warum kann ich hier nicht klettern? Ja, komm, ich verhau den. Ja. Angsthase. Zwei Zombies. Ja, das hast du davon, du Loser. Hättchen. Stipp, du Idiot. Aua. Da ist noch einer. Da vorne. Alter, das war knapp. Ja, ich drehe mich direkt um. Komm, lass du den anderen. Wo ist Lucky? Ja, wo sind die alle? Man, gerade sind wir zusammengelaufen. Seid ihr weiter in Richtung Stadt Händler? Ich verpasst ihr wieder. Ich kann nichts volllesen, Alter. Absolute Hektik. Komm her, keine Angst vor dem. Auf beiden Seiten, Zombies. Lauf. Der ist nur in Farbe gefallen. Ui. Los, haut zu, Mila. Ja, fick ihn mit deiner Pfanne. Seid ihr bei Schornstein? Oder wie war das? Warum sind die denn so komisch weiß? Oder sind das Schnee-Zombies? Das sind Schnee-Zombies. Die haben jetzt auch verschiedene Clothing-Variants und so. Wo seid ihr denn? Meine Pfanne ist weak. Genauso wie ich. Ui. Aber wo seid ihr? Oh, Nicky, ich hab Hunger, Alter. Wir sind an dem Klavierhaus. Links, am Hafen. Ich hab auch nicht Hunger. Ich hab richtig Hunger. Komm, 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 komm. Da kommen immer mehr. Äh, ich hab Essen für dich. Oh, da mit den Zombies ist richtig geil, ne? Komm her. Bam. Weil bei mir ist schon rot. Ja, komm her, komm her. Hier auf Boden, schnell, bevor das einfriert. Oh, Akkabi, du, Beach. Die Pfanne kann einfach nicht aus. Komm her, komm her. Komm her. Lass meine Prinzessin in Ruhe. Wo seid ihr? Wir laufen jetzt weiter die Schiene entlang der Stadt. Flavierhaus, Hafen. Okay, okay. Jo, jo, jo. Schneezäume sind Schnombies. Boah, das Haus war auch immer gut. Da hab ich ne Junkie-Pack-Brille gefunden. Wie ein Gürtel. Geil. Kein Essen? Mahlzeit, Mahlzeit. Warte, ist schon Militär-Haltag, wenn die ausseht? Hier ist nix drin. Ne, warum? Alter. Kratzu. Auf, meine ich. Mach's auf. Ich hau. Ich hau gleich, ne? Hallo. Hier bin ich. Oh, der Lackier hat den Dings gefunden. Jo, was ist mit ihm denn? Ich geh ab. Ich hol das auf. Oh, voll heiß aus. Er ist Sith Lord gewohnt einfach. Okay, können wir jetzt uns durchschlagen, bitte? Ja, ich hab Hunger. Ganz schön dolle. Ich sterbe schon. Nick, wie war das? Tret dich wirklich Hunger? Bitte? Hed ich um, Nick. Ich hab was für dich. Für mich? Ich hab grad nicht gecheckt, ob ich da Munition drin habe. Ich hätte sich auch schießen können. Oh! Ich hab Hunger. Geh mit. 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 Schnell davon hin, das Military Loot. So, wir haben die besten Rucksäcke, ne Nick? Ja, wir haben einfach durchgespielt. Ich werd jetzt einfach ausloggen. Oh, ich hab ne Weste gefunden. Hast du gar nicht. Hab ich wohl. Meiner ist auch pristine. Ja, den hab ich nämlich getragen. Haben wir auch die Anomalien drauf? Weiß ich nicht, was der Nick alles drauf gemacht hat. Ähm, ne, die Anomalien gehen nicht, die sind hier verpackt. Wiese Zombie-Dinger? Äh, ne, die Anomalien sind diese EMP-Schläge. Achso. Äh, die funktionieren hier nicht, weil das, äh, geht nur auf einem Mars. Aber Zombiehorn haben wir, ne? Ja, Zombiehorn. Lass mich kurz vorlesen, sonst verpasst ich wieder alles. Die sind aber ultra selten. Äh, Funeros, danke für den WeSum im 32. Danni Punch, danke für den Prime im 13. Totti, danke für den Prime im 5. Lucy, danke für den WeSum im 27. Du stinkst, spielen wir mehr League of Legends AP oder so? Nö. Warum spielen wir nicht normal? Lpk 24, weil du glaubst du klein bist. Da bist du zu schnell rüber. Zavion, danke für den Prime 7. Nina Törtel, danke für den Prime 5. Und Felix, danke für den Resub im 5. Aber wir haben gestern ein bisschen gezockt. Ja. So auf Dodge-Basis und ich bin gerade am verhungern. Miese Brise, Alter. Komm zu mir, ich geb dir Essen. Aber ich fand die, wir fanden die Map einfach viel zu klein. So ist halt mega langweilig. Hast du Essen? Wer ist das da vorne? Äh, ja. Und ich bin wieder krank. Mach die auf. Mein ganzes Essen ist gefroren. Ah, warte, ich hab nur getrocknete Äpfel. Ich butter mir hier einfach rein. Ja, nehm das noch. Okay. So ein Spaghetti. Gott, die sind überall zu Hause. Wie ist der mit Angst vor dem? Der Fleischbeck ist ausgerissen rum. Guck mal, was ich anhab. Ja, zieh dir doch mal ne Hose an, du Idiot. Zieh nur mal an. Warte. Ich kotze gleich wieder. Ich hab mir die ganze Dose reingekloppt. Mach ruhig. Ich hab Helm auf. Irgendwie nur könntest du es ankotzen. Ich bin im Spiel krank. Hallo, warum ärgert ihr jetzt wieder? Mich ärgert das jetzt schon, dass meine Haare bei den Mützen durchgucken, ne? Das ist aber der Charakter, den du gewählt hast. Ja. Aber ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Das Spiel ist ein Jahr alt. Ich glaube, Ficky mit der Schippe. Los. Ja. Aber die sehen so gut. Aua. Schlag doch nicht zurück. Au. Blutle. Schön macht ihr das. Ich hab zugeguckt. Keine Ahnung, warum ich schon wieder krank bin. Das ist mein... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo ist Mila? Ähm. Mila weg. Ich hab aber Hunger. Mila ist links langgelaufen. Wir sollten glaube ich auch links langgelaufen. Ja. Da kommt noch ein Zombie. Ich verhungere auch. Ich sterbe. Nein Mila, nicht sterben. Ich bin in so einer Lagerhalle. Ah, ich glaube ich weiß in welcher. Du hast Zombie-Agro. Okay. Mhm. Ja da ist ein Zombie direkt an deiner Wand dran. Okay. Wie viele Zombies da sind. Ja da ist... Ja da vorne. Ja ja. Da ist Mila drin übrigens. Ich sieh auch ganz genau, an welcher Wand Mila steht. Weil alle Zombies davor stehen. Bruder. Wie viele Zomb... Ja ich bin ja kältet, Mann. Ich bin auf mich zu, du Idiot. Geh weg. Aua. Aua. Juhu. Du kommst ja von hinten rein. Aua. Das war jetzt aber ein bisschen zweideutig. Ich bin zweideutig. Aua. Oh was? Einschlag. Ich war tot. Geh. Du hast Mila. Wir müssen... Oh, die sind auch neu. Hier komm her, warte. Warte hier ne Dose auf. Bruder, wir sind fünf Minuten am Server. Klar, boah, ich spiele mal Kleidung. Aber... You said Geeks. Bitte schön. Danke schön. Wir sind am Arsch, Alter. Wir sind einfach nur am Arsch. Jungen, hört ihr das an? Wir haben Geeks. Soll ich meine Tür aufmachen? Ich mach die Tür auf. Nein. Doch, wir können die Outplayen. Lauft. Was machst du? Ich kann nicht laufen. Ich humpel. Wieso humpelst du? Wir sind seit einer halben Stunde am Zocken, Alter. Alles ist schon tot. Komm. Mila, du musst überleben. Ist hier irgendwo ein Military? Wir müssen auch nach... Nein, kommt gleich erst irgendwann. Wieso humpelst du? Sag der nach Military. So alle Verletzungen, halber verrecken. Ich bin nach dem Verrecken, Junge. Gibt's da ein Military, Leute? Ja, mir geht's wunderbar. Oh, der kann so... Ich bin 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 so... Apfel... Ich bin... Ich bin so... 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 Ich bin... Ich bin so... 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 Oh nein, Alter... Das sieht gut aus... Das sieht muckelig aus... Ich möchte gerne weiße Klamotten... Tausche gegen alles andere... Ich glaube, wir wollen alle weiße Klamotten... Tagsam... Tagsam... Habt ihr noch Platz für mich? Nö... Noch hier... Bitte? Ich muss auch alles auffrieren... Ich habe zwei Pepsis zweimal essen... Eigentlich brauche ich die Säge doch nicht... Muss ich mit wem mein Essen teilen? Hat noch irgendwie richtig Hunger oder? Wie die Ansicht an der Putzhaltestelle... Dass wir auf den Boden spucken... Gegen Müllton treten... Es wäre halt nicht schlecht, wenn wir in nächster Zeit... Irgendwie an der Krankenstation Dings vorbeikommen oder so, ne? Denk dann letztes Mal... Wir brauchen Medikamente... Ja... Richtig... Und äh... Achso, ich bin gesund... Bei der Mod ist das auch so von... Von dieser einen Map von gestern da... Je weiter du inland gehst, je weiter du höher gehst, so... Umso kälter wird das, umso schwieriger wird das alles, ne? Und wir sind am Strand und wir verreckt schon... Ähm... Ganz kurz, ne? Mein Essen ist jetzt auf rot, aber drei Pfeile nach oben... Kann ich weiter essen, oder? Alles gut... Ja, warte erstmal... Ich warte auch... Erstmal... Mahlzeit... 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 Ja, heute ist tatsächlich Dienstag, Mann... Egal... Wer hätt's gedacht... Ist eigentlich alles erledigt für Silvester und so... Machen wir halt ein bisschen Desi-Pommes... Und lassen halt wieder auf Unity ein bisschen starten mit den RP-Dinger... Ist ja auch mal ne Abwechslung, außerdem macht mir das unheimlich viel Spaß... Desi? Wie? Ja... Ist doch nice... Ich weiß auch nicht warum... Ach übrigens, genau, Bilder wurden heute wieder verschickt... Für die, die was bestellt haben... Und wir müssen noch das Giveaway machen... Das machen wir aber... Ich glaube nach Silvester erst... Weil ich muss da mal gucken, wie das funktioniert alles... Wie ich das am besten mache... Weil Federdaten hat ja ein Bild bestellt... Beziehungsweise gekauft... Als Giveaway... Gesundheit... Das ist das neue Kreis-RP... Jetzt ist gut... Okay, wir können weiter, meinetwegen... Mir geht's immer noch schlecht... Ja, das hat man gehört... Mir geht's langsam wieder besser... Es gibt Daisy-RP-Server, aber die sind glaube ich nicht... Weiß nicht... Lucky, kannst du was dazu sagen? Aktuell gibt's glaube ich keinen deutschen Server... Zumindest keinen von dem ich weiß... Oh Prepper... Ich weiß auch nicht, was das bei Daisy ist, ne? Aber ich hab... Oh oh... Ich hab einfach manchmal so Tage... Ich hab zum Beispiel in der Zeit... Wo ich nicht gestreamt hab... Dies ein Jahr... Diese ein Jahr... Dings den... Moped da... Hab ich mit dem Shorty glaube ich... Drei, vier Wochen... Nur PvE gezockt... Ich weiß auch nicht warum... Wir... Keine Interaktion mit anderen Spielern... Wir haben einfach nur ne Base gebaut... Und gesammelt... Und... Alle Funktionen so angeguckt... Und entdeckt... Und bla bla bla... Ich weiß auch nicht, Alter... Macht übel Bock... Schnell... 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 So mal weiter... Mila... Wie geht's dir? Immer noch rot... Uff... Wie deine... Oh mein Gott... Ehrlich jetzt? Ja... Das ist Scherner aus Winter... Und es ist sehr hart... Und kalt... Ah, wir haben Vitamintabletten? Nö... Ich hab... Warum verteilst du mal nicht ne Runde? Ähm... Äh... Ist das wirklich so, du Ego-Ist? Wie der Curtis das gestern gemacht hat? Hi... Hast du Hunger, Mila? Ich hab keinen Hunger... Das ist nur ne Mod... Das kann dir erzählen... Was man sich kaufen muss... Es wird langsam dunkel... Oh oh... Oh oh... Wat is dat? Wat war dat? Mila... Gib mir auch mal ne Tablette... Hat die euer Helm gekotzt? Ich... Fütter mich... Danke... Hallo Zolti... Hi Zolti... Hi Zolti... Hi Zolti... Hi Zolti... Zolti redet nicht... Oh... Oh... Hi... Hallo... Hallo... Können wir weiter oder müssen wir Mila abstechen? Hey... Ja... Du bist... Du bist ein Klotz am Bein... Was? Ich komm... Da schau was drauf... Wow... Klotz... Ich bin erkältet... Wusstet ihr, dass ich euch anstecken kann damit? Ja... Nein... Geh weg... Bin schon krank... Bin auch schon krank... Also deine Gesundheit ist rot... Wenn man das mal so RP-mäßig sagen kann... Time out... Und der Pfeil... Geht hoch... Ein Strich... Ja... Du hast kein Essen... Kein Hunger... Kein Essen... Nein... F7... Kein Durst... Kein Durst... Du bist... Okay, aber du bist red... Du bist angezeigt... Warte, lass Finger gegen Finger machen so... Warte... Mein Finger nicht hoch... Auch nicht... Ich komm auf deine Ebene... Vielleicht bist du auch zu nah am Feuer... Ne, pass auf... Das... Das tut weh... Feuer ist heiß... Das tut weh... Vorsicht... Aber der Pfeil geht hoch... Ja, solange es noch gelb ist... Ist okay... Also bei gelb... Verlierst du zwar... Also ne... Von... Von Temperatur... Wenn er gelb ist... Verlierst du... Äh... Trinken und so... Mila... Das sieht nicht gesund aus... Es ist ja dunkel, ne... Ich wollte nur sagen... Bestimmt immer noch an der Bushaltestelle... Was sagt denn deine Temperatur? Meine Temperatur sagt... Fall nach unten... Jetzt wieder... Fall nach oben... Weg mit den Bums... Jetzt hier... Nachhören... Wow... 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 Lucky mit fetter Lederjacke und so... Hallo... Grüße Sie... Sollte... Hast du Daisy schon runtergeladen? Warte... Ne... Bin dabei... Musst du nur einen vernünftigen Server auswählen... Der hier in Hamburg war scheiße... Wie mache ich jetzt hier das Ding dran? Was für ein Ding? Ich habe so einen... Golden Pin... Was ist denn ein goldenen Pin? So eine Anstecknadel... Geht nur aber an einen speziellen Rucksack... Geht nur an... Ja genau... An so einem Rucksack... Ich habe auch so einen Pin... Ich habe auch zwei... Ich habe einmal so... Gold mit Flügel... Und dann einmal so ein Atomzeichen... Den mit den Flügels habe ich auch... Aber der geht doch bestimmt an meinem Rucksack dran... Ne... Hallo Jay... Mila, wie sieht es aus? Äh... Ich bin immer noch rot... Also ich habe Mute, Beutel und Klebeband... Wir können Mila fesseln und hier lassen... Muss das denn... Können wir mich nicht hier lassen... Und... Nicht fesseln? Nein, lass einfach weiterlaufen... Wenn man das Laufen nennen kann, was du da machst... Ich habe eine Kräuter-Tinktur, ne? Ja, die kannst du ja saufen wie der Edel damals... Lucky wo lang? Das ist zum Desinfizieren... Mila, hast du noch irgendwelche anderen Symbole? Ähm... Meine Wärme ist jetzt gelb... Das ist schon mal gut... Hast du links neben dem Wasser denn noch irgendwelche Symbole? Ähm... Links... Ja, ich bin krank... Einfach so ein Bakterien-Ding... Ja, wir haben aber keine Medikamente... Deshalb müssen wir hier weg... Weil... Dann ist hier Aus... Dann ist hier Marzahn, Junge... Hier gibt es keine Apotheken... Kann, wenn, wann... Mach halt nämlich komische Geräusche... Gibt es keine Mod, wo man jemanden auf dem Rücken tragen kann? Was denn mit Autos? Funktionieren die? Ja klar, aber wir müssen jetzt zusammenbauen... Und finden... Arme Mila... Aber so wie ich uns kenne, dann zocken wir heute eh wieder bis vier, fünf Uhr nachts... Ja... Ich sag Nick, der heute bis wann geschlafen hat... Das kann ich an die Öffentlichkeit... Ich hab sehr gut geschlafen... Danke der Nachfrage... Komm Private Paula... Ich helf dir... Eins im Chat, wenn ihr wissen wollt, wie lange er geschlafen hat... Bestimmt so lange, als ich Feierabend hatte... Ich glaub bis fünf Uhr, da hat der gepennt, Alter... Sag ich doch... Und alle dachten, der ist Arbeiten... Ist echt so... Bäh, das klingt aber irgendwie... Ich hab Urlaub... Bist du deinen Helm am Kutzen, Alter? Hahahaha... 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 Armes Baby... Supermarkt... Ja... Ja... Das lutscht auch an dem Finger von einem Zombie... Wir werden alle sterben... Ich gar nicht... Ich bin optimistisch... Ich glaub wir überleben das... In Marx, da gibt es vielleicht keine Apotheken, da gibt es auch keine... Da fühlt sich da jetzt jemand angegriffen... Weil ich gesagt hab, wir sind immer Zahnbruder... Alles, was ich hier sage, ist Spaß, ne? Jetzt beruhigen wir uns mal wieder... Das ist Cerno im Schnee... Warum geht's schon wieder Dings nicht? Wer nach außen... Alles kackt immer bei mir ab... Oh, es gibt Anzugsrosen, wir können Mafia spielen... Mila, wohin gehst du? Könnt ihr nicht hier reingelaufen? Bikerhose... Wo seid ihr reingelaufen? Ohne Jeanshose... Ohne Jeanshose... Komm, wir gehen in den Superman... Okay... Hahahaha... Wir finden aber auch echt wenig Sachen, ne? Ja... Aufpassen hinterm Supermarkt ein Zombie... Da ist noch ein Supermarkt... Hat jetzt jemand nur Turnschuhe an? Mila, hast du Turnschuhe an? Ich hab Turnschuhe an... Ich hab Turnschuhe an... Ich hab Turnschuhe an... Beschädigte... Ja... Oh, dann hier, zieh die mal an... Ja... Die Schuhe nutzen sich ja auch ab mit dem Laufen, ne? Ja... Jeans, Hotpants... Sind denn die Mottos drin? Die sollten sich eigentlich nicht abnutzen... Oh, das war ein Zombie... Gibt's alles vergessen hier... Oh, guck mal, die Jeans... Soll ich euch mal was verraten, Jungs, Mädels? Was denn? Es wird dunkel... Wir sind am Arsch... Ich hab eine... Eine Flak allerdings bei... Fackel... Und wir haben euch verloren... Ich weiß nicht, wo ihr seid... Ich bin am Supermarkt... Ja... Am Eingang... Dahinten ist der Nick... Es wird dunkel... Man findet echt verdammt wenig Zeug... Ja, wir sind hier... Das ist normal, wir sind an der Küste... Ist das Echtzeit? Nicht, dass ich gleich blöd im Dunkeln durch die Gegend renn? Ja... Wir müssen hier... Hier wieder runter die Straße... Nee, das ist nicht Echtzeit... Aber... Kommen Sie, kommen Sie hier unten... Es wird gleich trotzdem dunkel... Ah! Und wie lange? Also wie ist da der Rhythmus? Ähm... Boah... Ich glaub 35 Minuten Nacht... Und 90 Minuten Tag oder so... Mila, kannst du mir nur eine Tapette geben? Ja... Danke... Vergammelt... Jetzt sieht man nicht gleich eine Zahnlücke... Aber ich hab die Tablette da reingestopft... In den Zahnfleisch... Da schmeißt du ihn mit vergammeltem Obst... Güffi... Ich bin Früchteweitwerfer... Hihihi... 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 Wir werden alle sterben... Wir werden auch gleich alle sterben... Jetzt wird es nämlich noch kälter... Und es fängt an zu schneien... Wo ist denn da... Nö... Muss ich denn da alles... Ach... Ich hab ewig nicht mehr gespielt... Und erst recht nicht auf so nem Server... Oh Schneemap... Das ist... Vergiss alles was du gelernt hast... Also warme Klamotten... Jedenfalls... Du brauchst warme Klamotten... Du musst Essen, Trinken suchen... Am besten ne Axt... Damit du Dings machen kannst... Holz... Ja... Brennholz... Das erste was du wirklich brauchst... Ist Holz für... Äh... Ein Lagerfeuer... Jetzt mit dir dein Trinken gar nichts... Da ist alles eingefroren... Slavik nix... Überleben... Gleich kommt bestimmt nur der Schneesturm... Oh... Weiße Skimaske... Meins... Meins... Lass tauschen... Ich hab ne schwarze... Äh... Ist sie in der Hütte drin, oder? Ja nimm die mit... Ja... Ich muss auf Mila aufpassen... Nicht, dass die gleich nur umknickt... Zombie... Eine Weiße Skimas... Vor meiner... Vor meinem Haus... Wo ist die Schneemasske? 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 Hier... Willst du die schwarz haben? Äh... Nö... Alles gut... Ja... Ich nehm die trotzdem... Irgendeiner will die bestimmt haben... Ich behalte das grüne Bandane... Gleich wird richtig dunkel... Boah... Aber ich mache Tell... Mila rett gegen Zaun... Ich hab nicht geachtet... Ich würd sagen... Die Mila bleibt hier irgendwo gleich in nem Haus... Ne... Und wir müssen die wieder aufpöppeln... Sind leichte Wanderschuhe besser... Ja... Besser als Turnschuhe auf jeden Fall... Ui... Ist das Daisy... Wo man sich... Bauen kann... Ne... Das war der Origins... Nein, die kann man sich auch ne Base bauen... Ja ne Base schon... Aber keine Festung... Mit genug Vorstellungskraft... Kann das auch ne Festung sein... Ja okay... Ja gut... Mein Haus hier... Warzeit... Hallo... Ach du Scheiße... Es ist so dunkel schon... Mein Haus... CR75 gefunden... Aber das bringt Atmosphäre rein... Ist halt mega creepy irgendwie... Und ich find halt hier nur Jogginghosen... Achja... Wir sind ja auch in Russland... Sorry... Ich mach mir ja schon einmal den... Ich mach mir ja schon einmal den... Ehh... Serverschrank... Ehh... Muss denn auch noch die ganzen Mods runterladen... Ich hab hier ne bunte Schienmaske... Oh... Aber die Modlist... Müsste er mir ja auch... Wenn ich auf das... Richtig... Ja... Gut... Ach stimmt... Ich hab jetzt Spritzhacke mitnehmen können... Mila wo bist du? Ähh... Mit mir zusammen in nem Haus drin... Aber wir sind im Ring von Zombies... Ja ja... Ich auch... Du Scheiße... Ich bin gelb... Ich bin gelb... Du musst dich aus... Oh mein Gott... Ne... Das ist gelb... Wieso mein Gott... Sie ist von rot auf gelb... Oder hier sind einfach 15 Zombies oder so... Mann... Ah... Grüße... Na... Komm mal lieber... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Renn... 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 Ja... Ich würde sagen... Wir sind am Arsch... Alter... Oh... 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 Oh shit... Beretta bitte Schaufel... Ich? Hilfe... 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 Komm... Die haben wir... Okay... Nimm du den ersten oder... Nimm... Ich bring noch mehr Freunde... Nimm die Oma... Guck mal da hinten... Ich bring dir nix... Ah... Komm Lucky... Ich hab die Oma... Jawoll... Ich hab den Weißen... Wir sind da... Wir sind gefickt... Die Zombiemot ist einfach... Wir müssen den anderen helfen Lucky... Ja wir müssen den anderen helfen... Wir kommen... Wir kommen... Oh... Aua... Komm hier hin... Komm hier hin... Ich nehm dir den ersten direkt ab... Hier den hinteren... Da liegst du du Lutscher... BAM... Pass auf... Junge die halten... Das ist so geil... Da kommt noch... Meiner... Wo ist Mila? Oua... Hier links bei den Bäumen liegen überall noch Birnen... Wo? Hier... Nein... Birnen... Wo? Hier die Bäume... Ja Mila... Du bist egal... Hier links lang... Hier liegt ne Apfel... Meiner... Vorne liegt noch mehr... Machen Apfel... Der Trollnatter... Nehmen wir mit... Sorben... Da kommt ein Zombie... Das ist ne gute... Das ist ne gute... Und zwei Zombies... Nur mehr Brudi... Warum klettest du da rüber? Mann... Mila? Da vorne sind noch mehr... Die Bombe... Ey Nick... Ich hab drei auf mir... Ich hab drei auf mir... Hier ist noch ne Birne... Die vergammelt... Hilfe... Hier liegen noch zwei... Vorne liegt noch was... Nick... Lucky... Macht euch bereit zum Kämpfen... Oh Gott... Warum... Ach du... Ich nehm den vorderen... Kommt er klar? Kommt er klar? Auf einmal weiter... Ja... Erstmal ein Stück Essen... Der war hart... Irgendeiner hat hier ganz fiese Zombie-Arkro... Müsstet ihr sein... Ja... Ich bin's... Hallo... Hallo Mila... Sind die anderen weiter unten schon? Ja... Da vorne sind sie... Mila, wo bist du? Haus... Okay... Jetzt auf dem Eckhaus... Oh, ein Apfel... Und noch ein Apfel... Weißt du, wieso mein Bild beim Streamen schlecht ist? Kann das sein, weil ich streamen und zocke auf dem gleich PC? Ja, kann sein... Du musst halt nen starken PC dafür haben, ne... Wenn du streamen und zocken gleichzeitig willst... Trinkst Zombie-Arkro? Ja, hab schon gesehen... Ich hab jetzt ne kleine Pistole... Oh... Ich wollte nicht schießen... Das war jetzt dumm... Ja, jetzt sind wir RIP... Ja, wir sind am Arsch jetzt, ne... Haben wir im Griff... Oh, das... Heute ist Rosta... Raosta... Ja... Bleib ruhig... Ich hab Machete, Junge... Ist jetzt... Ich schieß nur nicht... Wir sind am Arsch... Wer hat geschossen... Oh Gott... Nick... Upsi... Ich komm jetzt von überall, Alter... Oh Gott, wer war das denn? Holy Shit... Oh, laut... Ich bin hier weg... Wer hat hier geschossen? Ich... Lucky hinter dir... Lucky... Warte, warte, geh weg Lucky... Ich hab Pistole... Ach, komm hinter dir... Au... Die Pistole ist ja Müll... Ach, ist das schön... Oh, die Sportler ist so kacke, ey... Oh Gott... Run, run... Ich bin am Bluten... Ich muss ins Haus sein... Ich muss... Ja, geht ins Haus... Nick hat uns grad getötet... Curtis hat weiter geschossen... Du hast er erst geschossen... Mein Schuss haben die nicht gehört... Aber mein Schuss ist leise... Ich hab nur ne Sportler... Ich bin in so einer kleinen Hütze... Ich bin in so einer kleinen Hütze... Und ich blut... Hüt mal den Zombie vor deiner Hütze... Keine Schwäche zeigen hier... Mila? Oh, Mila geht's dir da gut... Kannst du aus deiner Hütze kommen? Oh mein, du erst grad'n Affe... Ich hör's... Lass dich schmecken... Viel Spaß da draußen, ne? Ja, ja, danke... Lucky, kannst du nur kurz den Server schicken? Ich muss kurz den ablesen... Warte, ich mach's sofort, warte... Ja, ja, ist erst mal den ab... Der Nick, der macht das... Ey, wir haben uns echt gut geschlagen... Dafür, dass du geschossen hast... Aber ich stell mir eine Frage... Wo ist die Mila? Ich bin noch hier... Keine Hilfe von der... Bin hier bei euch... Ich bin hier bei euch... Liebe Alink, tut Zombies... Die Pistole, die ich hatte... Die schmeiß ich weg... Die ist komplett nill... Ich hab den in den Kopf geschossen... Die haben mich weiter angegriffen... Weg mit der Scheiße... Ja, richtig so... Mir ging's grad wieder gut... Dann kamen die Zombies jetzt... So, sorry... Ne, ich hab schon, danke... Achso... Ah, Nick, warst du langsam... Boah, warum? Oh... Ich hab Paprikasamen... Ja, nimm die ja mit... Schon? Nur wenn überhaupt was wächst bei der Kälte... Warum gehen die Alerts schon wieder nicht, Alter? Andauern hab ich irgendwelche Probleme... Boah, könnte sein, dass wir demnächst auch die Islands bekommen... Ich hab bald angefickert, dass das gefixt wird... Nice! Ein... Getrockneter Apfel kann ich essen, ne? Ja, ich bin... Ja... Ja, du bist nicht Mila... Ja... Du bist nicht Mila... Ja... Du bist Mila... Brauch auch Tablette... Will wer einen halben Apfel? Brauch auch Tablette... Ich will auch Tablette... Danke... Hat wer Hunger... Chat, wenn es zu dunkel wird, sagt Bescheid... Also bei mir geht's noch... Danke... Hallo, ich brauche auch... Hat wer Hunger? Irgendwer Hunger hier... Ich bin dafür, dass wir die Zombies noch weiter erhöhen... Okay... Aber dann auch ein bisschen... Bisschen mehr Loot, ey... Zwischenzeichen hast du gar nichts... Ja... Loot wär echt cool... Warum? Gernix! Die Alerts funktionieren nicht, Mann... Was ist da schon wieder los? Hast du die kaputt gemacht? Ja, bei mir geht's immer alles kaputt... Ja, die sind kaputt gemacht... Capri-Hose... Fuck... Höh... Wahlzeit... V8... Bitu... Ja, warte mal... Das war ja nur die Vorstadt... Warte mal... Vielleicht hat die Solti ja gleich Glück... Und spawnt irgendwo... Hm... Aus welchen Gründen auch immer... Hat der sie... Zehn Millionen Fehlermeldungen... Aber ich versuch's nochmal... Ja, es ist Fehlermeldungen... Ist Zeit für ein Tänkepäckchen, glaub ich... Ich hab den Schottgang gefunden... Ich hab schon wieder ein Zombie gehört... Das ist doch ein fahrbares Auto hier, oder? Oder bin ich das nicht? Nee... Doch... Nee, die haben ganz viele so Crashes drauf... Ja, stimmt, stimmt... Die können aber die Tür nehmen... Ja... Das ist meine Tür... Wo seid ihr, Franz? Äh... Über die Brücke rüber... Hier steh ich mit meiner Tür... Ich mach bisschen Licht... Boah, die Atmosphäre ist halt so mies, ne... Also gut... Ich hab ne Capri-Sonne gekillt... Jetzt kannst du weitergehen, Jungs... Ein Gepäckchen? Ja... Capri-Sonne-Monsterlarm... Oha... Gibt nix ab... Eiskalt... Alter... Die Licht-Effekte sind so genial, ne... Wenn Kerl das da in diesem Haus rumläuft... Mit dieser Fackel... Ich hab die Fackel... Denn halt du... Ja... Oh nein... Zwei Zombies... Wo? Das ist echt... Also... Ich glaub ohne die Modding-Szene wäre Daisy schon lange tot... Ohne diese Mods... Ohja... Ich glaub dann wär schon ein Ende... Ey... Wieso kommen die Zombies denn zu mir? Ich bin komplett leise gewesen... Ohja... Ist hier ne Zombie-Horde bei mir... Die sind RIP... Wo? Oh... Hinter mir... Zwei... Vier... Fünf Stück... Ich bin unten auf der Straße... Ich bin unten auf der Straße... Ah... Gibt Spaß mit denen... Ich renne mit Junge... Was denkst du denn? Aber Jobs ist neben der... Schmeiß die Fackel... Schmeiß die Fackel... Kann ich hier drauf ablenken? Ne, kann ich nicht... Boah Junge... Wir können nicht alleine kämpfen... Ja warte... Ich schnapp mir immer einen raus... Tinke Flasche... Du... Du... Kites die einfach... Wieder ne Jogginghose... Jo... Kite die ein bisschen länger... Nicht im Kreis... Vielleicht komm mir Curtis Milan so helfen... Wo bist du denn? Auf der Hauptstraße... Komm zurückgelaufen... Da wo das Rot leuchtet? Ja... Ich komm... Da wo die 20 Zombies rumlaufen... Was ist denn mit meiner Kamera los? Ich bin voll am kassieren... Wenn meine Kamera am Glitschen ist... Boah hab ich mich erschrocken... Alter... Halt's Maul... Komm Mila... Wir müssen da vorne helfen... Dreh um... Oh da ist noch einer... Oh da ist noch einer... Oh shit sind das viele... Ich pull die ganze Zeit welche... Ah... Jut... Ich nehm zwei mit... Oder auch nicht... Ich lauf ums Haus rum... Ja... Das sieht interessant aus... Ja komm her... Denk an du darfst nicht so viel rennen... Hey Curtis... Guck mal hinter dir... Das war lucky glaube ich... Ja... Curtis schlitzelt mit der Machete durch... Boah... Ich würd die Mila kurz fahren... Ich muss aber rennen... Weil ansonsten sterb ich gleich weg... Vier hab ich noch hinter mir... Wer will... Wer hat noch nicht... Ja komm rum... Hier... Komm wieder rum... Ja komm da... Da komm wieder da wo das Loch ist... Curtis... Ok... Zwei hab ich noch hinter mir... Lucky wo bist du? Pass auf Mila... Uiuiui... Der ist fliegen... Ich hab noch zwei... Wie sieht's bei euch aus? Ja komm ran... Ja komm... Alter... Er hittet mich... Ich geh kurz weg... Aua... Ich hab einen mit der Schaufel bekommen... Hä? Ich hab auch einen mit der Brechstange gekriegt... Nein ich bin nicht mehr krank... Aber gib mir ein Tapette bitte... Sicht einfach schwarz... Bist du aber so einer? Du hast mir einfach grad... Ich glaub 50% Leben weggehauen mit der Schaufel... Naja... Du hast sie mir aber auch gut gegeben... Möchtest du auch ne Birne? Nö alles gut... Mila... Mir geht super... Möchtest du auch... Mach mir ne Dose auf... Aber die ist doch gefroren oder? Nee... Komm her ich fütter dich... Oder nicht... Ich hab abgemissen... Ist das schlimm? Schau schau... Okay... Wo seid ihr? War das ne Horde... Wir sind in nem Haus drin... Wo wir grad alle verkloppt haben... Äh... Das könnte ne Horde sein... Ja... Ich weiß nicht wie groß die sind... Hi... Hi... Guck mal... Ich bin hier drin... Seht ihr mich? Im Fenster Nick... Rechts... Ja... Ja... Ich geh hier hochgucken... Wo es hier ist... Wo ist denn eigentlich der Luki? Der fängt gegen zwei Zombies... Der Luki fehlt seinen ganz eigenen Kampf... Hier du musst groß und stark werden Mila... Mach A... Ah... Was auch immer du da für ne Maske auf hast... Alter... Ist jemand krank? Nein... Ja... Dann komm bitte zu mir... Kommen sofort... Ich hab Antibiotika... Hast du echt? Etra... Zylintabletten... Etracannabinol... Vier Stück... Kann ich das Messer... Kann ich... Das war keine... Das war ne Flasche... Keine Tasche... Ich hab grad ne Flasche gelootet... Die muss ich sauber machen... Ich komme Mila, ich komme... Wie alt ist Mila? Boah... Ich glaub... 36... Ich kann mich aber auch... Äh... 44... Ja oder so... Na bitte bitte... Danke... Bitteschön... Was hast du für ne Maske? Hey man... Ich hab nichts besser... Will einer ein schwarzes Ballerklauver? Nein... Hier... Hier... Ach die schmeiß ich weg... Die Schutgang... Scheiß auf die... Kann sich nur um Stunden... Handeln... Ich muss alles auf Fehler... Überprüfen... Da ist hier ne Pfadfinderin... Wo ist denn... Einer fehlt doch jetzt... Wo ist Lucky? Bin hinterm Krankenhaus... Bei so paar Garagen... Aber die... Diese... Dings ist echt hell... Die Fackel... Ja die soll ja auch hell sein... Weil das rotes Licht gehen an... Hier brauchen wir gar nicht reingehen ins Krankenhaus... Oder? Oder ist der Medizin... Da war ich noch nicht... Doch doch... Rein... Boah... Junge... Warum haben die keine Klamotten... Alter... Aua... Okay... Dann durchsucht ihr mal das Krankenhaus... Nach Medikamenten... Das ist mit dem gelben Licht... Ich... Hallo hinten... Möchtest du OP-Handschuhe haben? Oh oh... Kann man... OP-Handschuhe in Weiß nehme ich ja... Oh Blutabnahmeset... Kann man gucken was wir für Blut haben... Ne ist Abnahme... Kommst du Göttis? Ja ich bin grad hier woanders... Oh Aktivkohletabletten... Nimm mit... Warte doch mal da wo du bist... Ich bin hier... Ich habe aus unergründlichen Gründen... Wieder Hunger... Ja ihr dürft ein Tinkelpettchen nehmen... Hallo? Willst du meine Handschuhe dafür? Welche hast denn du? Ja so... Arbeithandschuhe... Uh... Die kann ich brauchen... Ich hab nämlich noch mehr gefunden... Noch weißer... Uh... Ich hab ne Diegel gefunden Alter... Ui fancy... Hast du mich gerade mit der Waffe abgeworfen? Nein... Was weißt du die wagt? Ich will die nicht spielen... Was ist ein... Wofür ist ein IV-Set? Ja für Blutabnahme oder sowas... Ey die Bikerjacke ist doch bestimmt besser als Dingsmann... Als ne Bomberjacke... Außer immer die Egel... Die sind gleich gut... Dann nehme ich die... Und das ist immer wichtig... Die OP-Hemden ich hier finde... Ich bin in dem Gebäude wo da... Ich weiß genau... Dass du mich gesucht hast... Mila... Ne... Ich wollte nur weg von den Zombies... Wir hatten hier in dieses eine Krankenhaus gerade so viele Zombies reingepolt... Tendlich... Man kann das sehen... Meine Hose ist kaputt... Ach hier... Gut isoliert... Stimmt... Da hat der Prepper recht... Man kann auf den... Man kann auf den... Oh endlich... Alter... Nimm Shotgun Money mit... Ui... Die ist ja noch besser... Moderat... Ach das ist ne Modded... Oh... Uh... Ah... Ich hab ne Jeanshose für jemanden ne... Mila brauchst du Jeanshose? Doch... Oh wow... Ich bin die ganze Zeit gemutet... Hau rein... Uh... Der Sport da... Gut isoliert die Hose... Ne... Das Spiel gibt es auch für Playstation... Auch für Xbox... Ich glaub sogar das... Ist das Crossplay eigentlich? Nein... Oh nochmal... Aktiv Kohletabletten... Doch Salzlösung... Boah ich bin Medic... Mila wo bist du? Ähm... In so nem Haus drin... Curtis... Ich hab auch nur ne Bikerjacke gefunden... Oh hi... Hi... Ja hier ist auch ne Bikerjacke... Ach Mensch... Es lädt endlich... Ach Wahnsinn... Ja... Ja... Juhu... Das ist ja mal... Schwere Geburt hier... Oh hier ist noch Foncho... Wo... Wo... Ich will Foncho... Auf Straße... Ja auf die Straße... Auf Kreuzung... Rote Chucks... Geil... Hab ich's ne... Really? Ja... Oh... Äh... Jungs... Könnt ihr mir helfen? Ich hab Zeit Summys gepullt... Tschüss... Oh... Renn... Ah... Ah... Du hast mich geschnitten... Echt jetzt? Ich glaub schon... Ich hab nen Schnitt... Ich bin noch Gillette ab, die Junge... Oh... So, wer braucht ne Jacke? Hallo... Was für eine Jacke? Ich hab ne Bikerjacke, die ist gut isoliert... Ey, der krabbelt noch... Jungs... Äh... nehm ich... Trouble... Nehm ich gerne... Was denn? Ne Bikerjacke? Die Jacke... Hier... Wer braucht ne Jeanshose? Mila braucht da glaub ich ne Hose... Oh guck mal, du hast auch so ne Hose an könntest? Ja... Ich hab die auch gefunden... Ich brauch noch ne Weste... Mila... Ja... Bitte rede mit uns... Komm auf die Straße... Bitte... Ist mich wieder weggerannt... Ich hab das genau gesehen... Als alle geholfen haben... Um ein Gefühl zu retten... Ist sie weggerannt... Komm her... Was hast du denn da für ne Hose an? Ist das ne Leggings? Ja... Ist die gut isoliert? Ja... Wer braucht ne Hose... Wer hat nur ne Jeanshose... Deine Hose ist kaputt... Ja... Ich hab doch vorhin gesagt... Ich brauch ne Hose... Junge... Du dreckiger... 50 mal frag ich... Wer ne Hose braucht... Mila... Hab ich vorhin gesagt... Ich war gemütet... Hä? Shotgun Muni... Oh... Hier... Waxe... Ja... Ich hasse euch... Oh... Dieser Poncho sieht so sick aus... Ne... Cool ne... Bist du Weitläufer jetzt? Wer weiter... Wer weiter... In der Hose... Ich bin auch dabei... Wer weiter... Rechts Zombie... Oh... Links Zombie... Nochmal Z-Zombies vor uns... Oh mein Gott... Es ist so nice mit den... Zombies ne... Könnte man noch mehr hochstellen... Pass auf wieder mit deiner Schippe... Pass auf mit deinem Messer... Du hast mich angestoppen... Guck zu... Hat wer was zu essen? Brötlin! Ja... Komm her... Und der mit der Fackel... Und der der vor dich steht und weint... Das stimmt... Mila willst du ne Hotpants? Würde ich fühlen... Das wäre halb so gefährlich... Wenn das... Äh... Nicht... So kalt wäre... Mh... Mh... Wenn's willst du im E-Trock? Nein... Du mit deiner Leggings... Ja... Desi... Ist schon hübsch... Vorsicht... Da sind Zombies... Bruder... In dem ganzen Spiel sind Zombies... Alter... Oh... Mila... Du machst das doch... Eiei... Jajaja... Oh, Ups... Au... Au... Die wird schon wieder angestochen... Da kommt nur ein Ups... Jetzt sterbe ich. Jetzt ist es vorbei. V8, wie zu gut. Ihr macht das schon. Ich glaube an euch. Lid, schlitz. Oh, da kommt noch einer. Ey, ich kann man nie vollständig regenerieren, ne? Also mir geht's gut. Wie viel hält ihr aus, die Dumme? Boah, hey, hey, hey. Oh, wir sollten sogar gleich Aurora Borealis bekommen. Bisschen nordlich da. Ich will nix mit Satori oder so, hätt's ja mal getan. Ich hab zwei Zombies, Hilfe. Drei Zombies, Hilfe. Jetzt übertreiben wir mal. Ich hab Kodein-Tabletten. Ist einer krank? Oh, hab ich gemacht. Aber ich brauche Hilfe. Geh hin. Was macht ihr davon eine Party? Weil Güfi dumm ist, deshalb pullt der die ganze Zeit die Dings. Hey, ich hab da keinen gepullt. Ich bin wieder gesund. Du, Güfi, deine Schuld. Ich hab ein Schirmag gefunden, aber ich kann's nicht aussetzen. Brauch einer eine weiße Skimaske? Oh, ne. Ich würd's nehmen, wenn du's nicht brauchst. Hast du das Schirmag? Ich hab schon wieder Kodein-Tabletten gefunden. Güfi, wo ist Schirmag? Warte, ich. Ja, hallo. Achso, du bist das. Äh. Nabend. Hier, aber ich kann's nicht aussetzen. Will keiner eine weiße Skimaske? Ich würd's nehmen. Vordech lootet, ne? Hier. Hast du's jetzt? Sind wir nicht gleich? Wir sind ja noch auf dem Weg zum Balota-Airfield, oder? Ne, ich hab's noch in der Hand. Bist du der hier, ja? Guck mal, kannst du das aufsetzen? Schlecht isoliert. Oh, ne. Oh, ach, wie zu. Landet. Danke übrigens für die Resubs und alles, ne? Und verzeiht mir, wenn ich mega abgelenkt bin und nicht alles vorlese. Kann das weiße Ballacklauber doch nicht aussetzen. Aber aus diesem Herzen, vielen Dank. Willst du's wiederhaben oder würdest du's anders haben? Ich brauch's nicht. Ich küsse eure Augen. Was? Äh, weiße Skimaske kann ich doch nicht gebrauchen. Würdest du wiederhaben oder wegmachen? Ne, ne, ich hab eine. Dann lege ich sie weg. Obwohl, ich trag dir mal mit. Ich hab noch Platz. Wir sind... Ja, lass mal zum Balota-Airfield. Oh, du, ich blute. Ich brauch ganz schön Essen. Pssst. Hallo, ich. Fick das Huhn! Ich bin zum dumm, ist das Treffen. Geh weg, ich hab ne Schaufel. Geh weg. Geh weg. Hau drauf. Ja. Wird der Schaufel draufgehauen. Entschuldigung, Huhn. Aber wir brauchen... Warum klaust du mein... Hey, hey, nicht abstechen. Hey. Ich dachte, wir teilen, weil ich's mit der Schaufel gekillt hab. Okay, hast recht. Hast du mal Glück gehabt. Das war mein Gedankengang. Weil ich hab extrem Hunger. Ja, ich hau die ganze Zeit. Man verbraucht hier echt schnell Essen, ne? Ja, weil's kalt ist und wir die ganze Zeit am Rennen sind. Uuuuuhh. Die nehmen wir auch mit wieder. Ja, Leute. Ja, wir können doch zu meiner Notfackel kommen, da wird euch warm. Okay, man kann die nicht rüber klettern. Kann ich doch ein Hunderbrust braten? Wie, willst du dich selbst ins Feuer legen, oder was? Wird euch wärmer? Ja, wird wärmer. Wird das warm? Hier sind Kohletabletten für einen von euch, ne? Auf dem Boden. Nehmt die ruhig, meine Kinder. Nehmt die. Ist einer krank von euch? Das war's mit der Notfackel. Ja, ich bin krank. Was hast du hustet? Ich bin auch immer noch krank. Ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht gehustet. Okay, wenn ihr husten kriegt, sagt mir Bescheid. Ich hab ein Problem. Ich werd vom Server gekickt, weil ich irgendeine Datei habe, die nicht mit dem Server kompatibel ist. Er sagt mir aber nicht welches. Du hast Clean Chat an. Was heißt das? Du hast irgendeine Add und was Clean Chat heißt. Okay, das muss raus, ja? Okay. Kommen wir. Also ich hab Kochsalzlösung, ich hab IV-Set. Hat jemand Trinkflaschen dabei, die ich reinigen soll? Ne. Nö. Okay. Wollen wir weg runter? Ne. Ich hab sauberes Wasser. Nehmen wir weiter jetzt? Ja, lass kurz Lagebesprechung machen. Also Palut, der R fehlt jetzt. Ich hab ein bisschen Essen, hab ich noch. Ich hab mein Essen aus Rot. Dann musst du essen. Ach, gar nichts. Ich hab gern nichts. Ich witter dich. Weißt du, wie viele Äpfel und Bier ich aufgesammelt habe, weil die überall am Straßenrand rumliegen? Ist eigener Server, aber so auf PPO-E, RP-Basis. Hallo. Hallo. Schott, die ist auch da. Also wenn wir ein kleines Feuerfeuer machen, dann können wir unsere Hinterbrust machen. Dann können wir uns die teilen, alle, Mann. Wer ist das hier? Ich? Klingt das nach dem Plan oder klingt das nach dem Plan? Nö. Okay. Wohin seid ihr auf dem Weg, damit ich weiß, wohin ich hinlernen muss? Balota Erfi. Balota. Okay. Guck mal, hier sind ganz viele Äpfel und so. Birnen. Zwei gute Birnen sogar. Ich hab grad eine gesehen und dann hast du die eingesammelt. Hier ist richtig viel. Das ist gut. Das ist meiner. Das ist auch meiner. Der sieht nicht gut aus. Der sieht auch nicht gut aus. Ich nehm alle mit und insertiere ich später aus. Der sieht auch nicht gut aus. Biber. Der sieht aber gut aus. Guck mal, schon haben wir Essen, Giffy. Sind das so wenig Konserven, dass ihr die ganze Zeit das vergammelte Obst sucht? Hallo, das ist gesund. Der Server ist noch nicht offen, nein. Wir machen dann noch Mods drauf und konfigurieren den mehr, damit das wirklich so ein richtiger Survival-RP-Dings wird. Und dann lassen wir Leute drauf. Wir sind quasi Test-Team. Ohne Kill-on-Side und so ein Gedöns. Also quasi so RP-Pilot-Projekt, Whitelisted. Ja, wir können ja auch sogar so machen, dass wir sagen, okay, in der Stadt oder so treffen sich immer alle und traden oder so ein Shit. Ansonsten wirklich nur PvE. Wir können ja auch ne Trader-City mappen, halt aber ohne NPC-Trader. Ja, ich hasse diese Trader, das ist so dumm, Alter. Ich hasse auch dieses Base bauen und so. Und Loot die ganze Zeit speichern. Und wir erhöhen die Zombies noch mal. Und wir speichern, wenn du abkratzt oder was? Nee, du kannst da so ne Base bauen und dann Loot speichern. Oh, ich komm immer noch nicht rein. Meiner macht schmerzhafte Geräusche, wenn ich spunte. Warum? Weil deine Schuhe kaputt sind. Nee, makellos sind die Schuhe. Das ist meine Alten-Sauber-Hall. Pauli, start mal den DayZ-Launcher. Hab ich, hab ich. Und dann findest du den Server da, richtig? Ja, ich geh über Direkt-IP. Du musst über den Launcher machen. Ja, mach über Launcher. Die Mods musst du runterladen. Ja, die sind alle geladen. Aber ich suche halt über Direkt-IP und nicht über... Aber wenn du den Server suchst und dann da auswählst, dann kannst du quasi bereit machen, dass der alle Add-Ons und DLCs und sowas automatisch lädt. Da musst du das nicht manuell machen. Dann lädst du nur mit den richtigen Sachen. Dann hast du keine Konflikte oder sonst irgendwas. Gibt es hier Wölfe? Ah, das muss man mir wohl dazu sagen, ne? Jetzt zieht es dann in Steam. Da musst du dann warten. Ey, hallo. Was ist denn mit euch? Hallo. Schaut dir, warum nimmst du dich heute nicht? Wie immer klärst du das unten? Du Dummkopf. Ja, wenn die aufregt, gerne. Natürlich könnte man das so machen, dass er viel PvP erlaubt ist. Hallo, wo seid ihr? Nee, ich weiß schon, wie das geht. Ich musste das nur wissen, wie. Ach, da hinten. Ach so. Ne? Aber ich glaube einfach, dass die Leute, die wirklich PvE und Survival spielen wollen, keinen Bock so wirklich haben auf PvP und Kill on Side gedönst und so. Höchstens vielleicht eher fehlt oder so, ne? Ey, wartet bitte. Je nachdem, was ihr da für Loot umballert. Bist du denn? Ich bin hinter euch. Ah, da hinten bist du. Jo, ich warte. Ja, lass doch an der Tankstelle kurz warten. Wer stupst mich hier an? Dieses getrocknete Obst, kack. Ne, Alter, ist einfach nur übelst ekelhaft. Ich hab grad vier Äpfel gefressen. Hallo, Weitläufer Lucky. Hoffentlich kommt gleich ein Schneesturm. Und dann sterben wir alle. Hallo. Hallo. Moderat isoliert. Guck mal, das hat keiner gesehen hier, dass es ein Entfändungsmesser ist. Ja, was willst du denn damit? Das kannst du im PvP benutzen. Oder um zu gucken, wo das Tier ist, was du hier hang willst. Okay. 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 Wo sind die anderen jetzt? Drei Stück sind hier. Da kommt noch einer gelaufen. Schmeckt? Hallo, Freunde. Ich bin's. Hallo. Oh, Mila. Was ist das denn für eine Jacke? Die hab ich ja noch nie gesehen. Sogar mit Fell. Hast du einen Hase getötet? Nee. Du siehst aus, als würdest du gleich zur Modenshow gehen. Wer fehlt denn noch? Da hinten kommt noch jemand. Ja, ich komm. Also dieses Obst bringt null was, Alter. Hat getrocknet, aber wenigstens ein bisschen. Das hilft dir, dass du nicht verreckst. Ich hab wieder Hunger. Dann geht's. Ich find das auch viel besser, wenn man nicht so military rumläuft, sondern so wie wir jetzt, ne? Aber military ist auch cool. Ja, muss da. Mahlzeit. Oh, mit der Waffe hier, ne? Bin ich komplett zu lehnen. Was ist mit Aurora? Sollte eigentlich kommen, aber ich glaub, weil es zu bewölkt ist, sieht man die nicht. Was ist Aurora? Oh, hier ist ein Rolf. Äh, Lottlichter. Any Aurora. Aurora Borales. Tagsam. Leider kann man keine Schneebelähe machen. Ey, ich hab schon wieder Hunger. Ja, ich auch. Ja, Lose. Klar, wir streamen erlaubt, warum nicht? Wir haben gestern Abend zum Beispiel mal getestet, indem wir nur Ingame reden und über Funkgeräte und so. Das war auch cool. Außer Mila, die hat gesagt, alle sind immer so leise. Dann musst du deine Ingame-Lotstärke komplett hoch machen. Oh. Aber ich hab das richtig gefühlt, weil man kann hier Doppelklick machen, so, und dann hört man mich Ingame auch. Hallo? Oh, hi. Hallo. Mit dem Funkgeräten war richtig mies. Also gut. Ich büße sie. Hey, die Trottler hinten hören uns nicht. Ha, Loser. Oh, hier ist alles auf. Wer bleibt denn da wieder stehen? Ich, weil ich gerade am Schreiben bin. Wo bist du denn gespawnt? Oh, ich bin wieder hell. Ich weiß es nicht. Guck gerade. Ich bin hier in so einem Leuchtturm. Warte mal. Inwiefern folgen. Wir spielen schon wieder fast zwei Stunden. Da kommen wir vor wie fünf Minuten. Das ist unfassbar. Dieses Zeitgefühl in der EZ ist ganz anders als wie in GTA. Also, ich weiß auch nicht, wo war. Hier ist eine Tankstelle. Ohne rechts von mir ist ein Wald. Ja, super. Links von mir ist Wasser. Ja, super. Das ist ein sehr guter Chor. Ah, da bist du schon. Ich weiß nicht ganz genau. Ah, ja, 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 ja. Tagsam, muss ich sagen. Batterielader. Tagsam. Also, ich möchte weiße Sachen tragen. Ich glaube, alle tragen weiße Sachen, ne? Hut, Jungs. Wenn ihr Hut findet, Hut, ne? Ich trage das, was ich finde. Oh, ich weiß, wo Schordi ist. Na klar, dass der mir wieder hinterher rennt. Wo soll ich sonst hinlaufen? Ja, wo anders hin? Ja, wohin, wenn nichts gibt's? Ja, du willst nur wieder meinen Gear klauen. Es gibt ein Zelt. Was doch immer das ist. Ah, boah. Links oben sind auch noch Militarys. Küffi, ich habe die Maske gefunden. Guck mal. Oh. Alter. Welche Maske, die ich haben wollte? Meine Maske? Oh, ich bin ein Vanarschool-Reiter, Junge. Alter, guck mal. Scheiße, wir haben alles von dem Pack mit drin. Ach, egal. Wo bist du? Gib mir meine Maske. Warten an, was ich habe schon alles gut. Mandalorian-Helm, Alter. Oh. Was, wirklich? Junge, die Maske. Ey, wer hat meinen Hut geklaut? Junge, die Maske. Was ist das für ein Handtuch auf den Kopf? Warte, wo ist die Handtuch? Hier. Ist das jetzt die Stamme? Oder wer von euch hat den Aufklärung? Ich habe den Hähn gelegt, du. Boah, Junge, ne. Der Helm ist nicht so geil. Boah, geil. Aber die Maske. Die Maske, warte. Wo ist Mila? Wo seid ihr? Okay, der ist nicht so cool. Doch, kannst du nicht einen Ballerklammer drunter anziehen? Warte. Oh, doch, kann man. Holy shit. Okay, ich trage trochgrün. Ich habe eine Gasmaske, ne? Wie sieht das Ding denn aus, wenn das am Boden liegt? Nur zum gucken. Das ist einfach so ein Tuch. Einfach nur so ein Tuch, oder was? Ah, okay, jetzt nämlich unscheinbar. Mila? Mega nice. Willst du dieses Dings haben? Den Poncho, den ich gerade anhatte? Ja. Wo sind wir jetzt hier? Dann musst du nicht auf halbe Nemo machen. Äh, Balota Erfield. Boah. Sieht auch geil aus, ne? Hey, hey, hey. Ich dachte, das ist das Größere, das Balota Erfield. Ich sehe Licht. Ey, bleibt mal stehen. Ich habe euch. Da vorne. Oh, habe ich direkt hier gespawnt? Hallo. Hallo. Schottie. Oh, oh, ich verhungere. Guck dich aus, die Schottie. Hallo, Goodies. Warte, ich habe, glaube ich, was für dich, oder? Ne. Da vorne liegt ein weißes Ballerklauber. Komm, Schottie. Wagen sich stehen. Dann, Hut. Oh, es holt, Westel. Nimmst du die beiden Biermann? Ja, direkt hier vorne. Junge, was hier für ein Nut drin ist. Ich habe durchgespielt. Okay. Ist das Sword-Weste besser als Fade-Weste? Nein, man kann uns nicht nachjoinen. Das ist ein Privat-Server. Wir machen den aber demnächst halt für ausgewählte Leute auf, dass man ein bisschen AP machen kann. Für die Leute, die auf Bock haben, auf Survival und so ein Kutsch. Und vielleicht ein bisschen PvP im R-Field. Junge, kommt mal bitte auf die andere Seite zu dem anderen Military. Es ist, hier ist, ich habe durchgespielt. Warum? Also, ich trage doch grüne Sachen. Ich habe durch dicke Weste alles gefunden. Oh, ihr seid weiter. Ui. Uiuiui. Ich habe einen Kampfgürtel, der hat einfach sechs Slots. Sieben, acht Slots. MVS Combat Belt. Ja. Ja, Mann. In Schnee. Echt? Ich habe den so eine Erdfarbe. Ich habe voll den geilen Rucksack gefunden. Der ist klein, hat aber 50 Platz. Ja, wir haben Klamotten-Motze drin. Slavik, das haben wir gestern gezockt. Wir fanden das nicht so gut, weil... Oh, ich glaube, ich nehme den Backpack hier. Äh, ich habe hier einen guten Rucksack für jemanden. In... Habe ich denn in der Hand? Wo seid ihr? Willst du den haben oder kann ich den haben? Oh, ja, 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 ja. Schräg den ab. Kann ich? Nein. Ey, der ist voll schräg drauf. Der ist voll schräg drauf so. Guck mal. Ja, ja. Nee, der ist voll geil. Geil. Alter. Okay, die Motzen ultra gut. Lauf ein bisschen weiter vor. Ja, die Jacke nehme ich mir auch mit. Schott, willst du weiß tragen? Nee. Wer will weiß tragen? Wir wollen jetzt alle auf einmal grün tragen. Wer will weiß tragen? Keiner? Ja, ich nicht. Ja, ich werde Wintertan tragen. Ich mache grün-schwarz oder schwarz-rot oder sowas. Je nachdem. Ich guck mal, was es so gibt. Ich bin am verhungern, Alter. Oh, ich auch. Warte. Äh, ich habe noch zwei Spaghetti. Ehe, eine Birne noch. Ich habe noch genug davon. Nehm mit. Die Dosen sind gefroren. Die muss man erst auftauchen, bevor man die essen kann. Obwohl... Hier ist eine Patrouillenjacke. Und eine Rauchgranate. Oh, ich habe eine Bandana, ein grünes. Geil. Nehme ich so mit. Und eine Konzertwerke. Warte mal, ich kann doch... Kann ich doch auch einen Kopf machen, das Bandana? Wo ist meine Mütze? Ich habe die zu der Notfacke gelockt. Das ist irgendwie kommt nicht. Guck mal, mein Rucksack. Boah, wie... Dankeschön. Was? Es ist kein Big-Seed Gaming. Wenn ich sterbe, weil ich zum Summen bin, was zu essen. Dann bin ich selber schuld. Wie viel Platz hat der? Äh, 24 nur. Da ist nicht viel drin, aber... Okay, aber... Kommt gut. Aber ich kann da halt so ein... Funkgerät daran klatschen. Das ist mega gut. Boah, jetzt ist es schon schöner, wenn es hell wird. Mhm. Wann wird es kritisch mit der Temperatur? Wenn die Anzeige blau ist und das merkst du am Charakter, der friert dann. Ja. Dann habe ich schneller Hunger und so. Ja, dann gehst du eigentlich zugrunde. Bauen wir eine Base. Ich glaube, wir machen so eine kleine Zeltbase oder so, ne? Ja, so ein Zeltlager. Ähm... Norden-Osten... Ja, Haki, der läuft über den Lauten. Balota war südwestlich, richtig? Jo. Ja. Okay, wer will einen grünen Poncho haben? Poncho nehme ich, weil ich friere. Egal welche Farbe. Ja. Wo seid ihr? Äh, auf dem Airfield in dem Airfield-Gebäude. Okay. Körl, ich hätte noch Handschuhe für dich. Ja, bitte. Wo ist Poncho? Ich hab den. Warte, ich nehme grad die Jeans-Sauce hier. Boah, da wurde ich ja angeschossen. Bin am Arsch der Welt, kann ich mich umbringen und neu spawnen? Ja, du hast ein Messer bei. Jotti, bist du das hier oder ist das Giffy? Äh, das bin ich. Äh, wie geht denn das nochmal? Warte mal. Guck mal, wie cool der aussieht hier, Mann. Wenn ihr eine Autobatterie findet, sagt Bescheid. Boah, geil. Hammer, ne? Und schwarz, weil das ist auch mega. Hä, die hat doch ein Messer bei. Wie kann ich mich denn nochmal umbringen? Mit F11. Messer in der Hand und F11. Geh'n dich um, Aldo. Ruhi da. Eng, trott. Schott, du brauchst eine gute Hose? Ja. Geh'n. Also Jeans-Sauce. Du kennst, wo genau bist du? Ich bin im Haus drin, im Großen. Oder ich wechsle hier. Alle fünf Sekunden wechsle ich hier die Hose. Darf ich immer wieder was Neues zu sehen? Welcher bist du, Curtis? Im Großen Haus. Vorne. Vorne auf der Veranda. Hey, hier, hallo. Komm zu mir, bitte. Du magst doch weiße Handschuhe haben. Oh, ich fahr' mal schon wieder. Mir geht's echt scheiße. Du verhungerst? Ja, Mann. Ich bin auch schon wieder gelb. Ah. Ah. Ja, dann lass mal schnell Feuer machen. Ich hab' zwei Spaghetti's. Boah, was ist das denn hier? Das Problem ist, es gibt... Ich hab' ich zieh' doch die Hose an. Es gibt zehn Millionen Klamotten, Alter. Äh. So geil. Ja, geil. Welche Stadt war das nochmal mit diesen riesig großen, äh, wie nennt sich das? Tower in der Mitte? Äh, nee, nicht mit dem Tower, sondern mit diesem fabrikähnlichen Türmen. An der Küste direkt. Ich hab' noch mal ne Hose gefunden, Schottie, wenn du willst. Bruder. Ich hab' hier ne Maske. Uff. Nee, kannst du was essen? Äh, ja. Komm, ich fütter dich. Geil. Geil. Ich hab' hier. Schwein. Ja, ja. Hier. Nee, nee, nee. Du hast selber abgebissen. Weil du dich bewegt hast. Hier. Und noch ein bisschen. Einen für Papa. Ah, nee. Können dich töten. Einen für mich. Einen für Mama. Wasch, der Welt! Bäh! Geh weg! Warum liest du? Hahaha. Daher hab' ich gesagt, dass es gut schmeckt. Hahaha. Das wird richtig schwer. Wäre, sich hier ein richtiges Klamotten-Set zusammen zu suchen, ne? Okay, ich hab' jetzt irgendwo mein Trinken gehen gelassen. Warte mal. Wo war'n das? Wo hab' ich das gewechselt? Bitte? Sag' ich mal. Ich hab' Oh, du hast den Gubb vergessen. Gleich dämmer noch. Bleib' Curry. Okay. Oh, oh. Wo hab' ich die Jacke angezogen? Boah, ich sah ihn. Ich hab' jetzt das Zelt mit. Ein Zelt. Wenn ihr ein Kleidungsstück findet mit Trinken drin, ist es meins. Ich hab' das aus Versehen abgelegt irgendwo und ich weiß nicht wo. Äh, war das zweimal Sprite gefroren? Ja. Ja. Ja, hab' ich. Warte. Du kriegst noch was auf mich von mir. Wo bist du? Äh, bei den Zelten. Wo bist du? Äh, ich steh' hier vor den Zelten. Cool. Ja. Äh, hier Sprite. Hier Sprite. Das sind schon beides aufgetaute. Oh, dankeschön. Ich hab' keinen Lack. Ich spawn' die ganze Zeit im Osten. Ja, da kannst du leider nix machen. Guck mal meinen Rucksack an. Sag mal. Boah, mit der... Oh, geil. Heieiei. Hübsch. Oh, was hast du für Hosen? Du bist krank, du Idiot. Komm her. Kotein-Tablette. Dankeschön. Das kann man alles in den Gürtel machen. Stimmt, ich hab'n Gürtel gefunden, ne? Wasserflasche auf jeden Fall. Ah, Giffy, ich hab' glaub' ich ne bessere Hose als... Guck mal her, die passt glaub' ich mehr zu dir. Mahlzeit! Boah, ich hoffe, dass der Edel auch noch dazukommt. Aber wird dann ein bisschen anstrengend mit so vielen Leuten. Jetzt ist meine, äh... Was hast du da hinten? Warum hast du ein Radio-Fungerät? Das ist mein Funkgerät. Jetzt hab' ich nen Mandalorian-Helm gefunden. Oh, hier sind grad Zombies gespawnt vor uns. Oh ja. Ja, ich glaub' beim Edel müssen wir mal ne Ausnahme machen und den ranporten, damit der mal wirklich mit uns mitspielen kann. Weil alleine hat der no chance uns zu finden. Wer bist du? Hm? Ah, du bist Mila, okay. Solange ihr nicht weiter in den Westen rennt, äh... Könnt' ich euch finden. Wenn nicht, wird's schwierig. Obwohl, warte mal... Ich bin Curtis. Guck mal, mein Helm. Das bin ich... Oh mein Gott. Junge, wo ist Baby-Joda, Alter? Oh, da ist ein Zombie. Spawn Zombies Spielanzahl abhängig? Weiß ich gar nicht. Eben jemand fehlt doch jetzt hier, oder? Mila. Eins, zwei, drei. Zombie. Oh, Zombie. Weil mein Lehm geht nach unten jetzt. Ich weiß nicht wieso. Ja, meins auch. Ey, weil ihr friert. Checkt ihr das? Nein, ich hab Hunger. Ich hab auch die ganze Zeit Hunger, Mann. Ich krieg grad nicht weg, die Kacke. Oh, Mandalorian-Helm. Ja, gönn dir. Feiner. Das ist der Weg. Wollen wir mal ein Feuer machen? Ich habe gesprochen. Das ist der Weg. Wollen wir mal ein Feuer machen? Ja, lass Feuer machen. Bitte. Ich habe keine Axt. Oh, keine Axt, leider. Ich sehe da eine Hütte. Da ist bestimmt... Hier ist ein Busch. Da ist bestimmt ein Ofen drin, den wir mal anzünden können. Oh, das ist der Ort. Da ist auf jeden Fall genug Ofen in die Haus. Oh, Mann. Das ist der Weg. Oh, ich hab Virus. Oh, da hinten ist auch noch ein Military. Wo ist Military? Da hinten ist das Darnetz. Willst grad langlaufen. Ach so, ne. Das ist nur so eine kleine Hütte. Meine Temperatur geht nach unten, obwohl ich dicke Sachen anhab. Und alles heil ist. Boah, hier sind so viele Zombies. Sag mal. Ich krieg gleich ne Macke. Die halten so viel aus, ne? Geldwistet. Ey, ich bin gleich Ripp. Warum bist du... Ja, ich bin auch gleich Ripp, Alter. Ja, komm, komm zum Weg, komm zum Weg. Ich hau den Zombie. Ne, aber es ist arschkalt so. Also, obwohl ich... Wie viel hält der denn aus, Alter? Armin. Komm, noch einer. Gleich schieß ich, ne? Ja, müsst ins Gesicht aimen. Ja, ja, versuch ich schon die ganze Zeit. Boah, wie der aussieht. Jetzt verliere ich aber auch Leben. Das ist zu kalt hier. Ich hab halt so viel Hunger, ne? Ja, Prepper, wissen wir. Wir haben, wie gesagt, gestern schon ein bisschen gespielt. Wir pullen wir. Wir müssen langsam an dem vorbeilaufen, aber ich mach das auch nicht. Ich glaub, das sind zu viele Klamotten. Warum? Es gibt tausend verschiedene Tarnmussen. Ja, ja. Das ist mal Customization, so. Du hast Milaun weg. Ja, von dem einen Mop-Pack sollten eigentlich nur die beiden Helme rein. Die beiden Masken. Also, mein Hunger ist jetzt auf jeden Fall auch rot. Genauso wie mein Leben. Habt ihr nichts zu fressen? Nee. Ich hab jetzt einen Apfel gefunden. Ja, wartet doch. Sagt da, warte. Kommt her. Da hinten. So, einmal. Getrocknete Birne. So. Dann hab ich hier ne Dose, die kann ich mal eben aufmachen. Warte, Mila. Ich geb dir die andere Hälfte. Ich hab noch zwei Dosen. Wir müssen auf jeden Fall mal looten komplett hier. Und uns hochpusten. Dose Nummer eins. Wir sind grad unten an der Küste noch, ne? Wir werden sterben einfach nur. Oh, mein Leben blinkt. Ja, wenn du umkippst, wir ziehen dich hoch. Space Monkey ist einfaches Survival-Spiel. Plus PvP eigentlich gegen andere Spieler und so. Ja. Dankeschön. Hier ist ne Birne. Bitte schön. Aber die sieht nicht mehr so gut aus. Verdorben. Nee, essen wir nicht. Alle drei Pfeile nach oben. Aber mein Leben geht trotzdem runter. Ja, weil kalt ist wahrscheinlich. Nee. So, weiter geht's. Ich muss auf jeden Fall wieder Essen für mich finden. Oh, 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 oh. Hä? 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 Ich bin mit im Sack. Hilfe gleich. Warum hab ich grad dreimal gesagt, lass mal ein Feuer machen, bitte. Das Ding gehen wir hier in den Ort rein. Alter, wir holen mich halt richtig weg. Kommt zu mir gelaufen. Nee. Hab ich, hab ich, hab ich. Habt ihr, Alter. Blöde Oma. Verdorben. Oh ja, bei mir geht hoch, bei mir geht hoch. Hier ist noch ein Apfel. Ich bin wieder gelb. Oh, das ist eine getrocknete Äpfel, die ich anhabe. Oh, die ist kalt, ne, Nick? Die macht Wärme, ja. Getrocknete Äpfel kann man... Hier ist noch ein Apfel, Giffy. So einen Busch zerschneiden. Kann man getrocknete Äpfel bedenkenlos essen? Ja, kann man. Lass mal in irgendein Haus reinsetzen jetzt hier, bitte. Wir haben ein paar Büsche klein. Ich versuch's jetzt noch dreimal, dann hab ich keinen Bock mehr. Oh, hier ist Dosen-Spaghetti. Das ist halt das Ekelhaft an Daisy, ne? Da mit diesen... Ja, ich land halt die ganze Zeit in so... Ja, aber wir machen nicht so eine White List, dass jemand bewerben muss und so. Einfach nur kurz anschreiben und gucken. Dann gucken wir, wer der ist aus der Community. Und wer Faxe macht und meinen Kill on Sides zu machen, nur so einen Scheiß hat er wieder einfach ausgeschlossen. Wir machen ausgründlich, äh, ausführlichen Background-Check, polizeiliches Führungszeugnis, alles. Machen wir, nein, ich glaub nicht, dass wir den App machen. Bleib stehen, Mila. Hast du noch Hunger? Ich? Ja. Nein, nein, alles gut. Was seid ihr jetzt? Geh mal ne Tür, Mila. Hier. Da, okay. Okay. Diese getrockneten Äpfel bringen Faginix. Und halt. Warte. Ach. Hier. Vitamine. Brauch ich jetzt. Ich glaub hier ist kein, kein richtiger Ofen drin. Wir müssen woanders rein. Achso, okay. Nehmen wir mit. Hier links, das würde gehen. Geh mal. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh. Du wirst öffnen. Dann wollte ich... ...wecker da dran platzieren. Dann wollte ich die Sonnenbrunnen wieder an den Weg. Hat jemand Munition gefunden durch Zufall? Ich hab Munition. Welche brauchst du? 545x39. Hm. Wer hat direkt ne AK gefunden. Hau rein. 545x39? Ja. Oha. Korrekt. Kommen sie her. Hier ist warm. Hat noch wer was? Von so dieser Munition. Und hier ist auch noch was. Oha. Korrekt. Dankeschön. Ne. Ich hab 380er ACP, 22er LR und 375er. Ich brauch 772. Ich brauche Lucky nicht fragen, ob du mitspielen darfst. Jeder darf mitspielen. Wer fragt wen? Ne. Lexi hat im Chat gefragt. Der Server wird halt einfach nix für Schwitzer. Ich sag euch das schon von vornherein. Der Lexi, ja. Mein Chat schreibt dabei. Ich schreib ihm nicht an oder was. Der darf nicht mitspielen. Mhm. Der rufen an, ne ne? Ja, der ist an. Küsst mich gar nicht mehr. Wo habt ihr Feuer gemacht? Äh. Ach da, ich sehe das aus, ich sehe das aus. Ja. Hat jemand Vitamintabletten oder Kohle, äh, Dings? Ich hab Vitamintabletten, ja. Katze! Kannst du mir eine schieben? Ähm, bist du das hier? Ja. Okay. Katze, bist du dumm? Hör auf jetzt damit. Dankeschön. Oh, Nervensäge. Du küsst es jetzt voll mit meinen Leichen. Katze, ich hab Zucchini für dich. Ich hab genug Essen. Ne, Zucchini Samen. Du bist doch hier der Gärtner-Freak. Ich esse jetzt erstmal die ganze gedrucknete Scheiße. Seid ihr noch beim Feuer? Ja. Ja. Das ist egal, ob's komplett lost bist. Du fängst einfach an und dann gehst du einfach looten und guckst, dass du überlebst. Und wenn du genug Sachen hast... Ja genau, vielleicht findest du ja dann auf so einem Server jemanden, mit dem du rumrennen kannst und so. Die Stadt, wo der kleine Hafen mit dran ist, ist relativ in der Mitte unten an der Küste, richtig? Mila, ich brauch Tapette. Äh, der kleine Hafen dran. Ich könnte. Ah ja, das ist Elektro. Ja, müsste, ne? Mit den Hochhäusern im Hintergrund, ja, ne? Ja. Okay. Na ja, bin ich zumindest fast um die Ecke. Ja. Wir sind, glaub ich, weiter rechts von Elektro, oder? Ne, also vorhin warst ja noch nichts von... Wir sind westlich von Cerno. Ich vermiss meine Landmine. Mit der war alles besser. Geil! Latex-Leggings. Bist du? Mh. Baby, uh, oh du kaltes Sau. Wow! Ne, zieh die wieder an. Ne. Ich hab nen Knebel, zieh die wieder an. Okay, okay, okay. Don't bend me, please. Boah, Nick hat ja schon nen Helm zu seiner Hose gefunden. Ja, ja. Geil. Das ist der Mandalorian-Helm, das ist der Weg. Guck mal meine Weste an. Auch geil. Bleh! 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 Die Maske an. Ich hab meine Klappe. Dankeschön. Gutschön. Halt die Klappe. Ey. Alle Kranke, geht weg von mir. Ne, mit Pils, hier kannst du nicht schoinen. Katze, bist du doof, geh weg. Komm, Bagheera, du nervst richtig. Ich hab jetzt keine Zeit zu spielen mit dir. Du sollst den Schuss jetzt in den Kampf mit dir ab. Wollen wir irgendwen fesseln? Nö. Jotti, kann ich dich fesseln? Nö. Mit Klebeband? Nö. Kann man das denn einfach wieder abmachen? Nö. Nö. Hast du dich gerade selbst gefesselt? Hast du dich gerade selbst gefesselt? Lass den hauen, komm. Nein, nicht hauen, hallo. Doch, hauen. Hey, nicht hauen. Guck mal, ich hab Spaghetti in der Hand. Nicht mit Dose, das tut weh. Irgendeiner fehlt doch jetzt schon wieder. Der Luki. Pack ich euch nicht. Oha. 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 Sorry, dich schreit bitte. Ich geh. Oha. Lass mich mal zum Feuer. Können wir uns vertragen? Ja, okay. Komm her. Okay. Warte. Gibt es hier Umarmung? Ne, ne? Hier. Warte. Los, komm. Guck mal, was ich hier hab. Oh. Ey, wir chillen noch gerade, ne? Schaut, die denkt dran, du musst noch singen. Oh, ja. Alter. Aber soll ich singen? Ähm. Nur mal meine Handschuhe an, die sind blutig. Weil ich dir das morgens mache. Kannst du den Song von Sailor Moon? Oh, ne. Warte mal. Oha. Äh. Ich könnte Dings. Äh. Ich kann zwar nicht rappen, aber ich könnte das Rappen von Rakim, was er gemacht hat wegen meinem Autor. Du willst rappen? Ja, aber ich kann nicht rappen. Lass es lieber. Du blamierst dich, Schaudi. Ich weiß. Ich blamier mich so oder so. Hau mal raus. Den Knebel, Junge. Ach du Scheiße. Ich bin der Schaudi, ey, jo. Oh, Mila hat mich wieder gesund gepflegt. Also ich kann nicht rappen, ne. Aber ich mache es trotzdem jetzt. Du wirst jetzt wegcringen an deiner Stelle. Ja, auch. Aber richtig. Du schau mal die Clip-Taste. Äh. Ja. Clip mal direkt. Wie viel? Acht Zeilen? Reicht? 16 Bars, Junge. Feuer über Deutschland. Oha. Okay, ich mache erst mal 4. 1, 2, 3, 4. Alles voll dumm ohne Musik. Also. Ja, mach mal. Nein, nein. Ich klapp die Motorhaube hoch und die Sonne rippt auf. Ich hab mir eine Träume erfüllt und mir Godzilla gekauft. Du machst auf Deep, auf deinem Auto steht das Sky is the Limit. Äh. Und steig bei mir schon auf Fabgas die Motordrehzahl in den Himmel. In meinem Auto kommt deshalb nur die allerfeinste Ware. Das ist auch der Grund weshalb ich kein Gewindefahrwerk fahre. Egal ob Tacho, Block, Twins oder Ladeluftkühler. Nesmo ziert die Apparate. Hier ist gar nix wie früher. Es macht Brrrrm, denn ich trete aufs Gas zu Lappen. Mach mal Platz da. Auf der Überholspur ist kein Platz für deinen Mazda. Schau auf den Kleinen. Äh. Schau den Kleinsten der. Ach. Ich bin raus. Fuck. Hättest du besser mal dein Geld im Matchbox Autos gesteckt. Dein Kirmis Tuning ist weg. Bringt dir fast nix am PS. Zieh ich vorbei. Du stehst denkst. Denn... Fuck you. Ich bin nervös. Halbe Deutschkurs, Junge. Ist vorbei? Nee. Dein Kirmis Tuning ist weg. Bringt dir fast nix am PS. Zieh ich vorbei. Denkst du? Du stehst nennst Matrix Effect. Denn... Denn von deiner Matrix im Bett ist die Bitch mal wieder horny. Frag wer denn der Schnellste ist. Sagst du denn Pisse ist die Shorty. Das war's. Ja. Ich kann nicht rappen, von daher... Achim kann das besser, deswegen hat er's auch gemacht. Ja, kann man aber mal klatschen. Ich esse übrigens grad Waffeln. So, wo seid's denn ihr jetzt genau? Aus dem Toaster? Ich mein auch in... Baleto oder wie das heißt. Balota. Unterhalb von... Also links von Balota in der Stadt drin. Also in der Stadt nicht mehr im Airport, ja? Genau, genau. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Ja, Airport bräuchte ja auch gar nicht gucken gehen, wenn ihr da schon wartet. Schlimmer konntest man nicht machen. Auch da liegt noch. Oh. Aber hey Chat, ich hab zu danken. Denn wegen euch haben wir noch das gerissen. Und ich bin finale Winner. Wegen Vote. Zeig's aber mal, wenn du das Fotoshooting hast. Die Bilder auf Instagram und so, ne? Ja, mach ich, mach ich. Ich mach das aber erst im Frühjahr. Aber ich hab das irgendwann so auf, keine Ahnung, April oder so. Werd ich das denk ich machen. Wo ist denn der Nick? Hier. Oder sitzt du hier? Warum? Wie solltest du da bestimmt in der Nähe? Geh dir doch mal entgegen. Ich renn. Ich renn. Oh Gott, ein Huhn. Ähm. Unten am, an der Küste bei Balota rum. In dem Haus. Dem Huhn kannst du mit einer Schaufel hauen. Ich will den aber nicht hauen. Warte mal, hier vorne ist doch ne Dings, ne? Oh, mir geht's wieder besser. Ja, doch, wir können die Porten, aber das wär ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst den Spielspaß rauben, ne? Wenn wir sowas machen. Oder erlaubt der Chat, dass wir die Salty ran porten, sonst finitieren. Ah, ich bin doch ums Eck jetzt. Ach so. Also, wenn ihr jetzt in der Stadt drinnen bleibt und nicht weglaufen, dann bin ich schlechter. Ja, wir bleiben in der Stadt, wir warten. Wenn du gerade gar nicht im Kopf hast, so wie das aufgebaut ist, findest du das auch nicht. Gibt's eigentlich irgendwas Neues? Also, Gebäudemäßig? Hallo? Ich glaub, du kannst jetzt alle möglichen Gebäude betreten. Aber so komplett neue, neue Städte oder so, gibt's nicht. Es gibt ne TZ-Base oben. Okay. Keine Ahnung, ob du die schon kennst, ist aber schon... Nee, ich hab... keine Ahnung. Guck mal, wo waren denn Mittelfinger? Wie sieht die denn aus? Ich glaub, das letzte Mal vor zwei Jahren oder so mit euch. Nee, ich... ewig hier... Wie ich gar nicht mehr mit dem Ding schießen würde, ne? Was ist denn du da? Ich soll die Map kennenlernen. Ich kenn die Map. Na, doppelläufige Shotgun. Oder mit der AK hier. Port und Godmode für Edel. Selbst dann würde der sterben, glaub ich. Nein. So schlecht ist der Edel nicht. Ich kann schon verstehen, dass das extrem schwer ist, wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, dich hier zu orientieren. Ja, ja. Und damals, als das Spiel rausgekommen ist, war das ja auch noch ganz anders. Man hat ein bisschen Elektro gewesen, da waren da alle Leute. Du konntest dich rumprügeln und so. Was ist das? Was ist das? Was ist ein Arctic Plate Carrier Pouch? Ist der irgendwas für ein Rucksack, oder? Ja, das ist ne Tasche für, ähm, ne Weste. Ach, für ne Weste. Okay. Nehm ich mit. Oh, oh. Amila, bist du noch in der Hitze, in der gelben? Ja. Amila. Vitamine, Vitamine, Vitamine. Ich hab immer noch Virus. Dir auch. Ich nehm schon ganze Zeit. Danke. Bitte. Auch Tabletten hast du, Mila? Äh, Vitamintabletten. Nur die? Nein, ich hab noch keine Lagenkiste, ich weiß. Und vorhin hatte ich noch irgendwelche Teriyaki-Tabletten oder so. Schinken-Teriyaki. Ähm. Ja. Und die haben auch nicht geholfen. Mit nem Weißen. Eigentlich, wenn, von den Vitamintabletten müssten eigentlich so sechs bis acht Stück reichen. Wenn du die im Abstand nimmst. Also, ich hatte irgendwie 30, jetzt hab ich noch 16. Okay. Okay. Ja. Ich bin übrigens am Brunnen. Sollten sie nicht unbedingt damit übertreiben. Famila, folg mir. Mhm. Hat jemand, hat jemand noch ne Wasserflasche übrig, die er abgeben kann eigentlich? Hab keiner? Äh, ich hab eine ja, kann ich dir gleich geben. Mal. Mal. Um fair zu sein, Schordi, ne? Eine. Deine. Deine Weste, die du hast, äh, hatte ich glaube ich vorher auch gefunden. Was kam bei Cardi? Und da war die Wasserflasche, guck mal, hinter dir. Oh, ach, wie zu du. Da war die Wasserflasche hier dran. Wir warten auf Solty und dann gehen wir weiter. Ich bin gar nicht da drin. Ich bin hin, lauf ich hinter dir oder nicht? Nö. Achso, Jeff geht das Funkgerät um. Ja. Ich bin da mit dem Funkgerät. Tagsam. Hier ist ein Fass. Geht zum Dings, ne? Geht euch trinken holen. Gab's denn einen großen Lagerheim beim Airport irgendwas? Lohnt sich das da rein zu rennen? Ne. Wird. Bei 1 Cent war noch überall so ein bisschen Loot, da kannst du mal gucken. Ja, in die Zelte guck ich, aber ich muss jetzt nicht unbedingt da rein rennen, wenn da nix ist. Oh, Mila, da hast du mich gut gebatet. Oh, wo ist der Brunnen hier? Neuer Hardware ist da, freut mich für dich. Oh, Luki, ich hab was für dich. Oh, der hat gebackenen Bohnen, hat der bei. Das ist gute zu mir, Lothar. Ja, ja, ist sie auch, ist sie auch. Wo bist du König? Oh, dann hast du Maske. Ja. Ich bin jetzt gleich vorne auf der Straße. Ich hab Müll. Ich bin immer noch kurz in den Zelten am Looten. Ich bin gleich weg. Ich bin auf der Straße. An der Hauptstraße. Ich such den Brunnen. Ich such den Brunnen. Ist der Brunnen an der Hauptstraße? Ja. Hier, falls irgendwann mal Sommer wird. Ah, ich seh euch. Hä, 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 hä. Alles gut. Ein Hawaii-Hemd? Guck mal, hier liegt ein Apfel, ne? Und keiner nimmt den mit. Und gleich schreien alle wieder, ich hab Hunger. Die ganze Zeit schon Äpfel und so. Guckt euch die Bäume an. Da drunter liegen. Neh, mal. Hier ist ein Tor. Warum mach... Wollte demonstrieren, dass ich sportlich bin. Aha. Auch. Oh Gott. Verbruch ruhig deine Energie und dann hast du gleich wieder Hunger. Was? Irgendjemand bruch Hilfe. Ja, ich pull gerade. Moment. Oh, lauf. Komm von dem Haus, wo wir vorhin drin waren. Mit dem Feuer. Ja, lass die auf der Straße gehen. Obwohl, ich glaub ich hab nur noch eins. Ich glaub es... Ich glaub es gibt Mods für Singleplayer. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das speichern kann. Weil ansonsten kannst du dir bei Nitrado einfach für 4€ im Monat einen Server holen und dein Passwort drauf klatschen. Kannst du für dich ganz alleine spielen. Ich mein 4€ sind jetzt auch nicht die Welt, ne? Brauch irgendeine Jeanshose? Will wir die Schaufel mitnehmen, ansonsten lass ich die hier liegen. Ich hab geile Schuhe gefunden. Guck mal, meine Schuhe sind auch kaputt. Uh. Ah. Die Schaufel ist eh kaputt. Oh. Ich hab weiße Schuhe. Wow. Wow. Mhm. What are those? Ich war natürlich. What are those? Ey, ich sag echt. Ich hab auf jeden Fall Feuer, wenn ich bei euch bin. Ich bin halt tot. Schau dir hier. Wasserflasche. Oh, merci. Steht ihr in der Mitte von der Stadt oder an der... Ja, wir sind auf der Straße. Joa, dann... Wart mal, brennt das Feuer noch da drüben? Hey, Leute. Hey, Leute. Hey, Leute. Hallo, ich seh euch. Oh Gott, was mach ich denn da? Sehr auf, Alter. Ich bin gelettet auf die... Weiß ich wie ihr seid da mit der Korn? Ja, der rennt nicht mehr. Au. Hallo. Hi. Die rennt ein von uns vorbei. Ich weiß nicht, wie man... So, was brauchst du? Essen? Äh, erstmal... Ja, das geht tatsächlich. Ich brauch Feuer. Willst du Vitamintabletten? Hier, bitteschön. Ich geb dir erstmal eine. Mela krieg ich einen. Nein, ist kein PvP-Server. Wow, Feuer. Feuer. Danke. Also, ich will auch nochmal für ein Feuer. Ja, mir ist kall. Dann lass doch mal das Haus zurückgehen. Lass doch noch an, oder? Ja, dann lass einmal noch kurz. Aber dann lass weiter. Wir verbringen so viel verschwendete Zeit hier, Alter. Ich will ab in den Noren, endlich. Sollte, brauchst du einen Rucksack? Nee, hab ich. Okay. Ich brauch nur wärmere Klamotten, sonst bin ich tatsächlich, was Platz angeht, sehr gut ausgerüstet. Dadurch, dass ich dieses Carrier-Ding gefunden habe und die Weste. Das war noch. Das war noch. Guten Abend, Valenzo. Tagsam. Tagsam. Ihr Feuer. Ihr war schon richtig da drin, dann mussten wir das nur wieder anmachen. Hier sind schon wieder überall Äpfel, ne? Bartex-Legends. Ja, ich sammle auch schon. Foy-Foy ist aus. Wie geht's euch denn, Chat? Follt ihr euch schon auf Silvester? Guck mal, neues Holz. Mach deiner Foy-Foy an. Also ich feier Silvester ganz klein zuhause ohne Raketen, ohne alles. Der Solti ist krank. Müssen sie töten. Nein! So bin ich. Nee, ich hab gar kein Krankheitssymbol. Obwohl doch, das ist ne Pille. Und die Miele hat ne Leggings an, Alter. Ja, weil du gewöhnt hast, wurde es von Miele. Ach so. Ja, nee, dann bin ich nicht krank. Dann ist mir tatsächlich nur kalt und die Gesundheit steigt, äh, Siegenteil. Essen und trinken und so geht noch. Aber Rat, die alleine zuhause chillen ist kein Ding. Ich hab ne Wasserflasche gefunden. Ich bin richtig gut ausgerüstet. Ich hab auch immer gedacht, das wär voll scheiße, wenn man allein zuhause ist, Silvester und so allangern feiern, aber das ist gar nicht so schlimm. Nimm dir das einfach als ganz besonderen Tag nur für dich, Alter. Und chill einfach den ganzen Tag. Guck dir abends richtig geile Filme an. Vielleicht gehst du vorher noch oder jetzt einkaufen und kochst irgendwas geiles. Einfach daddeln oder Filme gucken, Mann. Oder TeamSpeak kommen. Zu uns. Das werden wir, glaub ich, die Pforten öffnen. An den Abend. Ohne Feuerwerkskörper, Silvester. Kacke, Mann. Scheiß doch die Feuerwerkskörper. Das werden wir mal sortieren. Gürtel. Buchsam. Mit der Chef für Papa, was guckt denn der? Nehm ich mit. Komme. Ja, noch ist dann das easy was sortieren. Wir brauchen Feufeu. Ja, ich mach Feufeu. Kann man da drauf hähnchen Dings machen? Mietchen. Mietchen, yum, yum, yum. Sieht alle voll schick aus. Sieht aus wie der übelste Kakao. Ja, du findest gleich auch Sachen. Ja, Trouble. Ich hab alles genommen, was ich finden konnte. Vantage. Ich bin gleich wieder da. Anzünden. Taktam. Taktam. Nachher in die Runde. Jetzt ist an. Nähe. Wehe einer, klot mein Hühnchen da oben drauf. Nöööööööööch. Mach mal. Oh, fuck. Ich hab keine Bandagen. Kann man sich noch Racks machen aus T-Shirts und so? Geht das mal? Ja. Ja, ich mach grade. Achso, der macht doch diesen ... Ach, wie nennt man das hier? Einfach was in eurem Metall ist, was gefroren ist, vor das Feuer legen. Wir haben eigentlich schon ziemlich viel erlebt, ne? Wie bitte? Alle gefrorenen Sachen vor das Feuer legen. Hilft das nichts, wenn das bei mir ein Rucksack ist? Nein. Das ist gefroren. Ja, pfff. Weiss ich. So, zweimal trinken, zweimal essen, habe ich schon gelegen. Nicht klauen. Es ist Aral. Ne, ich esse das ja sofort, deshalb koche ich das. Oder backen. Warte mal, die Äpfel und so kann man auch backen, ne? Bier. Natürlich kann man das. Wir haben aber keinen Kochtopf. Und alle machen sich hier breit. Ich hab mir schon so klein gemütlich gemacht, ja. Kann man Äpfel räuchern? Ich back den. Ich koch den. Ja, da kommt richtig Rauch aus dem Schornstein-Volge. Ja, ja. Ja, wir sind ja hier nicht in der GTA-Pommes, ne? Ah, ja, 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 ja. Aber wer will sich jetzt Blut annehmen? Gefriert das Wasser an den Feldflaschen, ah, huh? Ja, überall. Ja. Okay. Wenn du es am Körper trägst, nicht. Aber wenn es einmal aufgetaut ist, dann ist es aufgetaut. Okay, die ist sowieso leer. Die müsste ich erst mal auffüllen, dann auf einem Brunnen. Oh, ich hab einen gebackenen Apfel. Ah, bist du Fieber? Nela? Ich, ich check, ich check mal kurz. Bei mir oder bei mir? Bei dir. Ah, 35,5. Nein. Alter, das ist nicht gut, oder? Ich will irgendeine getrocknete Äpfel haben. Ich hab ganz viele. Eigentlich nicht. Wieso ist denn mir so kalt? Kannst du mir Tapette geben? Tapette? Wie hast du die Äpfel getrocknet oder hast du die gefunden? Ich hab die gefunden, die Äpfel. Kannst du auf dem Ofen trocknen. Ah, okay, okay. Kann mir die Frage jemand beantworten? Was denn? Warum mir so kalt ist, obwohl ich dick angezogen bin? Ja, weil es Winter ist. Ja, aber ich hab 35,5 Grad. Du hast zum Beispiel keine Handschuhe an und so? Ich hab keine. Ich hab keine. Das heißt ja nur, dass deine Temperatur runter geht oder so bleibt, wie sie ist. Du fielst doch nicht. Ne, Mila hat gemessen. 35,5. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist gut. Klar ist das gut. Aber die ganzen Sachen, die ich habe, sind so geil, Alter. Ab 39 schon. Ab 35,5 ist schon ein bisschen niedrig, aber nicht unbedingt super niedrig. Ich hab 36. Ich hab 36. Ich hab mir nur ne Pepsi rein. Deuter Tinktur. Hallo, ich möchte gern weiter. Können wir los? Ja, wär ich auch für. Jaaa. Ich hab keinen Bock mehr hier zu hängen. Jaja, der Chick ist immer nur ne WB-Pommes. Und die anderen sind in ne Rainbow-Pommes. Alle machen grad bisschen. Und einige sind in ne Rust-Pommes. Oh, die sind mal runtergefallen. Oh, die sind mal runtergefallen. Oh, die sind mal runtergefallen. Ich hab gedacht, du schmeißt den Moll hier, Alter. Fehlt jetzt einer? Wo ist Lucky? Ich bin hier. Tag, Tom. Hallo. 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 Wie viele wir jetzt geworden sind, Alter. Drei. Ja, MDK lag daran, dass ich krank war. Drei. Ja, ja, Nick, die ist am Arbeiten und so, ne? Aber gestern haben wir schneller krasseres Zeug gefunden, ne? Bruder, wir sind erst an einem Militärplatz gewesen. Ja, aber ich war gestern auch... Gestern? Ich war gestern. Ja, wir sind von oben nach unten, von oben nach unten die ganze Zeit. Ja, aber gestern... Das ist klar, dass erstens ne andere Map war und zweitens hat Nick den Loot hochgedreht gehabt. Ja. Haben wir den Standardloot? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Viel mehr besser. Oh, ich bin ja krank. Gesundheit. Dankeschön. Zolti sieht halt aus wie so ne Medizinfrau. Ich seh aus wie der übelste Vollbob. Also ich hab ganz viel, ich hab ganz viel Mediczeug mit, ne? Ja, das brauchen wir auch gleich. So, IV-Kids. Ich bin mal gespannt, wann der Schneesturm kommt. Ja, wenn der Schneesturm kommt, dann sind wir am Arsch. Am Arsch. Warum krieg ich meine Dose eigentlich mit meinem Messner nicht auf? Weil der da stehen bleiben muss. Aber das hab ich vorhin schon versucht, dass das auch nicht funktionieren. Du musst halt besser auf die Dose ziehen und die Dose nehmen. Ja, ich war... Ach, in die Hand. Ah, alles klar. Ja, ja. Ja. Bitte warten Sie. Bye, bye. Geh, macht mal ruhig. Ich sichere ab. Ich auch. Das ist der Weg. Ich hab 20 Schuss. Genghis Khan weigert sich Indien anzugreifen, nachdem er einem Einhorn begegnet war. Er sah diese Begegnung als Botschaft seines toten Vaters und zog seine Armee zurück. Was denn hat schon wieder geklaut? Hä, warum ist die das nicht? Du musst die Dose auch in die Hand nehmen, ne? Ja, die ist immer ran. Und du musst festhalten. Linke Maustaste. Sie steht da so ein Haupt mit der Dose so in die Luft. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr gespielt hab, Mann? Lass mich. Beim Essen kannst du laufen. Ach so. Du meinst, beim Laufen kannst du essen? Nein. Milan lacht, die hat vor zwei Tagen auch noch so gespielt. Nein, ich lach wegen Lucky. Küss den doch. Küss den doch. Ich hab nichts gemacht. Sehr albern. Oh, der schräge Rucksack ist so cool, ne? Küss den doch. Der ist geil. Mach ich auch. Mein Funkgerät ist auch cool. Küss den doch. Küss den doch. Hallo, wo bist du so schnellst heute? Ich hab gesprintet. Soll ich dich boxen? Du mit deiner Leggings im Winter? Leggings hält. Das ist ne gefütterte Leggings. Auch so hält ein Leggings tatsächlich wärmer. Ja, weil die behaartige Füße hat. Ne Thermoleggings. Hey, fuck you. So Handschuhe. Curtis wollte seine ja nicht anziehen. Hier geb ich keine Vitamintabletten mehr. Doch. Curtis bekommt keine Vitamine mehr. Wollt ihr nur reingucken in die Häuser? Guck schnell rein. Ich guck eben rein. Pascha. Denkt dran, Leute. Anglerhut? Ne, besser nicht. Im Winter vielleicht nicht so gut. Genau, das hab ich gesucht. Oh. Ah. Wow. Oh. Wow. Oh, Vögel. Irgendwo ein Hähnchen. Ja, hab ich auch gehört. Ich möchte diesen Cowboyhut haben. Eine tote Bin. Einige Zombies auf der Straße. Cowboyhut will ich auch. Oh. Aber ist glaube ich nicht so ne gute Idee. Ne, ne, ne. Wegen Kälte. Der ist nicht gut isoliert. Warte mal, ist der grad ein Alarm an der Gang gegangen? Oder war der halt ein Vogel? Ein Vogel? Ein Vogel. Ein Halbphänchen. Halbhaan. Heile gefunden. Geil. Ich hab Fingergloves. Ich hab nen weißen Pullover gefunden. Aber der ist schon demoliert. Ich hätt gern Handschuhe. Aber ich hab gefunden welche für dich. Handschuhe. Kannst du kurz einpacken? Ja. Ich hab ne Usanka gefunden. Und nen Shirt. Ich hab ne Strickmütze für irgendjemand. Nimm mich mal mit. Also Strickmütze hab ich. Ich bräuchte halt. Was magst du denn tun von ne Marmelade gern? Ich bräuchte ne bessere Hose tatsächlich. Ich hab nur ne moderat isolierte Hose. Da bräuchte ich noch was besseres. Okay. Das ist meine überhaupt isoliert. Sehr gut isoliert. Aber wir müssten doch hier schon rechts, oder Lucky? Boah, ich hab einen Schraubenzieher. Aber die Polizeistation ist woanders. Die Polizeistation ist hier geradeaus. Sie ist geradeaus. Also müssen wir hier schon rechts, oder? Geht er nicht? Zombie-Agro. Brauch einer Wanderschuhe? Storty? Ja, 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 ja. Alles was gut isoliert ist und sehr gut und so. Alles zu mir. Ich hab richtige Trash-Klamotten. Hm. Warum gehst du denn noch bei Kick einkaufen? Nee, hab kein Geld. Boah. 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 Oh, oh. Mal schnell die Tür zu. Oh. Bitte schieß nicht. Ja, Nick, nicht schon wieder aus Versehen schießen, ne? Nick, ich hab was genau gesehen, ne? Was denn? Halt zum Maul, Nick. Lösch dich einfach. Ich blute. Ich blute. Hilf mir. Wie du blutest. So ein Assi, ne? War aber. 5 Stunden lang gefressen und der hob mir wieder das Leben runter, Alter. Ich hab die vernichtet. Ich hab die vernichtet. Ist schon jemand in der Police gewesen. Ich bin in der Police gerade. Oh, cool. Ich hab leider schon ne Weste. Doch. Spottet. Danke für die Resubs 7. Und Unicorn, danke für die Resubs 19. Und Suki, Suryo, Crystals, Flappo, Shirox, Flyingstar, Dice. Ich hab ein Zeltdach gefunden. Ich hab ein Wagenzelt. Was ist dein Zeltdach? Ich hab ein großes Zelt dabei. Oh. Ah so. Da stehen 3 Zombies vor der Polizei. Ich bin hier oben. Oh. Das. Ich bin halt komplett hier reingeschlichen. Ja, aber du machst oben drauf Steps. Ah so. Soll ich dir die da wegpullen, wenn du zur Tür gehst? Ich hab schon beim Munizieren gefunden. Die laufen schon außen rum. Das bringt dir nix. Dann pull die mal. Ich bin an der Tür und hab 3 oder 4 Zombies. Oder soll ich die Warte nicht pull die? Ich pull die. Ich hab sie gepullt. Jetzt kannst du raus. Mila. Hm? Soll ich dir helfen, die du kill? Nein, nein. Ich schau nochmal. Soll die. Du bist ja mir vorbei gerannt. Ich würd die Schuhe geben. Okay, okay die. Ich leg dich hier auf die Straße hin. Wache isoliert. Komm her, alter Sack. Das ist ein Bulle. Das heißt Polizeibeamter, ja. Sorry, das sind Polizeibeamter. Aber der ist tot. Ehemaliger Polizeibeamter. Will wer ne doppelläufige Shotgun haben? Sollt die? Nee, ich kann eh nicht schießen. Das wird nix. Ich schieß euch tot. Nö, nö. Irgendwer anders hier? Was für ne Waffe? Doppelläufige Shotgun. Ich hab eine. Ich hab Shotgun-Munition, falls jemand braucht. Die brauch ich. Okay, dann bitte einmal zur Straße kommen. Jawohl, Ma'am. Mahlzeit. Willst du die Shotgun haben, Mila? Nö, nö, nö. Ich brauch sie ja nicht. Dann leg ich sie jetzt hier hin. Ey Flange, wie kommst du denn jetzt auf den Lange? Wegen Polizeibeamter. Hier ist noch ne Tarnfleck Balaclava, wenn irgendwer will. Mahlzeit. Komm. So, bitteschön. Ich danke sie. Ich bitte sie. Ähm, ich komm mal zu euch. Ich dropp mal alles, was ich nicht brauche. Wie viel hast du jetzt, Lucky? Äh, hier. Zack, zack. Handschuhe. Ist gut. Cowboyhug. Wer will ein Cowboyhut? Da liegt immer Cowboyhut. Ist zu kalt. Na ja, der schwach isoliert. Echt? Hallo. Laufen wir jetzt rechts die Straße hoch oder weiter? Ja. Nein, wir laufen rechts die Straße hoch. Folgen sie. Aber Zoldi... Die Gasmaske ist gut isoliert. Ja. Ich hab aber ne Balaclava und... Die sind dumm, die brauchen wir zu lang. Äh, Mike, danke für den Prime 17. Hab ich irgendjemanden vergessen? Also möge er sich melden wegen dem Sub. Und wenn ein Danke dafür möchte. Natürlich danke ich euch so schon, ne? Oma, Dankeschön für den gesetzten Sub und Schmili. Ich hoffe euch allen geht's gut und allen einen wunderschönen guten Abend. Wir sind in den DayZ-Pommes. Wir machen ein bisschen Survival-Dings. Und für die, die weinen wegen GTA-RP, kommt auch bald wieder. Geärgere. Habe. Habe. Das ist echt ähm... Das ist echt ekelhaft. Muss man ehrlich zugeben. Wenn man monatelang jeden Tag das gleiche spielt, da wirst du verrückt. Hier sind immer coole Sniper-Gewehre drin. Habe ich gelernt beim... Habe ich nicht mitgenommen? Hallo, Froze. Ja, Valentin, so das stimmt. Wenn ich jetzt mal guck... Zweieinhalb Stunden sind wir schon am Stream. Das ist unfassbar. Das kommt mir vor wie zehn Minuten. In GTA ist das immer... GTA ist allgemein ganz komisch. So, da spielt man gefühlt fünf Stunden, guckt auf die Zeit und eine Stunde ist erst vergangen. Ich glaube, wenn man da nicht so viel zu tun hat und meistens im Kreis steht. Und dann quatscht und Sachen klärt, telefoniert, irgendwo hinfährt, wieder irgendwas klärt. Dass er dann endlich mal knallt oder irgendwas passiert. Das ist halt so Langzeit. Langzeitspiel. Matsu, Dankeschön für den Prime 16 und Nippel, danke für den Prime im vierten. Mahlzeit! Ui, das brauch ich. Oh, so hat will der links... So hat will der Chorty bestimmt. Ist cool. Chorty? Ja? Bist du? Alter! Das ist cool. Bist du da ganz hinten? Nee, hier, du bist an mir vorbei mit dem grünen Poncho. Hier, du machst immer gerne einen Cowboy. Ey, howdy, Bonner! Aber ich... Nee, ohne Hut ist scheiße. Find GTA auf Dauer halt turbo langweilig. Ja, wird auch langweilig. Aber ist... Aber es lohnt sich, dass man eine gewisse Zeit Langeweile hat. Weil es entwickeln sich Sachen und dann geht's wieder ab. Manchmal ist im LP auch einfach ein Charakter oder eine Gruppe durchgespielt, ne? Ja, Häuser, wir sind alle auf einem Server. Hast du eine neue IP reingemacht? Nee, nee, gleich. Hallo, Pipi! Hallo! Passwort ist auch noch gleich. Muss alle fünf Metern Apfel essen, ne? Hallo, Pipi! Ja, wie habt ihr denn das mit dem Essenloot gemacht und so? Weil es ist schon... Das ist Standard so. Das soll ja auch schwierig sein, aber wenn du weiter inland gehst, findest du mehr Zeugs. Gibt's hier genug Tiere zum Abmurksen? Ja, ja, ja. Abmurksen, hallo? Jagen! Halal! Halal! Halal? Ich glaub, wir sind falsch, Lucky. Wir hätten einen weitergemusst. Nein. Okay. Ich glaub, ich weiß, wo du hin willst. Das sind wir richtig. Ja, du weißt... Genau, mit dem Krankenhaus und so in der Mitte. Mhm. Ich glaub, ich weiß auch, wo ihr hinwollt. Ey, aber so mit Schnee, ne? Ich hab absolut keinen Plan, wo ich gerade bin. Ist komplett anderer Welt für mich jetzt. Ich hab den Server doch gesagt. Wir machen den Server hier ein bisschen modfähig. Was würd ich bei den neuen Match spielen? Äh, ein bisschen modfähig. Beziehungsweise hauen Mods drauf und bauen den so, dass man hier Survival-PVE-Erfahrung macht. Mit ein bisschen PvP-Content. Sodass man hier rumrennt und man trifft jemand anders, mit dem kann man dann rumrennen und spielen und sich das Spiel angucken. Nicht diese typische Schwitzer-Server, wo du nur am rumballern bist. Wie gesagt, nochmal, wenn irgendwer, äh, sehr gute Jacken und sehr gute Hosen findet, sagt mir Bescheid. Sonst bin ich die Erste, glaub ich, die liegen bleibt tot. Passiert schon nicht. Wir haben ein Gefühl dabei. Ja, was soll das heißen? Aber warum spielt ihr auf nem PvE-Server in DayZ? Weil wir Bock drauf haben. Eigentlich ist das nur so zum chilligen Spielen. Rumlaufen, bisschen Looten, Mila und so, das Spiel erklären und Zolti. Welche anderen streamen? Keine Ahnung, wen du meinst grad. Wir haben halt keinen Bock auf PvP. Ich find das da ultra schwierig in DayZ, dieses PvP. Vor allem in einer größeren Gruppe. Dann bist du irgendwie in Nord-West-Airfield oder TZ oder wo irgendwo was abgeht und einer aus der Gruppe stirbt und der muss dann wieder drei Stunden da hinrennen und so. Find ich persönlich langweilig. Das ist einfach nur zum Chillen. Abwechslung mal von Dings. GTA. Hallo, was macht ihr? Wo müssen wir hin? Wie, wo müssen wir hin? Wo ist denn Lucky? Willst du das nicht? Lucky ist dahin. Willst du zu dem Military? Jaja, klar. Dann geradeaus. Zu denen in den Wald. Können wir beide in die Höhle gehen und bei anderen Basis aufschlagen? Die Höhle ist dann eine Küste. Einige Caves. Gibt's mehrere Caves? Ja. Ja, es gibt viele. Beini. Oh, hier ist ein Huhn. Hau. Ein Schlag und dann ist du. Oh, er schießt. Ich glaub, da war man gut. Das Fleisch kannst du vergessen. Ja, du weißt schon, dass wenn du das Hut abknallst, das Fleisch nur so zur Hälfte ist, ne? Das bringt dir dann nicht so viel. Egal, besser als genix. Oh, schneid schnell, als Zombie kommt. Oh. Oh. Das hast du jetzt davon. Tatsächlich kommt gleich ein Schneesturm. Also ich finde, deine Maske sieht richtig gut aus, ne? Welche? Also dieses Tuch über dem Kopf. Ja. Eigentlich hat die Mila das immer auf. Vor allem, wenn ich mit dir essen gehe mit Familie und so. Ach so das Ding. Ich find die Ponchen von unten. Schnauze. Ich dachte nur am Bett. Oh, nein. Dann bitte. Biti, du findest uns, ne? Ich find euch. Ich glaub trotzdem, dass wir falsch laufen immer noch. Nein, nein. Komm gleich auf der linken Seite. Auf der linken Seite kommt die Straße. Was denkt ihr, wie lange wir schon spielen? Dreieinhalb Stunden. Zweieinhalb. Oh. Ja, Truddle. Selber. Du siehst aus wie ein Sturmtruppler. Wie ein Mandalorian. Keine Ahnung. Ich bin seit 16 Uhr wach. Hab einen Kaffee gemacht. Und häng seit da an einem Server dran. Ja, du bist doch süchtig. Bitte was? Das sagt der Richtige. Hä? Warum ich denn? Was ist mit dem Server los? Server down? Ich bin heute aufgestanden und dachte so, gehst du mal ein bisschen DayZ spielen. Ich bin seit 16 Uhr wach. Ich hab ihn in die Fresse geschossen und er stirbt nicht, Alter. Geh weg, Mila. Renn, 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 Mila. Er durft sich weg. Oh, Junge, Alter. Mein Trommelfell ist geplatzt. Was mach ich nochmal gegen Ladehämmor? Wir fangen Silvester eigentlich in Fantasy. Ja. Mila, komm schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnee, 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 schnee. Er duckt sich weg, der Bastard. Ja, bei mir auch. Hallo. Entschuldigung. Der ist nicht so gut. Was, Wintergearspray Paint? Kann ich damit? Ich weiß, dass die Sporta ein kleines Kalibert und die so gut wie kein Damage macht. Hast du hier schon, ja, ne? Hast du auch die Sporta? Ja, ja. Weißt du, was man mit dem Spray machen kann? Was für ein Spray? Ähm, ich hab nen Wintergearspray Paint. Kannst bestimmt deine Sachen machen. Graffiti-Dose, damit konntest du früher die Waffen, glaub ich, lackieren, oder? War das nicht so? Ja. Früher konntest du damit die Waffen ansprühen. Aber ob das immer noch geht, weiß ich nicht. Ob das mal? Er hat sich grad bei drei Schüssen einfach weggeduckt. Ne, kann ich nicht. Ich schmeiß es mal weg. Schieß mal auf die Dose. Was hast du da gemacht? Nichts, Sir. Jawoll. Jeder mit Kusch im Nachnamen ist Familie mit... Oh, oh. Nee, 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 nee. Alter, guck mal hinter uns, das helle Licht. Die Sonne. Das nennt man Sonne. Das vergisst man schon, wenn man den ganzen Tag vorm PC sitzt, monatelang. Ich muss Happy machen. Du bist seit drei Jahren nicht mehr draußen. Ich find das nicht nett. Das ist ein Luftgewehr. Wer läuft denn da ganz links? Ist das Giffy? Nö. Das ist Mr. Lucky. Der weiß schon, dass hier unten ein Military ist. Boah, alle stürzen sich wieder auf den Loot. Ihr seid so schicken Geier, Alter, ohne Witz. Ich will auch Loot! Und wenn es gibt, ne Pistone oder irgendwie sowas. Aber was Großes freuen wir uns. Ich geb dir gleich ein Luftgewehr, Solti. Jo, mir ist das wurscht. Luftgewehr. Ich brauch Hapa. Hauptsache ich kann zur Noten Zombie in den Kopf ballern und dann... Boah, ich hab noch ein Duplo bei Mila, willst du den? Ja. Ich hab den aber schon angelutscht. Nick, ich stürz mich gleich auf. Bei mir leckt nichts. Bei mir ist alles in Ordnung. Ne, aber du musst mir zeigen, wo wir lang müssen. Irgendwo hier rein, glaub ich. Wie jetzt? Ich hätt bei Lucky bleiben sollen. Er rennt denn da vor mir. Ne, wir sind richtig. Rein theoretisch musst du hier nur den Hügel runter und dich dann ein bisschen links halten. Dann fällt doch die beiden hier, Trottel. Guck da vorne. Hallo, nur zur Information, da sind übertriebenste Killer-Zombies, ne? Ich sag das jetzt schon mal. Ja, ich hab ne Shotgun. Und jetzt gleich fängt er doch an mit den Zombies, ach mit den Wolfs-Bones-Dinger. Hier in der Nähe sind tatsächlich Wolfs-Bones. Ja, Wolfs-Bones. 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 Dickchen, Dickchen, kleine Mini-Legs, oh. Ja, ist richtig. Ne, ist richtig. War das richtig? Du hast so kleine Ruckler. Schlimme Rucklers? Ne, jetzt gerade geht's. Jawohl. Jetzt sind wir so mit zwei, drei Frames. Oder das Spawntchen, der Zombies neben mir gespawnt. Oh, 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 ich kletter. Get fucked. Irgendwer hat geschossen. Das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit. Baseballschläger raus. Aufhören, Motherfucker. Ja, schieß doch nur, du bist so dumm, ey. Er hat geschossen. Derjenige, der geschossen hat, du bist so doof, Alter. Ohne jetzt. Ja, der soll sich jetzt auch um die Zombies kümmern, Alter. Ich mach das nicht richtig dumme Aktionen. Wer hat denn jetzt geschossen? Boah, woher seid ihr es heute? Traut ihr euch nicht mehr zu sagen, oder was? Klagt doch zu, du volle Idioten. Hi. Lass mich raus, bitte. Lacki, du bist ein Trainer. Mahlzeit. Und Tür zu. Nein, Tür zu. Wo sehe ich, wenn ich von denen verletzt wurde? Blinkt dann irgendwas auf? Unten rechts. Unten rechts, sorry. Okay. Da müsste so'n... Ja, noch geht drin. So'n komischer Strich sein, das aussehen wie... Okay, hab ich nicht. Oh mein Gott! Hier ist noch so'n Stormtroopler-Helm. Also bei mir vorm Haus stehen keine Ahnung, wie viele Zombies. Oh mein Gott! Wenn hier jetzt einer reinkommt, ne? Ich mach euch kaputt. Warum ist der Penner so schnell? Ey, wer ist hier drin in dem Haus? Ich? Ja, wo bist du? Ja, du warst das. Du hast mir mein Haus weggenommen. Der wurde geschossen. Also bei mir sind eins, zwei, drei, vier Zombies. Oh mein Gott! Okay. Das war laut. Nick? Ja. Wo bist du? Weit weg. Okay, ich hab nen Mandalorian-Helm gefunden, der ganz schwarz ist. Das brauch ich nicht. Bei mir ist ein grüner. Ich will weißen Flecktarn. Okay. Alter, warum machst du auf? Ich hab zugemacht. Hast du hier reingelassen, die Alde? Ja, weil ich auch rein wollte. Ja. Gibt's ne Kampfanzug-Hose? Ne, den brauch ich nicht. Wollen nicht. Ich bleib bei weißem Flecktarn. Ich bleib bei weißem Wintertarn. Hm. Was kann meine Hose eigentlich? Du stehst nach Zentimeter vor mir und du schießt daneben. Mila, wir sind Ripp, ne? Hm? Wo seid ihr denn? Warum müssen wir schießen? Wir gehen ins Krankenhaus. Weil hier fünf Zombies sind und da fünf Zombies. Bist du bereit? Nein. Oh. Wollen wir hier kurz hängen? Ich muss mal eben ne Toilette einwerfen. Ich hab Kopfschmerzen. Okay, hier sind keine Zoll. Oh. Oh, gute Besserung. Oh, Junge. Aua. Ich hab mich erschrocken. Ich kann mir nicht helfen. Scheiß auf dich. Hi. Junge, wenn wir die Zombies umfallen, wie das aussieht. Wessen Idee war das nochmal mit so vielen Zombies? Nein. Wessen Idee war das zu schießen? Wer hat jetzt am Anfang geschossen? Sag da nix zu. Sag keiner was. Der Nick war dann wahrscheinlich. Ne, ich war es nicht. Ich war am Looten. Nick, hast du die Combat Hose im Schwarzfleck? Ne. Ne. Ich hab ne MSV Combat Pants in Snow. Ich nehm die mit. MSV Combat Pants? Yo. Ich hab ne MVS BDU Pants Snow. Ne, ich mein MVS. Der MVS BDU Pants in Snow hab ich. Okay. Ich nehm die mal mit. Vielleicht wisst ihr ja. Keine Ahnung. Ne. Ich hab meine schon. Uuhuuu. Hier sind PUBG Helm. Level 3 PUBG Helm. Vorsicht nicht, dass der geklaut wird. Ne, das wär nur bei Jacken so. Ich hab die Schüsse durch das, durch die Kopfhörer bis in die Küche gehören. Was hab ich da angezogen? Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hab jetzt gleich hier jeden Zombie gekillt. Okay. Oh. Ah. Das Schottys Tür zu machen. Oh. Aua, 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 aua. Aua. Ich bin stuck. Aua. Ich war auch stuck. Der ist besser. Volli, geh irgendwo rein. Mach mal die Tür zu. Hier liegt übrigens ne Hose, sollte die, ne? Soll ich die mitnehmen? Ich hab eine, die ist gut isoliert. Was hast du für eine? Es gibt auch mit sehr gut, ne? Ja, moderat isoliert. Ne, den brauch ich die nicht. Aber danke. Oh, yo, wo kommst du denn her, Brudi? Hi, ne? Mila? Hallo. Ich hab, ich hab was für dich, Mila. Okay. Oh mein Gott. Jetzt kann dir nichts mehr passieren, ne? Ja, endlich fühl ich mich wieder sicher. Ey, die Zombies hören nicht aus zu spawnen, ne? Ja, deswegen war es dumm zu schießen. Und ihr hört einfach nicht ab. So, kein Zombie mehr hinter mir. Hi. Hi. Wo ist Nick? Ich weiß es nicht. Nie. Äh, im Krankenhaus. Okay, ich bin gleich bei dir nicht. Was hast du für mich? Ich bin schrocken, alter. Ey, wie viele Helme hier drin sind. WTF? Hier was cooles gefunden? Also was richtig, richtig cooles? Nö. Hi, hier. Am Tresen. Lucky hat nach dir gefragt, nicht ich? Ja, ja. Ja, ja. Ich bin sofort bei dir. Ja, links und Tresen rein gerade. Hat wer Munition gefunden? Nö. Äh, ich hab so'n MVS-Rucksack, Nick. Ui. Wo ist mein Ui? Hä? Ich hab hier so'n, wie heißt dieses? Schemmer. Ich hab hier so'n Schemmer gefunden oder so. Das ist ja was für'n Kopf, ne? Ich kann das nicht aufsetzen. Hey. Wo? Ey. Was ist das? Wo bist du? In einem 4. Die will ich nehmen. Ja. Ich hab die weißen schon. Wo ist mein links hingewagt? Wo sind das die? Dschungelstiefel. Ne, ich hab Arctic Military Boots. Die sind sehr gut isoliert. Ich find mich bisschen mies jetzt, dass ich die genommen hab, obwohl Nick die ganze Zeit hier hinten drin war. Was denn? Guck mal, was hier hinterm Tresen lag. Ein Turm ist weg. Äh, musst du mal außerhalb gucken, ob das vielleicht irgendwo rauskommt. Darf ich das haben? Aber ich hab die doch hier gefunden. Bitte? Ja, ich geb dir die. Mein Tuch ist weg. Aber lass mich erst nach vorne kommen. Ja, ja. Ich guck grad nur, ob dieser Chestrick gut ist. Der ist zwar abgenutzt, aber ist in meiner Tarnung. Hast du auch Waffen und so reingemodelt? Was denn? Waffen und so hast du auch reingemodelt? Ja, weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie Waffen beigab. Ja? Also, wenn es welche dabei waren, dann ja. Mein Tuch ist weg. Moment. Wie viele Taschen hat der? Wie viele Pouches? Das meine wär's der jetzt. Ultra geil. Was denn? Lass mich hier vorkommen. Aber hier ist kein Magazin drin, ne? Was denn, wie viele? Äh, Magazin ist egal. Wie, was denn? Oh, oh, oh. Ach so, deine Weste da. Hier, ich hab die Weste jetzt genommen. Oh, oh, oh. Mein Tuch ist weg. Sag mal, mein Götter. Weg damit. Das war auch so ein, ja. Aber in schwarz. Ich brauch jetzt nur noch ne Jacke in der Tarnung und dann hab ich hier komplettes Auto in der Tarnung. Guck mal, hier ist ne Sportler mit Munition. Die macht zwar nicht viel Schaden, aber... Nehme ich einfach. Weil du hast meine M4 genommen. Oh. Oh. Ich hatte sogar schon eine Autobatterie drauf. M-m. Wenn du noch ne coole Waffe findest, krieg ich die denn. Ja. Oh, jetzt hab ich da einen Close Quarter Budstock drauf. Ja! Oh, ich liebe M4, ne? Ich hab ne Sportler. Eigentlich brauch ich die nicht. Ich hab ne AK. Okay. Dann schmeißt die weg, weil die macht keinen Schaden. Ich hab sogar Munition, glaub ich, für dich. 9x930... Ne. Was brauchst du? Warte, ich brauch... Warte, warte. Ich brauch 5x... 5,45x39. 5,639... Ne, hab ich nicht. Hast du... Hast du 9x19? Ja. Ne, nicht. Ja. Danke. Mein Tuch ist weg. Wo hast du das denn verloren? Ich hab was anderes angezogen, dann ist das weggebargt. Ja, wo... Äh, komm mal hin. Hier oben. Nick? Ja. Ich hab was für ne M4. Keine Ahnung, ob du's gebrauchen kannst. Warte. Was denn? Ich hab's Ewigkeiten mitgenommen. Ja! Wer hat die einen? Ne, die hat noch keinen. Als würdest du den anderen. Boah, Junge, war schon voll fetter M4, ne? Hallo! Mein Tuch ist weg. Ich will Neues. Ich will Neues. Weißt du was ich für ne Waffe spielen will? Mir scheißegal, was du für ne Waffe spielen willst. Ich red mit dem Nick. Geil, ich hab ein Combat-Gürtel gefunden. Ähm, wo seid ihr überhaupt? Okay, danke für die Antwort. Irgendwo in so Werkstädtchen. So kleine Barreckchen. Keine Ahnung. Mein Tuch ist weg. Ja, wo warst du denn? Ja, ich weiß halt nicht, wie das aussieht, sonst könnte ich da noch suchen. Boah ey. Da. Ich bin oben. Da ist nicht mein Tuch. Lass die nicht durch. Kann mal einer schießen, damit ich weiß, wo ihr seid? Ich glaub wir sind alle aufgeteilt, oder? Ja. Ja. Nick, ich verlang mein Tuch zurück, Nick. Sofort. Wolltest du ja abmähnen. Hm. Ich hab durch den Spielfilter mein Dings verloren. Inkompetenz, ja. Ich will mein Tuch zurück. Trouble. Du wirst nicht mal wieder Teils mir wieder zu geben. Such es. Nö. Ich will mein Tuch zurück. Nö. Hallo, wer sind sie? Hm? Ach dumm ist es. Wer ist denn eigentlich? Ich verlange nach Admin Abuse. Äh, ich bin viel weiß. Weiße Hose, weiße Pullover. Weiße Stiefel in einem Ding. Soll ich dir die mitnehmen? Achso, ne. Ich hab weiße Stiefel. Alles gut. Hat noch wer 9x19 Munition? Nö. 9x39 hat sich. Hm. 9x39. Äh, ich verhunger schon wieder. Hat jemand Essen? Hm, ne. Egal, ich spiel ohne Tuch. Hm. Hm. Obwohl ich sehr traurig da drüber bin. Ich hab zwei Hähnchen-Dinger, aber die muss man erst kochen. Da liegt ein Apfel. Kannst du hier drüben? Nein, nicht machen! Okay. Der ist vergammelt. Nein, der ist doch, der ist nicht vergammelt. Achso, ne, der ist getrennt. Ich wollte nur mal kurz anmerken, dass mein Tuch weg ist. Ist dein Tuch eigentlich weg? Guck mal meinen Bart an, den rasierst du doch nicht. Ich verlang nach einem Abnehmen, ich hab S7 gedrückt. Kein Interessiert, dass mein Tuch weg ist. Äh, Lucky, Panzerfahrerhelm? Nein. Okay. Wenn du mir sagst, wie der heißt, dann können wir uns so unterhalten. Ich weiß nicht, wie der heißt. Welches Tuch hattest du? Das über die Maske, äh, über das ganze Gesicht drüber, wie so ein Handtuch. Das, was ich auch anhabe mit den, äh, Dingens? Und Mila? Nee, nee. Ein anderes. Ich möchte ihn anziehen gerne. Ach, diese... Ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß... Ja, doch, doch, doch. Ich weiß welches. Nö, ich will kein Tuch mehr. Ich bin jetzt, äh, Soldat. Aber der Chat sagt, das heißt MV... Lucky, willst du die SKS haben? Ey, unter MVS find ich 12 Millionen Sachen. Das hat Probleme. Okay. Ich hab auch Schuss dafür hier, bitte. Möchte jemand einen Balaklava haben? Balaklava? Welche Farbe? Äh, so grün-braun-flasch. Ja, bring mal mit. Dann seh ich modisch aus. Buddy, brauchst du noch ne Trinkflasche? Nee, die hab ich. Ich hab eine, die du passend an deinen Götter ranmachen kannst. Das wär... Prima-chen. Musst nur... ...mich finden. Die Oma wird Baklava nehmen. So zwei bis drei. Wollen wir uns alle wieder sammeln langsam? Oh, jetzt bin ich am verhungern. Das ging schnell. Hat wer was zu essen? Nö. Alle wieder am Fahrrad. Nur Erdbeermarmelade. 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 Vielleicht hast du einen M4 von mir gekriegt. Ja, okay. Kriegste. Hab ich euch schon gesagt, dass mein Bruch verschwindet. Ich bin vom Krankenhaus. Können wir uns jetzt mal bitte treffen? Wo denn? Ja, oben. Wo oben? Am westlichen Ausgang von den... Genau. Die hier schuldig. Du bist es, ne? Ja. Bleib mal stehen. Sogar noch voll. Ah ja, danke. Penner. Wo ist denn Nick? Bomme. Ich bin am sterben. Wo ist die Trinkflasche jetzt hin? Hat jemand 545 mal 39 über? Nee. Aua. Penner. Shotgun, Muni, wie sieht's damit aus bei irgendwem? Uh. Ich glaub, hier oben wart ihr noch gar nicht looten. Nee, das sind doch Zombies. Hey, Jutsu. Sie bräuchten echt bald essen. Hm. Ja, ich auch. Ich muss warm machen. Ja, Lucky, lass mich alleine hier, ne? Mit drei Zombies. Haha, ihr Penner. Wo bist du denn so weit weggerannt, Nick? Äh, ich bin beim anderen... Das heißt MVS Burlap. Wo ist das andere Haus, bitte? Platze. Uh. Hättet ihr die Schütte? Ja. 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 Da sind wir. Jaaaa. Am Peng Peng Peng. Soll ich den kaputt hauen? Boah. Boah. Da hat den aber gescheppert, Junge. Der hat den richtig aber. Schwing. Oh, da kommen wir weg. Äh. Zoll, ich dropp mal hier alles. Wegen Sturmhaube und so gedünst, ne? Aua. Ja, warte. Werben, scheiß Zombie. Oh Gott, creepy Zombies sind drauf. Äh, Burlap stimmt nicht. Jetzt sind wir die ganzen Jute-Beutel-Dinger. Flasche an den Gürtel? Äh, nein. Wo bist du, Shorty? Bist du hier in den Ding rein? In der Baracke, wo du ausfälligst. Dann hast du grad den Zombie gepult hier. Hier. Äh, ich hab das alles hier bei mir hingelegt, ja. Ihr habt die Schüsse gehört? Seid ihr auf dem Weg hier hin? Egal, ich lauf einfach. Ja. Ich lauf einfach jetzt. Ja, hier warten grad überall Zombies. Wir müssen uns doch erstmal alle sammeln. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Ja, dann nicht. Dann lauf alleine weiter. What the fuck? Ich werd immer noch auf den Nick. Wo bist du denn? Ich lauf jetzt grad zu Curtis. Ich lauf zum Schuss. Ich will keine Gasmaske tragen. Das ist doof. Ich bin hier beim Shorty. Wir laufen auch. Du willst ne coole Gasmaske? Aber Lucky, die sind voll doof, ne? Die chicken gar nix. Ich hasse die. Die Gasmaske. Jetzt bin ich Special Einheit. Doofy. Special Stalker Goofy. Doofy. Guck mal, dann kommen die Trollen. Idioten. Oder? Wie an so einem Häuschen. Ich hab mein Fernglas rausgepackt. Aber eigentlich müssten die hier irgendwo sein. Wo seid sie denn? Die Schüsse waren da oben irgendwo. Ja, ihr müsst aus dem Checkpoint da rauslaufen. Ey. Man, diese Hure. Oh, schau. Hallo. Dass dieser kleine Pisser sich nicht benehmen kann, ne? Ey, ich bin hier am sterben. Mein Huf geht kaputt, nicht deiner. Keiner hilft mir, denn töd ich einen Zombie. Auf einmal krabbelt der und haut mich noch zweimal. Was juckt mich das? Alles. Der grüne Zahl... Schal... 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 Überwerfen. Super. Ich kenn das Gefühl. Hier Hose. Hier Rucksack. Guck mal, ich hab hier das hier gefunden. Oh, der Rucksack. Was ist das? Ich brauch Essen, Nick. Was ist das hier? Was für ein Rucksack, Alter. Meiner, 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 meiner. Nick. Döö. Messerscheide. Ich kann da ne Waffe ranhängen. Was ist denn da hinten? Wie, die lebst du noch, fragte Chat? Guck mal. Ich such Essen. Nick. Guck mal, die Waffe hängt da ne Rucksack. Ich bin dann verhungern. Geil. Kann mir mal einer sagen, was das hier ist? Geil. Dieses Schemmachschwinglein. Ich auch, Alter. Das ist voll laut. Wir sind too much people. Guys, too much people. Mila, du brauchst Essen? Ja. Magst du Erdbeermomelade? Ja. Ich hau den gleich, ne? Erdbeermomelade mit Birne. Der ist lecker. Hey, da drüben ist Zivillood. Vielleicht haben wir da noch was zu essen. Labert doch noch mehr Nonsens. Wen interessiert Zivillood, Junge? Essen. Essen. Weiter hier. Okay, spielen nicht mit alle. Ich müde mich jetzt gleich. Das ist doch ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich zugeben. Way too much people. Ja. Yep. Ey, da vorne ist ne Birne. Guck mal, da ist ne Fliege geflogen. Ey, guck mal da vorne. Ficker. Was laberst du? Warum fühlst du dich angesprochen? Weil ich gesagt hab, dass da vorne Loot gibt. Vielleicht könnte man da Essen finden. Wo kommst du? Was laberst du Nonsens? Mein Tuch ist weg. Ich bin... Oh. Wat war dat denn? Ja, bleib stehen. Wenn du mir das Essen nicht gibst, dann muss ich mir das selber aus deiner Tasche nehmen. Der Kollege hat mich gerade festgebunden. Pick dich. Hallo. Wie schießt denn jetzt? Du machst gar nix. Du sagst was Essen für mich? Ich frag dich nach Essen, du gibst mir nichts. Dann such dir was Giffy, du kannst dich über die anderen schnurren. Ja, dann machst du mich in GTA auch. Das macht der überall. Was merk ich mir denn mal, wenn du irgendwo mal nach Essen fragst? Oh, hör auf zu labern. Ich müde mich jetzt. Ich rede jetzt nur noch hier. Oh, ist das schön. Nur noch wir. Chat. Nur wir. Und der Wind. Der durch meinen Arsch weift. Hm, werde ich Hipster oder bleib ich Army-Typ? Hm. Oh, das ist schön. Hallo. Ich bin schon krass. Ich bin schon krass. Ich bin schon krass. Ich bin schmack. Ich brauche das. Na, ja. Wenn du mal die zuführen, Revolver findest, nehme ich gerne. Ich habe meinen Zug verloren. Oder wenn eine schlubbe tut ein. Hey Lola... Oui. Oui. C'est les Cotas, c'est le fait que ça. Don't show! Get out of my house! Fast! Get! Get! Don't look at me! Deine Schnauze! Aua! Du... Es kommt ja aber, es gibt's aber herger du! Wie lange wurde mit der Reaktion? Guck, guck! Kann man sich jetzt hier wieder muten? Ja. Mach doch! Oh oh! Mein Tuch heißt irgendwas mit Shroud. Ah, labber kein Nonsens, Junge. Ich hasse euch zu sehr. Ich hab mein Tuch verloren. In welcher Farbe denn? Schwarz, Tan oder OD? Schwarz, Tan war das. OB. Schwarz oder Tan? Ja, schwarz war das. Ne, das war Tan. Nein, das war schwarz, wie meine Seele. Ich bin geboren! Der Fag ist, hat das der falsche bekommen? Faggüffi, der hat das. Wetten, ich hab das nicht. Wetten, du hast das. Ich hab's nicht auf. Lass dich festnehmen. Lass mich in dein Inventar gucken. Wir hätten einen Jutebeutel, einen Schenmark, einen Balaklava. Was ist ein Balaklava? Balaklava, hab ich gesehen. So ein Balaklava? Baklava ist im Boden. Fagg. Oh ja, 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 ja. Mein Chrism. It's Chrism. Balaklava. Wart ihr vor kurzem in Tschernloff? Ja. Ich hab mein Tuch verloren, Dembach. Ja, ich bin grad an einem Brunnen und traue dir jetzt irgendjemand was zu essen. So, ein Kleid. Junge, komm her mit deinem Scheißfressen, sonst haue ich dir in das Scheißfressbrett mehr, du hässliger, du, Alter. Aber was sagt er da? Hier, Erdbeermarmelade. Kann ich aufessen? Ja, mir doch egal. Hier, bitteschön. Oh, da ist mein Tuch. Oh, ein Tuch. Warte, ich muss Pipi machen. Will einer eine echt krasse Gasmaske? Ne, danke. Oh, das Tuch sieht kacke aus mit der Jacke. Junge, du hast voll die schönen Klamotten, Curtis. Dankeschön. Kannst du den Patch auf deiner Fin abendern? Boah, voll geil, Junge. Wir haben Mod-Klamotten drin. Also, den Tuch kannst du mir ruhig geben, wenn du das meinst. Ja, man kann den Patch ändern. Wer bist du? Du musst den Patch abreißen. Der Arsch. Warum soll ich meinen Patch abreißen? Ne, geht das mit der Jacke? Nein. Boah, der Sny hier sieht so geil aus. Mila, bist du das von mir? Nur weil man da legal schauen darf. Ey, ich glaub schon. Das wird mir schon wieder zu viel. Mein Kopf explodiert gleich. Chat, wir brauchen eine neue Jacke, damit wir cool aussehen, okay? Und ich glaub, wir töten nachher den Gyfi. Fressen seine Füße. Nein, sieht nicht cool aus. Das klippt hinten durch. Da kriegt die Krise. Ich bin auch ein Blödergeherdner. Ey, Mila. Mila. Ich hab' was. Mit dein Style. Ey. Wow. Wunderbar Stück. Herr Goofy, Herr Goofy. wenn sie die ja dabei sagen sie mal ob ich aufsetzen kann warte ja tausch ich ging eine jacke tauscht statt dass meine soviel wie viel platz hat deine 30 meine hart warte 42 ich brauche meine jacke noch alles klar komm her du kriegst deine gasmaske wieder tausch hier gegen nix ein m4 ich bin wie gesagt bei den apfelbäumen und bei den bühnenbäumen und so keine ahnung wo das ist lor dankeschön und liefaren dankeschön für den prämpfer herzlich willkommen und lor dank für den wies ab 39 johnny black dank für den prime dritten kelly in farbe dank für den prime dritten hell 10 dank für den prime 19 kribbelt richtig in den fingern als ich hab so bock zu knallen leite danke für den wies ab im fünften jump ali dank für die wies ab im dritten bruder nippler hatten wir schon habe ich irgendjemanden vergessen crazy wollen wir uns alle mal wieder irgendwo sammeln und ein feuer machen anscheinend nicht ja sag welches haus und dann können wir uns da ja treffen ja ich weiß ja nicht wir laufen alle vor lass da vorne in dem gelben haus treffen ich bin schon drinnen ja du läufst doch dann noch hä ich sitze in dem haus junge ha wo seid ihr da ihr seid keine freunde mit euch kann man nicht zu weibeln spielen wer läuft denn da ganz vorne hier ist nicht ach ich bin welches gelbe haus denn lucky oder curtis oh der lucky redet nicht mit uns wir müssen die straße weiter hoch da ist ein haus da treffen wir uns ja da wo du grad noch hinläufst genau einfach die straße weiter hoch dann machen wir ein picknick ich hab auch noch eine waffe über falls wir eine waffe brauchen damit können wir jagen von der kirche aus links war richtig ne oh mein gott ja ist richtig linksstraße also wenn du aus der kirche kommst rechts raus ja 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 alles gut hier ist auch ein ofen cool meine weste ist ruiniert das ist mir kalt das ist dumm kürchen gut isoliert das brauchen wir um vorher zu machen oder weiß nicht ich ich was war das denn ihr braucht kleine stücke ähm racks und es reicht eigentlich schon wenn ihr die Notfallfacke da habt die küche rechts ja aber das ist richtig hat keiner gesehen ja aber da gibt es keine weitere straße die wir hinten befinden so ne und dann immer der straße folgen ja dann waren wir doch auf der richtigen ich glaube er redet aber ich verstehe ihn nicht so gut ich hab ein brennholz ich kann dich nicht verstehen wenn du redest ne der jifke ist komplett gemütet die spreche ich ingame äh caps lock sind die sachen äh gefunden oder sind die gespawnt nick was denn die sachen die ihr habt gefunden gefunden auf otto.de ne ist klar junge ich stream die ganze zeit seitdem wir spielen guck doch nach mit deinem hängeschielenden auge alter mach ich jetzt auch mach ich jetzt auch ansonsten report ich das boah mute dich bitte ey ohne witz fucke anders anstrengend ja das ist wirklich anstrengend ne das muss nicht so ein bisschen ist ja ok aber rein triggern und weiß nicht gefällt mir nicht so broiler dankeschön für den wieser im 23 und mit tiger ender danke für den wieser im 16. final danke für den wieser im 29 das ist echt ganz dolle anstrengend wenn so viele reden und dann bla 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 da platzt mein kopf wie kann ich ingame reden da vorne ist die fliege kommandorn baum ich weiß nicht wie ich essen muss in kopf ey 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 kann man eigentlich denn der sie dem fuff erhöhen Ich würde doch einfach nur ein bisschen wandern Und mir alles angucken Einen ruhigen Schieben Mein Tuch ist weg Genau Auch eine kurze Pause von denen Da oben Ich wette, der Lucky ist auch hier vorne schon An der Military Base Ich habe das Tuch doch schon wieder in mir kist Die machen durch ihr blödes Gequatsche die Immersion kaputt Weiß ich doch, okay Ja, Oma, du hast den Dachschein Du darfst ja alles Ja, Respekt ist, das hatte ich gestern auch Ich habe gestern so eine Stunde gespielt Trotz Deutsch Weil ich mir die Map mal angucken wollte Ja, ich kenne die Map auch auswendig Aber Lucky noch mehr Der rennt bestimmt da vorne rum Da könnten zwei Heli-Crashes sein Ich muss aber ehrlich zugeben Die Map mit Schnee ist tausendmal chill nach Wir haben sogar vorhin noch DAZ-Videos geguckt Von Monday Nein, Lucy, nur wir Weil manche von uns das Spiel noch nicht so gut kennen Wie Mila und Zolti Und in Edelwold auch noch kommen Wir machen hier einfach nur so ein bisschen Survival-Pfo-Action Die Sommer-Version habe ich noch nie gespielt Das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch Wenn ich da alleine hingehe Aber pscht, die machen auf Splendia-Sel Aber pscht, die machen auf Splendia-Sel Derger-Ü Diana Derger-Ü Derger-Ü Vielen Dank. Oh, da kann man eine Waffe drin tun. Oh, da kann man eine Waffe drin. Oh, da kann man eine Waffe drin. Der sieht aber hübsch aus. Oh, da kann man eine Waffe drin. Oh, da kann man eine Waffe drin. Oh, da kann man eine Waffe drin. Kann man jetzt wieder hier reden? Dann sind ... Ja. Na gut. Nicht in Game reden, Nick. Ich will in Game reden. Ich weiß halt gerade nur nicht wirklich, wo wir sind, damit ich dann bei uns finde. Ich stehe hinter dir. Ach, da bist du. Tagsam. Wieso bist du eine Frau? Tagsam. Ja. Ich brauche eine andere Jacke, die klippt hinten durch. So. Hey. Hey. Ich hab da ... Ich hab da ... Ja, hab ich ... Ja, okay, danke. Du kannst doch so ein Repetiergewehr haben von mir dann noch. High five, bitch. Ich sterbe ... Wo bist du eigentlich? Äh, ich bin auf der Suche nach Essen. Ah, ich humpel ... Mama. Bist du immer noch ... Ah, sie ist mit vorgelaufen ... Ne, sie ist mit vorgelaufen. Boah, du hast ja ... Alter, du brauchst nur noch das Oberteil, ne, Nick? Ja. Aber der Helm ist ganz schön ... So wie viel. Ah ... Der Helm ist geil. Wenn ich dich finde, kann ich dir was geben, Mila. Äh, ich bin so weit vorgelaufen, weil ich Essen gesucht habe. Wir schon in Selenogorsk. Ach, wir laufen. Ich weiß, wo wir hinlaufen. Da, wo die Schule ist, ne? Ich sehe sogar hinter den ... äh ... Zügen jemanden laufen. Jo, ich den auch. Wer ist denn dort gewesen? Ich hab keine Ahnung. Ihr bedauert die Klamotten? Ich glaub ... Mila, hast du eine Schippe in der Hand? Ja. Okay, dann bleib ... Bleib stehen. Ich komm zu dir. Ich hab Essen. Okay. Ach, da war's schon Militärgebiet. Eigentlich müssten wir hier in diesen komischen Stadt vorbeikommen, wo die Schule drin ist. Da müsstest du genug Klamotten finden. Seid ihr die Straße weiter hochgerannt? Ach, jaja. Wir sind jetzt an dem Bahnhof da. Wir kommen jetzt erst die Straße lang, wo du rüber gelaufen bist. Ich war noch in der Stadt. Bist du noch an der Mauer? Ähm ... Ich bin am Übergang von den Schienen und der Straße. Ah, ja. Okay, okay, okay. Die Hütte sehe ich neben dir. Eine Minute bin ich da. Schaffst du das noch? Ja. Welche Frequenz habt ihr am Funkgerät? Noch gar keine. Ich hör auf. Ich hör nichts innen gehen. Ker bajo. No. Ja, hey, du bist weg. Nee, Alter, ohne Witz... Roter Rauch ist da. Haha. Julie, come on. Ich wäre mal hier beim Roten Rauch. So, erstmal das, ist gleich leer. So, brauchst du was zum Aufmachen? Ähm, nee. Läuft ihr nicht zu dem Roten raus? Ich bin jetzt da. Bitteschön. Jetzt müssen wir die anderen suchen. Mhm. Bitteschön, hattest du hier irgendwo eine Jacke gesehen, die gut bis sehr gut isoliert ist? Oh. Nee, glaub nicht. Doch, guck einfach mal, ich hab jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Aber hier liegen ne Menge Rucksäcke und so n... Ja, ja. Können Dämpfer sich gleich schnappen. Ich hab, äh, schon einen großen. Da hinten lag noch einer mit 80 Platz. Bitte, bitte. Pumpe, aber... Falls ihr damit was anfangen könnt. Ja, du darfst jetzt auf keinen Fall sprinten. Mhm. Ah, nicht alles essen. Achso, oh, okay. Ähm, die Dose... Die Dose müsste eigentlich reichen. Oh. Oh. Ach, noch mehr. Holy fuck. Ich hab ne Balaclava für dich, falls du eine brauchst. Oh ja, mein Gesicht ist kalt. Bist du das hier? Ja, ja, ja. Seid ihr in der Nähe von der Feuerwehr irgendwo? Okay, schön. Öh. Ich bin direkt beim Eingang da, wo gehört, dass die... Das rote Licht hingeschmissen hat. Aber das seh ich halt nicht. Ich bin woanders da mit Mila. Äh, ich... Also mein Kreuz geht immer noch runter. Immer noch? Ja, obwohl alles sonst hoch... Ja, gut, ich friere. Ich friere. Ja, das ist schlecht. Also direkt Ortseingang, wo links das bisschen military ist. Da laufen wir gerade. Ähm, puh. Macht euch ein Lagerfeuer. Ich hab nix zum Anzünden. Doch, Felsen reichen auch. Such dir Kleidung, zerschneid die. Bin bei der Feuerwehr ans. Feldbäume mit Axt. Du kannst doch die Signalfackel nehmen für Feuer anzuzünden. Hab ich keine mehr. Ich hab nur ein Leuchtt... Ah, nee, doch nicht. Ich hab ne Signalfackel. Ja, komm, dann hacke ich kurz den Baum hier. Aber erst mal hacke ich den Zombie, weil der nervt. Weil One Hits. Oh, ne Dusche. Kommen sie, kommen sie, Mila. Kommen sie, kommen sie. Was brauche ich, um den Ofen anzuschmeißen in nem Haus? Ist das einer? Nein? Vielleicht? Mh, mh. Keine Ahnung. Oh, die Weste nehm ich mir gleich, Alter. Äh, so. Ah, sehr gut. Oh, wie mach ich nochmal? Lagerfeuer. Ich hab ewig nicht mehr gemacht. Du musst auf jeden Fall einen Baum fällen. Ja, ja, ich hab die... Du musst sie kombinieren. Und dann einmal links klick. Dann musst du die Baum-Plemmish switchen. Aber nein. Hau ab. Du musst alles deine Richtigkeit haben, Oma. So, jetzt müsstest du das anzünden können, Mila. Oh, jetzt hab ich das eingepackt. Blachefeuer. Seid ihr bei der Militär-Base? Ich bin bei der Feuerwehr, ja. Und die anderen? Mh, Demba müsste da auch noch irgendwo sein. Ich bin da irgendwo in der Halle neben der Feuerwehr mit Mila. Okay, ja, dann bin ich da jetzt auch, glaube ich. Also, ich bin da ums Eck drauf und überall Zombies rum. Ja, genau. Demba, ich hab dir dicke Stiefel eingepackt. Ja, ja. Was ist das? Ah. Ich kann das nicht platzieren. Kannst du das nochmal platzieren? Ja, Moment. Du bist in der Feuerwehr, Solti, ne? Äh, so. Nee, daneben, in der Halle. Okay. Oh Gott, so viele Zombies, ich muss weg. So viele Zombies. So, jetzt müsstest du eigentlich was anzünden können. Nimm was in die Hand, was anzündet, und dann müsstest du da links klicken. Ja, ich hab... Achso. Ich muss immer die Fackle auf den Boden, Mila. Weiß einer, wo Lucky ist? Nee. Oh, der Rucksack ist ja geil. Da kann man eine Waffe dranhängen, Alter. Oh. Ja, ich kann das auch nicht anzünden. Hä? Wieso kann... Nee, ich kann das Lagerfeuer nur nehmen. Ich weiß halt auch nicht mehr, wie das funktioniert. Ja, dann musst du gucken, dann stehst du nicht, ähm, auf einem Boden oder so. War das gestern irgendwie, Nick, ne? Er ist vermutet. Ja, okay. Du musst gucken, dass du auf ebener Fläche bist. Wer auch immer du bist, du blutest. Ich blute und hier ist ein Gürtel. Ein richtig guter sogar. Hast du einen? Ja, ja, klar. Boah, was ist das denn, Junge? Wer bist du denn, Junge? Ich bin der Drachenlord. Und wer bist du? Kann ich das? Ich mein, ja. Komm her, ich hab was. Ich bin der Drachenlord. Hier ist ein gutes Ballerkreffer. Ah, Alter. Okay, Lagerfeuer kann ich jetzt anzünden. Wie kannst du nochmal Lagerfeuer machen? Ihr braucht Brennholz und dann müsst ihr ein Dings da drauf tun. Boah, Brennholz krieg ich schon mal ein Axt, ne? Na, dann kannst du auch Sträucher nehmen. Da kommen aber nur kleine Dinger raus. Damit kannst du trotzdem Feuer entzünden. Ja, du brauchst ja nur Zunder. Was zur Hölle, du backst? Ich brauch ja ein Lagerfeuer erstmal. Hä, wieso hab ich eine Admin-Pouch, Alter? Was? Ich log mal kurz neu ein. Bei mir stimmt, denken wir es nicht. Stimmt einiges nicht. Sehr gut. Schnauze. Aber mir geht schon besser. Also die Dings löch... Also die wärmt auch... Also ich bin jetzt wieder auf gelb. Oh, 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 tschuldigung, tschuldigung. Hast du die Solti angemessert, oder was? Nein, nein. Gib mir eine reingehauen. Nicht angemessert. Wo seid ihr? In der großen Lagerhalle neben der Feuerwehr. Mahlzeit. Hulis, ich hab was gefunden für dich. Warte. Nick. Dieses Schraut in schwarz. Hier. Dieses was? Dieses Schrautdingen in schwarz. Hier ist... Warte, fünf von London, hast du die Maske. Ich brauch eine dunkelgrüne Weste, wenn jemand was findet. Gib mal Nick. Ich will mal gucken, wie das bei mir aussieht. Warte mal, ich probier das jetzt nochmal, wann das so zu setzen. Du bräuchtest Tonnen. Nee, schwarz sieht auch cool aus. Da hab ich nichts für cooles gefunden. Wie viel sind verdammt? Wenn das zu dem besser passt, kann der das ruhig haben. Komm jetzt gleich rüber. Nee, bei dir steht der Helm besser. Ich kann das auch nicht anzünden, Mädels. Ich trage das trotzdem kurz. Wo seid ihr denn mit eurem hässlichen Feuer? Ja, immer noch in der Lagerhalle neben dem Feuerwehr. Neben der Feuerwehr oder hinter der Feuerwehr. Ja, also hinter der Feuerwehr. Wenn du hinten rausrennst. Warte kurz, Nick. Ich kümmere mich mal um die Zombies. Der Fug? War die Feuerwehr stimmt. Oh, nee, auch lieber nicht. Der Fug? Nee, das sind zu viele. Geh nicht raus. Der Junge geht aus der Tür raus, ist direkt weg. Ich bin hinter dem... Wer ist denn der Lagerhalle drin? Ja, ich. Mila und ich und... Ah, da ist der Curtis. Ja, danke schön. Ja. Mal willst du das haben, was ich aufhabe? Lagerhalle nebenan. Ich brauche halt... Nee, du hast die Dings... Warte, lass mal meine Weste da bitte liegen. Nee, ich... Ich lege... Mir ging es jetzt. Ich habe die Dings, würde auch richtig zu deinem Outfit passen. Da handelt es, was ich aufhabe. Keine Ahnung. Was ist denn... Was ist das denn für eine Weste, Alter? Oh ja, eine Granate. Ja. Du hast das passende Oberteil zu mir gefunden. Kofi, hier sind Handschuhe. Ich habe da selber Handschuhe jetzt schon. Nick, da sind Handschuhe für dich, guck mal. Wo? Hallo. Man kann sein... Okay, man kann kein Lagerfeuer mehr Dings anzünden. In dem Haus. Nur noch mit Dings. Also draußen müsst ihr aber noch gehen. Willst du das hier haben, was ich aufhabe? Ja, willst du die... Komm, man nimm mal die Skelett-Dings, Alter. Das sieht auch verdammt aus. Dann mach ich den Zombie weg. Brauchst du die Jacke oder kannst du die tauschen? Welche Jacke? Äh, dein Oberteil, was du anhast. Das ist meins. Das Tarnmuster, das passt zu meiner Westen und meiner Hose. Ja, das ist schön. Du wolltest mir deine Jacke vorhin auch nicht geben. Also get the fuck out my eyes. Ui. Ui. Alter, ist die Maske geil. Ich habe dir aus Versehen mit Maske gegeben. Und ich habe Hunger. So, wo ist denn Mo? Ich stehe hier bei Curtis in der Halle drin. Okay, wir sind jetzt draußen vor der Halle. Ah, jetzt geht's, ja. Oder? Ja, ja, geht nicht mehr drin. Okay. Groß gemacht. Schmeißt du die Schuhe hier hin? Ah, ja, ja, danke. Nick, hast du noch dieses schwarze Ding? Äh, nee. Da steht irgendwie. Oh, ich glaube, ich bin einer. Woll grad sagen. Okay. Dann kann ich ein bisschen Essen aufwärmen, trinken. Auch trinken. Ja, ja. Junge, da ist eine Flasche dran, Alter. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr gut isoliert ist besser als moderat isoliert, ne? Ja, ja. Moderat ist dann nur mittelmäßig. Ui, aber was ist das hier? Das sind kleine Taschen, die du dran machen kannst. Ach so. Ja, ja, ja. Ich hab die überall dran. Das bringt halt extra Platz. Habt ihr jetzt irgendwo ein Feuer gemacht? Ja, ja, vor der Lagerhalle. Guck, wenn du an meine Weste guckst, ich hab die alle dran. Wie viele Taschen hast du? Würdest du mir eine abgeben? 1, 2, 3, 4. Das sind halt so klein. Du kannst die hier haben. Ich brauch das so eh nicht so viel Platz. Bitteschön. Was kannst du da eigentlich dran machen? Welche dann? Sag mir mal. MVS Heavy. ERDL hab ich. Kann dir die hier geben? Versuch mal. Ja, die gehen auch nicht. Ja, dann haben wir die falschen, ja, ich hab eigentlich, ja, dann haben wir die falschen, beziehungsweise unterschiedlichen Westen. Hast du das Netz? Warte, leg nochmal bitte hin. Hier geht die dran, okay. Hast du das Netz aufgenommen, was ich dir hingelegt hab, Curtis? Das hab ich in der Tasche. Okay. Wenn wir beide trainen, ne, wenn ich dir die Hose gebe von mir und meine Schuhe. Nee. Und den Rucksack. Ich hab gesagt, wenn ich dir das gebe, dann hättest du ein komplettes Outfit vor. Was für ein Outfit? Was redest du da? Schau doch, mein Helm, mein Rucksack, meine Hose, das ist dieselbe Tarnfarbe wie dein Oberteil. Sag mal deine Hose. Oh, die Klamotten sind... Leg einfach mal hin. Warte. Warte, warte, warte. Ich muss die erstmal suchen. Ich hab so viele Taschen, Alter. Hey. Jo, ist's, Dings. Hat jetzt noch irgendeiner ein Oberteil? Wird du traden? Hose oder was? Hose oder was? Ja, aber ich hab... Dann ist... Bei mir ist sie gerade weggebackt. Ich hab auf jeden Fall eine hier hängen, okay. Wartest du das? Oh, Lucky. Ja, eine hast du da hängen. Wo ist der Lucky? Rechts an der Seite. Kann jemand sein Essen mit mir teilen? Ich hab meins der Mila gegeben. Hat einer SG-Magazine? Nein. Noch wer was über? Nö. Geh mir jetzt ein bisschen was zu essen holen. Ah, okay, das sind doch kleine Taschen. Meine ist kaputt. Dann muss ich mir jetzt schnell was suchen. Waren hier irgendwo Apfelbäume? Aber nur nicht von meiner Dings. Doch, die geht dran. Ha. Medizintam. Oh, wie geil sind... Wie geil sind diese Custom-Klamotten, Alter. Lecko. Oh, ja. Mio, Alter. Holy fuck. Amore Mio, Junge. Ich hab grad einen Helm gefunden. Ich glaub, den gleichen, den Nick hat. Hilfe. Schön. Ja? Hält dich, Alter. Passt den gleichen, glaub ich. Ja, Griffi, klaut mir meine Äpfel. Auch hier. Ich bin am Verhungern. Während die Zombies mich verkloppen. Nee, mein Helm ist besser. Ja, ich weiß. Du hast diesen... Hier ist ein Large-Telm. Ein Lorien-Helm. Ja, genau, genau. Also hier ist ein großes Zelt. Ja, die Zelt sind ganz böse gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Komm, wieder TS, wir spammen nicht mehr. Ich glaub euch nicht. Also die ganze Stadt ist voller Zombies. Die können sich nicht benehmen. Doch, doch, jetzt ist wieder gut. Ich brauch unbedingt irgendwas zu essen. Komm her. Wer sagt Ihnen? Und ich brauch grüne Schuhe. Ähm, guck mal hier auf den Boden. Wo ist das jetzt? Grün oder schwarz? Alter, das sieht so krass aus, ne? Holy fuck, man. Wer braucht... Was für ne Munition braucht ihr? Ich leg mal alles an Munition, was ich nicht... Hier ist erst mal ein Apfel. Ich leg alles an Munition hier hin. Wenn man das mal keine Axt findet, ey. Wo ist Lacki? Lacki, hast du noch deine SKS? Nein. Oben auf der Feuerwehr lag eine, die war aber beschädigt. Aber ich brauch die Hunting-Skop. Ja, nimm, hab ich hingelegt. No, Hunting-Skop. Robert. Also ich bin hier stuck. Wenn ich herausgebe, bin ich tot. Hier sind so viele Zombies. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Hunger immer ist, ne? Hier, Leute. Guckt mal, wenn ihr das dann an so einem taktischen Gürtel macht, könnt ihr das auch noch mit dazu machen. Das ist von der Weste. Was hast denn du für Schuhe an? Bauer-Günni-Schuhe. Aber die sind warm. Willst du den Helm aufbehalten? Ja, den hab ich grad gefunden. Der ist gut. Der tut mir gut. Hat irgendeiner noch schwarze Schuhe übrig? Achso, hier ist ein... Ich leg mal, was ich nicht brauch hier hin einfach. Wenn einer eine Hose findet, bringt er mir die mit. Meine ist kaputt. Ihr habt schon 10 Uhr einfach, Alter. Hier ist auch ein Schuss gekommen. Wir sind nicht mal beim Northwest Airfield. So, warte mal. Eine Weige hat keiner, ne? Also so eine Autoshotgun? Nee. Ich hab ein Trommelmagazin dafür. Hat jemand Shotgun-Munition? Ich hab grad... Hab ich grad gesagt. Ich will einfach keine Axt. Die haben eine ganze Stadt. Acht Schuss. Hast du irgendwo hingelegt? Sollen wir zu der Zelt-Shotgun-Munition? Hier haben wir die gehen. Dankeschön. Putz weg. Nicht genug. Ja. Ah, das ist aber für eine Weiger, ne? Ja, ist trotzdem Shotgun-Munition. Zeig mal das Zelt. Wir sind auch neu, ne? Nick. Ja? Was ist boh, ich finde ein Lagerfeuer. Sticks und irgendein Zündstoff. Also, können auch Racks sein, können Bandagen sein. Die einfach kombinieren. Eins, zwei, drei, vier. Also, bei mir sind zehn Zombies. Einfach warten. Du kannst schleichen, dann addest du die nicht, ne? Ich sitze halt in einem Haus fest. Ich komme hier nicht raus. Ach. Warte mal. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Äh, Hauptstraße. Vielleicht eine von den ersten Häusern. Kannst du nicht überhören, so viele Zombies wie hier stehen. Hauptstraße, äh, in welche Richtung? Essen ist aber nur so schlimm, glaube ich, wegen der Tempel. Ach, du heilige Scheiße. Bruder. Ich sehe aus wie Endgegner, Alter. Ich sehe einfach aus wie ein SEK-Beamter, Junge. T3-Helm, Alter. Oh, das ist doch... Ist das nicht... Nee. Checkt das alles nicht hier, Alter. Aber die nehmen wir trotzdem mit. Medica-Tasche, passt farblich, da hast du recht. Umtauschen. Ja. Da hast du recht, mein Freund. Das hast du gut gesehen. Aber warum kann ich die Tasche nicht hier dran machen? Ich würde mir selber aus dem Weg gehen. Boah, die Mods sind schon echt fein. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Aber im Cooper habe ich das auch schon gesehen. Die Große hat auf so einen Punk-Slot geprüft. Echt jetzt? Welche Großen meinst du? Geil, Backseat Gaming. Die hier. Punk-Slot. Nein, die passt da nicht. Nee, die anderen. Die hier? Nein. Ich habe nur hier die Punkte. Genau, ich lerne da glaube ich nämlich langsam auch. Man muss... Man lernt da nie aus, ne? Warte mal, was? Ach, oh mein Gott. Nee, da. Ey, laber nicht, Junge. Wie geil ist das denn? What the fuck? Ey, ey, ey. Hier würde ich das gerne nur irgendwo dran hauen. Ist ja schon wieder ein neuer Luke gespawnt. Das kann sein. Ja, ja, da hast du glaube ich recht. Das ist für die Aufnähe und so. Ich muss mal eben neu connecten. Aufm Boden. Alright. Das ist das Scope, was du wolltest, oder nicht? Wie du bist tot, du bist tot. Ja, ich war im Krankenhaus, war ich drin. Mein Charakter war anscheinend noch draußen. Ich habe Schläge kassiert und ich konnte nichts machen. Ja, für Bugs ist der Admin zuständig, ne? Was denn? Bin tot. Buggy, Buggy. Bye. Ich habe Zombie hinter mir gehabt. Ich bin ins Haus gegangen. Ich war alleine im Haus drin und der hat mich trotzdem noch weiter gehauen. Warum macht er sowas? Keine Ahnung. Hast du F7 gedrückt, Charly? Soll ich mit dem ein Diplogespräch führen? Ja, mach mal. Okay, warte. Bin jetzt. Oh, ich habe nur Mosin gefunden. Braucht die eine? Aber die ist kaputt. Ich will mal schon was zu trinken. Ich sehe einfach aus wie der absolute Endgegner, Alter. Junge, du müsstest mal meine Tarnung jetzt gerade sehen. Ich bin fast durch. Aber es gibt schon echt viele Dings, ne? Ja. Ich sehe eh viel cool aus. Rucksäcke. Vor allem wie du den ganzen Kampf kombinieren kannst und so weiter. Das ist gut vergeilt. Ja, das werde ich halt zum ersten Mal jetzt, Mann. Das ist halt absolut... Geil, Junge. Du kannst halt auch so alles selber machen. Du könntest zum Beispiel... Ich bin links neben der Feuerwehr. Aber ich renne zu den Apfelbäumen hin. Weißt du, was ich meine? Ach, die Implantage dahinten? Ja, ja. Du könntest halt auch... Ich glaube, ich bin verrückt. Du könntest auch eine schwarze Läscher nehmen. Hast du Menschenfleisch gegessen? Ja, am Anfang. Oh, nein. Das kann dauern, aber das tritt auf jeden Fall ein und du stirbst. Dick, kannst du den Flieger landen lassen bei mir. Aber Menschen vielleicht auch. Seit wann stirbt man davon? Nein, du stirbst nicht davon. Du bist nur krank. Also ich habe alles mal dagegen getan, über Stunden lang. Und ich bin trotzdem daran gestorben. Das Coole ist, dass du auch bei einer schwarzen Weste dann die Karmusch-Tächtchen dran machen kannst. Ja. Das kombinieren kannst. Und Mila, warum isst du Menschenfleisch? Das erklärt. Boah, jetzt wo war ich? Ich gehe mich aber jetzt auslogen, der kleinen Katzen. Wie gespendet? Ne. So ähnlich. Ich gehe jetzt mit dem Hund. Und dann treffe ich mich gleich mit meiner besten Freundin. Dann komme ich irgendwann in der Nacht wieder. Tschüsschen. Bis zum Spaß. Tschüss. Bis zum Spaß. Hey, wartet auf mich. Soll ich hier den Kopf schießen? Laufen wir oben aus der Stadt raus? Oder wo laufen wir jetzt? Wir laufen gleich quasi da, wo wir gerade das Feuer hatten. Dahinter. Was ist aber eigentlich unser Ziel? Wo laufen wir hin? Ja, ja. Erinnerst du dich? Ja, ja. Wo da Lucky umgeknallt wurde, wo keiner alles entspricht hat? Wo alles sich ding ist, Alter. Und wenn man noch gestorben ist und sich verlaufen hat, Jamar sich verlaufen hat. Braucht irgendeinen weißen Rucksack? Nö. Ich bräuchte neue Weste, meine ist komplett kaputt, weil ich sie in Zeit gehauen werde. Oh, Lucky, lass mal ein Abstecher machen bei den Apfelbäumen. Oh, Lucky. Komm, Mila. Bumme. Ach, das ist ein Bär da vorne. Okay, dann nicht. Hallo, Mr. Elite. Göttisch. Was denn? Treffen wir uns bei der Stelle oder? Wo wollen wir uns treffen? Ja, ja, da wo wir, weißt du noch, wo wir waren? Ja, ich bin ja hier bei dem. Ja, ich komm da gerade hin. Ich hoffe nur, ja, müssen wir gleich einen Schuss abgeben, damit die anderen uns hören. Ja, wartet mal bitte, ich bin noch mitten in der Stadt. Das ist ja vorne, sind Apfelbäume, ne? Oi. Ich probiere gleich mal. Boah. Weltzeit. Eine Pistole wäre mal nicht schlecht. Der Lucky weiß genau, was ich meine, wo wir hin sollen. Wart ihr schon bei den Apfelbäumen? Die sind nämlich alle leer. Die Äpfel liegen auf dem Boden. Ja, ich weiß. Ja, dann hat einer die weggefischt. Ich laufe hier gerade rum bei den Äpfel. Hallo, warum wird hier gekichert? Na? Mila nuschelt schon wieder. Nuschelt immer. Wofür ich mich sagen? Hier gibt es so viel Stuff. Ach, die nuschelt wegen der Gasmaske, ne? Ja, wegen der Gasmaske. Oh mein Gott. Aber, aber ich höre euch. Ich höre euch. Nein, vorher war das nicht so, dass ich euch gehört habe. Ja, siehste. Einfach Restart hilft immer. Wer ist das jetzt da vorne? Jetzt mein Sound auch wieder normal. Wie viele Leute sind wir? Vorhin war das so stotternd. Wer ist das? Das bin ich. Oh, hallo. Okay, wo sind die anderen denn? Wenn selbst heute hier hinfinden. Ich bin hier oben an den Apfelbäumen. Ich war gerade hier. Was hältst du denn selbst heute? Ich kenne mich hier aus. Ich weiß, dass wenn man da vorne gerade rums weiterläuft, dann kommt man zu dieser Stadt. Was sagst du meinem Outfit, Lucky? Bin ich Juggernaut? Mein Outfit? Wirst du ein paar Mal von Zombies verkloppt, dann kannst du es wegschmeißen. Nee. Schon ganz nice, aber nicht so cool wie meins. Das ist eine Lüge. Ja, klar. Ich bin mega cool. Hallo, guck mich an. Lucky sieht lässig aus wie so ein Ranger. Der rote Löcher. Ja. Musst du schon wieder alle wegschmeißen, was wir gerade gesammelt haben. War alles verschrottet worden. Ich habe sogar ein großes Funkgerät, das funktioniert. Dann White is Tari, du kannst hier einfach so drauf, oder? Ja, falls. Aber jetzt ist Nick gerade weg. Ja, falls du die noch brauchst. Na hier. Wofür brauchen wir denn Nick denn für einen Harry? Jungs, könnt ihr mal ans Krankenhaus kommen? Oh, shit. Okay, ich bin raus. Du kannst dem Harry doch hier einfach gehen. Dann einfach zu den Appelbäumen. Das ist direkt da, wo diese kleine Army Station da ist, da drüber. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber guck mal, wie süß die da ist. Hallo, hier. Guck mal, wie süß ich bin. Guck mal, wie süß ich bin. Ach, guck mal, wie süß ich bin, ne? Ich guck, hier. Hallo. Ja, wir machen das schon, dass jeder hier draufzocken kann. Aber genau durch. Gut, einer macht... Nein, ich. Wo sind die Appelbäume? Sieh mich aus. Ja, nein, guck mich an. Hier, ich. Hallo? Timer hat meinen Freund. Timer. Hinter dem... Hinter der Dings ist das. Hinter der Feuerwehr? Nein. Ja, quasi hinter der Feuerwehr. Hinter dem... Hinter dem Bad steigen. Da, wo die Züge sind. Also. Vor allem wird das noch mal Bock machen, wenn hier mehr Leute sind und dann trifft man sich und geht zusammen los. Oder zum Tauschen. Und zum Tauschen und so, ja. Das vor allem. Weil so viele Klamotten... Guck mal, ich brauche jetzt meine Hose. Die habe ich nicht. Der Giffy hat die, aber der gibt mir die nicht, weil der Giffy ein dreckiger kleiner Pisser ist. Weil ich auch das Outfit mache. Guck mal, wer da hinten gegangen kann. Warum machst du mir schon wieder nach? Ich hatte das zuerst. Was laberst du denn, Junge? Was laberst du? Was willst du? Warst du Zungenpiercing oder was? Kniegt dein Auge gleich weg? Sag mal, bist du nicht ganz richtig? Ich habe als erstes den Rucksack gefunden und den Helm. Und seitdem... Na ja, ich glaube, wir machen Wender nur PvP am R-Field und so. Witzig ist es zu streiten. Über Mode. Wollte gerade sagen, nicht wegen dem Überleben, sondern wegen den Klamotten. Miele hat ja Hängekotzen. Geil, wo? Patsche, patsche. Geil. Ist jetzt jeder hier oder fehlt jetzt hier noch einer? Ich bin am Weg. Ihr seid leicht rechts über der Stadt, oder? Nein, sind wir nicht. Wir sind genau hinter dem Bahnsteig. Ach, dann bin ich in die Compete-Walt-Durchschnitt gelaufen. Was ist denn, wenn einer einfach einen jemanden erschießt? Doch, dann zieht man in den Loks, wer wo geschossen hat. Ich habe einen Traktor. Weil dann kommt die Nachtschicht. Achso, hier. Ich habe Pumpe-Munition. Bitteschön. Hat einer eine M4 von euch? Nö, ne? Braucht die nicht. Der Nick hat eine M4. Ja, ich brauche Shotgun-Muni. Ich bin froh, wenn ich den Steinschleuder finde. Hat jemand Leuchtspum-Munition? Ich habe eine Leuchtfallpistole. Ah, ah. Oh, nicht noch mehr. Wer fehlt jetzt hier noch? Ich will hier nicht wieder stehen bleiben, bis ich verhungere. Ja, deshalb laufe ich jetzt einfach los. Ist mir egal. Da vorne kommt Demma, oder? Der Demma muss uns entgegenkommen. Wo ist die Shotgun-Muni? Die liegt da vorne am Weg. Ich sehe euch. Lauft los. Ich sehe euch. Dann wird es wieder kalt. Ja, mein Leben ist halt auch weniger als die Hälfte. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Jetzt klauen wir schon wieder alle Äpfel. Wer hat geschossen. Ja, ist halt dumm. Da vorne ist ein Chicken. Hau drauf mit der Schaufel. Beiß es. Fick das Huhn. Ja, fick das Huhn. Der sieht nicht mehr ganz so gut aus. Getrocknete Äpfel braucht er gar nicht mitzunehmen. Die bringt nichts. Mila. Achso. Oh, oh. Wofür esse ich denn einen getrockneten Äpfel? Oh, danke. Hat noch wer jetzt Hunger? Ja, ich. Komm. Und low life. Oh. Bisschen Apfel in den Helm reinschieben. Bleib ich den, Säuty? Ja, bin noch hier. Bitter, Milch. Mach ganz weit. Meine letzte Pille. Danke. In der Gelände. Lucky, was machst du hier zwischen den Heuballen? Oh, hier war ein Huhn. Das meint Schammeier. Es gibt keine Anfänger-Maps, wo der Cerno ist, die Standard-Map. Willst du jetzt oben rauslaufen bei der Kirche und dann rechts oder weiter geradeaus? Wir laufen nach Mischkino. Achso. Wie kann ich denn das Huhn töten am besten? Darf das doch. Wie kann ich denn das Huhn töten? Guck dir an mir. Nicht schießen. Nein, ich will hauen, aber ich kann es nicht hauen. Das ist auch kein Huhn, das ist ein Hahn. Das ist ein Hühnchen. Lass den, lass den mal alleine. Das Hühnchen ist das. Das ist noch jung. Das zwei Hühnchen ist das. Lass den noch spielen. Guck dir das an. Lass ihn, lass den Giffy alleine. Hä? Ich schieße gleich. Giffy, hau das Hühnchen. Das Hahnkampf. Man kann das, oh, da hat es einen Schlag gekriegt, Junge. Er gibt dem Huhn einen Leberhaken, Alter. Was ist das für ein Tierquell? Nieren-Hieb, Junge, Nieren-Hieb. So, Giffy, jetzt musst du es schlachten und ausnehmen. Richtiger Mike Tyson-Schlag war ich. Dafür drücke eins und benutze die Machete. Er lacht mich doch nicht aus. Ein bisschen weiter unterhalb, Giffy. Ja, genau, so schön. Fein. Und direkt gelootet, damit es kein anderer kriegt. Siehst du? Deswegen ist der Giffy so ein Typ, den würde ich sofort abknallen, wenn eine Apokalypse kommt. Der Giffy ist so einer, wir sind vier Monate auf Unity, Alter, fahren alles zusammen, schwitzen uns im EP weg, damit wir Autos kaufen können. Dann kommt der Giffy und sagt, ey, gib mal Schlüsse von den Autos. Ja, ja. Willst du denn ein Stück Hühnchen haben, dann mal? Nö, nö. Ich will ein dreckiges Hühnchen nicht. Nee. Ess lieber mal eine Äpfel, ich bin vegan. Aber die Marmelade hat richtig viel gebracht, letztens. Die Marmelade bringt auch beides. Also, das ist nicht nur, weil die von Curtis ist, sondern das ist Erdbeermarmelade. Eben, Erdbeermarmelade, Beste. Erdbeermarmelade. 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 Anpassen. Höher? Nee, nee. Die Rucksäcke halbieren auf jeden Fall. Ach so, ja, die Rucksäcke sind heftig, Alter. Und halt, wenn du in so einer großen Gruppe rennst, ist es halt dumm, was Essen angeht, ne? Ich hab so Schmacht, Alter. Es wird keine Nacht mehr, ne? Halt durch, Lund. Hol dir am besten so zuckerfreie Kaugummis oder sowas. Ja, das ist auch ne Idee. Hab ich auch schon überlegt. Hast du aufgehört zu rauchen? Ja. Wie viele Tage schon? Hm, ist jetzt der zweite? Ja, drei Tage noch. Ja, ja, drei, vier Tage noch. Na, man sagt so, die erste Woche ist die härteste. Ja, das ist richtig hart, Mann. Die erste Woche ist der körperliche Hinschüttel. Ich hab mal zwölf Stunden geschafft. Nee, ich hab mal zwei Wochen nicht geraucht nach meiner Mandel-OP. Und ich hab mir gegen die Stirn gehauen, da hat ich wieder angefangen, hab ich Idiot. Ja, das ist echt dämlich. Ja, das ist auch dämlich. Ich hab mal ein Jahr lang aufgehört. Und du hast, ja, okay, aber du rauchst ja gar nicht. Du rauchst ja echt extrem selten. Ich hab mal zwei Jahre nicht geraucht und wieder angefangen. Also eigentlich ist das wirklich am besten, wie bei Curtis, wenn du wirklich nicht rauchen kannst. Ja, das ist am besten, wenn du nicht rauchen kannst, wie das ist, ich geh da hoch. Wenn du nicht rauchen kannst, weil du Halsschmerzen hast, ist das Beste, um aufzuhören. Ja, ja. Ansonsten, keine Ahnung, vielleicht bringt das ja auch mal was, wenn man da bei dieser Nummer anruft, ne? Mit den Rauchfalldings. Das weiß ich nicht. Hält was? Das kostet wieder nur Geld. Nein, das ist kostenlos. Hier ist eine Hunting-Hose. Eine Jägerhose. Ja, 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 ja. Ich brauch, meine Hose ist kaputt. Die ist tolle warm. Ja. Wo bist du? Hier, wo bist du? Ich schmeiß nur noch. Ich hab die da hinten hingeschmissen. Ach, du bist auf dem Hunting-Hose. Oh, ja, die Hälber. Die haben das Ding. Wo ist sie? Hier bei uns? Ja. Gott, wie weit hast du die denn geschmissen? Warte, ich nehme den Apfel hier kurz mit. Der hat einen guten rechten Arm. Ist auch so, aber das kommt halt drauf an, was du in der Zeit auch zu tun hast, ne? Wenn du zu Hause hängst vom Computer, dann fängst du eher wieder an als links. Ja. Wie wenn du arbeiten bist oder so, du brauchst Beschäftigung, man. Also ohne PC und ohne Arbeit rauch ich überhaupt nicht. Gar nicht. Also, ich muss aber sagen, das ist jetzt gerade besser, jetzt auf der Couch zu hängen, weil jetzt krieg ich wenigstens die Finger beschäftigt, weißt du? Wenn ich auf der Couch sitze, hab ich gar nicht das Verlangen zu rauchen. Also überhaupt nicht. Ich geh da nicht auf den Balkon oder so, gar nicht. Demba, hol dir noch so, wie heißt es, Studentenfutter. Ja, aber das ist auch gut. Na, bist du fett? Einfach zuckerfreien Kaukumi holen. Und dann jedes Mal, wenn du eine Kipp rauchen möchtest oder das verspürst, dass du das haben willst, dann nimmst du ein Kaukumi. Wie heißt es? Ich meine, ich sag das so einfach, ne? Ich hab das auch noch nie mein Leben geschafft, seitdem ich rauche. Eigentlich ist das voll dumm, Alter. Rauchen ist so dumm, ne? Ja, ja. Das hab ich mir halt darüber überlegt. Guck mal, wie viel Geld du ausgibst. Ja, wie brauchst du eine Schachtel so am Tag? Ja, ungefähr. Ja, das sind so fast 300 Euro oder so im Monat, Mann. Ja. Aber wisst ihr noch früher mit 14, als wir die kurzen waren? Ja, du warst mit 14, Alter. Ich war elf. Ja, ich war auch zehn. Du hast mit elf angefangen zu rauchen? Ja. Also ich hab mit 14 angefangen und das war schon früh, eh. Ich war zehn, Junge, die fanden das alle voll geil. Ach ja, an das Alter komm ich noch. Nee, mit zehn hatte ich noch Kaugummi-Zigarette. Ja. Die so vorne so Puderzucker drin hat. Du bist absolut nicht der coolste, wenn du rauchst. Du bist einfach nur richtig vollidiot. Die rauch ich immer noch so. Wenn alle anderen normal rauchen, hol ich mit Kaugummi-Zigaretten. Ja, das merkt. Wenn du aber selbst rauchst, dann merkst du nicht, wie eklig das ist. Ich rieche das tatsächlich bei anderen und auch bei mir. Doch, doch. Vor allem kalter Rauch ist so ekelhaft, ey. Ja, das stimmt wohl. Boah, geil, kalter Rauch. Riechst du richtig nach Aschenbecher? So wie Marte schmeckt, so riechst du dann. Warum bin ich krank? Hat einer Dings. Ich hab ne weise Mosi. Eine Terra-Cyclin-Tabletten. Ich bin immer noch krank. Oder bin ich krank? Ich hab drei Terra-Tabletten. Was für Tabletten denn mal? Diese Terra-Cyclin oder so. Antibiotika ist das. Gib mal Mila. Vielleicht bringt das was. Was sind denn meine ganzen Medikamente? Hätte ich keine Medikamente? Ich hatte doch Medikamente, oder nicht? Vielleicht hast du die in irgendeiner Tasche gehabt, die du aus Versehen weggeschmissen hast. Kann sein. Also das Outfit, was du hast, ist auch cool, ne? So. Guck mal, mein Kind hat Taratatspinifte. Wo bist du denn? Ach, da. Oh, mit Skos sogar. Sieht aus wie der Gehstock von Garnbeck. Ich frag mich, wie Mila noch ihre Klamotten tragen kann. Du wirst doch genauso oft von den Zombies geschlagen wie ich. Ist alles noch makelo? Oh, ich hab Hunger. Der Unterschied zwischen euch ist, dass hat der Mila gefällt. Hallo. Danke. Da entstehen Gerichte. Aber das Zufall, die Mila da, das ist cool, Alter. Ich hab Hunger. Da sind wir wieder die Schneenomaden aus dem Süden, Junge. Ahu. 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 Hallo, Panther. Und hallo, Deadshot. Ich bin auch nach fünf Jahren Rauchen aufs Dampfen gestiegen. Und hab dann erst gemerkt, wie ich immer noch gehochen habe. Aber Dampfen... Gibt's auch ohne. Ja, ich krieg auch Kopfschmerzen davon. Gibt's ja auch ohne Nikotin, ne? Und das schmeckt doch gar nicht mal so schlecht. Das Kaffee, Karamell, irgendwas. Das schmeckt gut, ja. Also richtig angenehm. Aber ich krieg davon Kopfschmerzen. Einfach auffüllen mit dem Scheiß. Genau. Einfach auffüllen. Mutter hat diese Blue-Dinger ausprobiert und sie hat gesagt, davon bekommt sie schlechter Luft. Welche Blue-Dinger? Einfach komplett auffüllen mit allem. Einfach gar nicht erst auffüllen mit dem Scheiß. Wo der Tabak verdampft wird, statt verbrannt. Meinst du die? Weiß nicht, dafür gibt's so Dinger, die steckst du da rein. Ja, 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 genau. Das hab ich auch. Stimmt, was Haki sagt auch, einfach... Oder einfach, anstatt Kaugummi zu kommen, einfach immer, wenn ein Rauchen willst, einen Schluck Wasser trinken. Ja, das ist auch eine Idee. Und dich beschäftigen vor allem. Also irgendwie vielleicht kurz Sport machen oder so. Ja, oder am Bauchnabel rumpopeln. Alter, guck mal, wie die Bäume sich bewegen, Alter. Ich hab's damals auch gehört hab, ich hab viel genascht. Ja, du nimmst ja auch viel zu, ne? Wenn du aufhörst. Weil du eben dann anfängst zu essen und so. Ja, ich hab hier schon zwei Typen Gummibärchen liegen, aber ne Tafel Schokolade ist schon weg. Wir spielen auf China aus Winter. Das geht neidvoll. Guten Abend. Ja, einfach ist... Aber ist immer einfacher gesagt als getan, ne? Chat. Ehrlich. Ich hab schon so oft drüber nachgedacht und so oft auch versucht und so. Das ist so heftig, Mann. Ja, für die, die nie angefangen haben damit, fangt du nie an damit. Lass einfach die Finger davon. Was macht man da bei Weed? Ist genauso dumm. Das ist wirklich, ich muss alle zwei Minuten essen, aber ich hab vor einer Stunde das letzte Mal getrunken. Ja, ja, das ist super weird. Weil du mit jedem Essen, was du isst, mehr Flüssigkeit zu dir nimmst als Essen. Das ist ganz komisch. Weil eigentlich ist der Trinken wichtiger. Sag mal ruhig. Das sind die Bäume. Ich dachte, das ist irgendwo ein Bär. Ne, das ist Mila, die knabbert Essen. Boah, weißt du noch gestern, Alter, als der Bär auf uns zukam? Ja. Das war krass. Ich hatte keine Angst. Da dachte ich, ich sterbe. Hier fängt das jetzt an mit den Wölfen und so, ne? War ganz mutig. Ich weiß nur nicht, ob die Wolfsbarns hier hochgestellt sind. Das müsste der Nick auch mal machen. Könnt alle bezeugen. So für drei, vierfachen. Sind die immer noch so buggy oder geht das? Nö. Geht. Boah, die waren für mich letztens unsicher. Also wenn Wölfe kommen haben, wäre das erstmal genug Essen, ne? Oh, leck? Ja, ja. Geht wieder. Wir müssen halt jagen gehen noch. Wir spielen auf Czerno Winter. Mein Telefon ist dann weggeschmissen. Du bist ein Wichser, bist du? Ach, die Wölfe sind ziemlich einfach in Daisy. Du musst nur gucken, dass das Alphatier schießt. Dann holen die anderen weg. Ich bin das Alphatier. Au. Au. Und Mila wird erschossen. Kau, Tabak, I, das muss man doch so ausspucken, oder? Ja, ich muss wieder rein. Ich habe einen Mosin-Kompensator gefunden für dich. Geil. Nimm mit. Was geht eigentlich für Muni rein in die Mosin? Sieben, Egenwirt. Sieben, Sechs, zwei mal 54. Weed ist am Anfang auch nice. Naja, Bruder, Aki sagt sowas nicht. Ehrlich nicht. Jeder Mensch reagiert anders darauf. Naja, auch mit der Sucht. Obwohl du ja keine körperliche Sucht davon kriegst. Am besten einfach die Finger von allem lassen. Ehrlich. Du kannst vorher nie wissen, ob das so richtig bei dir anschlägt und wie dich das beeinflusst im Leben. Ganz viele Menschen sagen immer, ja, aber Weed ist doch nichts. Das kann ja nicht schädlich sein. Das ist ja kein Nikotin und bla bla bla. Ich habe echt eine Handvoll Freunde, die einfach verblödet sind an dem Zeug. Das ist kein Witz. Die haben einfach so viel gepufft, Mann. Das ist schon gar nicht mehr lustig. Ja, genauso wie Alkohol. Das hat Genussmittel, aber haben wir schon mal. Ich will auch keinen Drogentalk machen, ne? Also ganz ehrlich. Das ist einfach komplett die Finger von dem ganzen Scheiß. Kann echt nach hinten losgehen. Ja, Zucker ist genauso scheiße. Das ist alles scheiße, Alter im Prinzip. Ich bin auch nicht der beste Vorbild dafür. Ich sage das ganz ehrlich. Und wenn ich jetzt sage, lässt die Finger davon, ist das auch immer einfach gesagt oder zu tun. Fragt euch halt einfach, ob sich das lohnt. Guckt euch vielleicht so abschreckende Beispiele an. Ich glaube nicht, dass ihr so sein wolltet, wenn euch einer fragt, wie es euch geht, dass ihr nach fünf Minuten erst antwortet. Okay. Links klick. Rechts klick und dann links klick. Okay, einer schleicht schon wieder nicht. Ja. Farm schleichen. Er sagt rechts klick und dann links klick, Alter, wenn du Waffin da antast, auf Feierabend. Können wir erst die Zombies wegmachen, bevor wir alles wieder weglooten und so? Ja, warte. Er geht nicht down. Wir spielen auf Tscherno Winter. Ich habe alles, ich habe IV-Kochsetz-Lösung und so. Nein, CPR, wir müssen die Zolti wiederbeleben. Okay, die sind down. Los, du schaffst das! Ich habe deine beiden Zolti, keine Sorge. Ich habe, soweit es geht, eine Zombies hier vorne gekehrt. Da waren irgendwo Tiere. Ja, ich bin auf der Spur, ich bin auf der Spur. Du hast einen stetiger Puls, ja, ja, komm. Hier sind Tiere, die müssen wir gleich anhanden. Ich gehe jagen. Ja, wenn, dann gehen nur ein, zwei Leute bitte jagen, okay? Weil sonst verscheucht ihr wieder die Tiere, Biti. Kann ich so weiterleben oder kratzt die gleich ab? Geht irgendein Pfeil nach unten von deinen Stats? Nur essen und trinken. Biti ist immer sauer auf, wenn du Wunden hast. Nee, habe ich nicht. Ui, hier ist eine weiße Weste, ne? Seid ihr den Weg einfach weiter runtergelaufen? Ja, ja, im Prinzip ja. Braucht einer eine richtig dicke weiße Weste, Mann. Ich brauche eine Weste, meine ist kaputt. Ab einer, danke. Wo bist du denn? Hier im Zelt, ich habe die in der Hand. Wo bist du? Auch an dem Zeltchen, die sind überall Zombies. Da brille ich dir? Ja, ja. Hier. Ich bin auch im Zelt. Seid ihr den Weg weiter oder quer durch? Einfach den Weg runter. Einfach dem Weg folgen. Ah, okay. Zack. Der Zeltplatz war aber auch mal größer, ne? Zack. Ich habe ein großes Zelt gefunden. Zack. 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 Mit wem wirst du jagen? Zack. Ich bin alleine. Und hier ist ein Fluss. Ich bin halt ein verhunger, Mann. Wir brauchen ein Feuer für Fleisch, Alter. Ja, wir müssen jagen gehen. Wo kommen denn die ganzen Zombies jetzt her? Was ist denn da so? Da sind Tiere. Ein Hirsch wahrscheinlich, oder? blut ist wie ich blute nicht wir seid in der zeltstadt nämlich ja 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 okay dann sehe ich dich schon mal den steinpilz kann man essen ja 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 pilzen kannst also steinpilz ist gut ja die sind sehr würzig jetzt geht es mir auf den sack ich renne weg aber die mila lacht und rennt durch den wald alter ich bin so krass am verhungern gerade machen wir ein feuer dann kannst du fleisch essen und ich bin doch muss dringend was essen irgendwas zumindest ein apple oder irgendwie so war ich bringe es geht hast du dich schon ausfindig gemacht lucky oh gott oh shit lauf einfach weg geht nicht versuch auf die ist denn irgendwo zu klettern wo bist du bist du bist unter so einem dick ich bin k.o. da die mann diese zombie mod also dass die auf dem boden sind und die hinterher kriechen ist total dämlich ist keine motto zustande ich bin die beine brechen ja weil dadurch hat er mich jetzt gekillt ich bin in dem rein gebracht und kam dann nicht mehr weg also ich konnte springen laufen dagegen gar nichts wie viel hits hält er noch aus lucky hast du was erwischt na das vier hat überlebt den schloss und ist weg gerannt scheiße find den nicht mehr also die wo auf dem boden rumkriechen kriege ich nicht kaputt alles verdorben das blöde ist der ist auf dem boden und du haust den aber der haut dich auch also du musst schießen gegen die darf man diese nein der ist verdorben ich bin tot oder bewusstlos ich bin schon neu gespawnt scheiße ich glaube ich bin gut gespawnt ich kann das nicht anzünden warum nicht weil der wind oder ist nass jetzt durchziehe bin ich ziemlich schnell oben glaube ich wo zum fick ich habe auch meinen baseballschläger verloren also ich habe gar nichts mehr ich bin einfach nur im arsch der zombie ist immer noch da unten also ja nein nicht schieb hi hi was ist dein problem fast tot essen oder was darf man riesen schirmlinge essen ich glaube ich weiß nicht wie man das weg kriegt also mein keine ahnung kenne ich nicht meine lebensanzeige das kreuz das ist halt komplett leer und blinkt rot keine ahnung was ich dagegen ist gleich tot nee nee das geht hoch ich weiß halt nur nicht was ich da jetzt machen kann damit es mir besser gehen das ist ein problem ach so brauchst du irgendwo ein feuerkürtes ja brauchst du einen apfel hier ist heute ja ja gerne ich habe gar nichts mehr dankeschön wo ungefähr wenn ich in den wald reinlaufe ja warte mal kannst du den stock nochmal anspitzen hallo mit messer na geht nicht ich glaube die stöcke kann man gar nicht anspitzen doch doch so lange stock muss das aber sein glaube ich das kann ich doch doch anspenden ah scheiße wo kriege ich denn nochmal einen langen stock her ja wo seid ihr alle äh ich bin dann weit auf der suche nach kürtel ich laufe gefiel hinterher kumpel gefiel hinterher ja ich hab alles verloren weißt überhaupt nicht wo ihr seid ne ich bin noch bei diesem lager ja ja da sind wir auch ähm also ich laufe jetzt zum eingang dann finden wir uns da zumindest ja dann lass uns beim eingang treffen und dann am besten ein feuer machen und die zauber sind tot oh gott ich verhungere die meisten zauber sind tot ich bin gleich tot ja warte ich teile mit dir sorti nee gib lieber mila mir geht es glaube ich besser als mila oder was ist ein busch hier alter kann ich mich prähen da ist doch ein busch wo ist mila riesen schirmling großer weiß ich nicht ah da hinten wartet schmeckt gekocht sehr gut ja ich glaube den sollten wir so roh nicht essen was zum teufel ist hier im busch oh gott da sind schon wieder zombies bloß nicht da langlaufen da sind überall zombies dahinten wo ist jetzt der jfk so okay jetzt haben wir uns jetzt mal gefunden jetzt müssen wir mal den kürtis suchen ich bin direkt hinter der militärbase über dem fluss ich krieg keinen stock in die birne lucky hast du gehört hinter der militärbase über den fluss weißt du wo lang ich bin in luckys richtung gelaufen er hofft zu lachen wieder du hast mit angst ja da macht kürtis Feuer alter könnt ihr bitte konzentrieren salty nimmst du die birne mila ist in falsche richtung mila kommt bloß nicht zu den zombies laufen mila weil ich hab fleisch dann können wir erstmal den auf deinen wald hinter mir gar nicht laufen ja lucky wir beide machen die zombies einfach bleib du bei denen jetzt hat er braucht zu machen guck ein bisschen auf den boden ich hab hier noch einen pilz gefunden mila stehen bleiben rumdrehen ja lustig ne wie sind ihre gasmaske lacht woher essen ist gelb ich bin am verhundern das bekommt salty geht ihr bitte zur seite fütterst du mich dankeschön kommt ihr jetzt her oder was macht ihr ja die sind kurz vor verrecken frag mich mal junge wir laufen zu ok los gehts zum fluss einfach geradeaus ich darf lucky hinterher ich weiß nicht wohin ihr müsst eigentlich den qualm sehen einfach geradeaus ne hier ist alles voller baum wir sehen gar nichts ich lauf schon mal ein bisschen schneller weil dann kann ich das fleisch machen dann können die ganzen verhungernden fleisch essen nicht rennen nicht rennen ich renne nicht ich renne nicht du musst jetzt nur geradeaus weiter lucky ne ja dann kommt der fluss du bist direkt am fluss oder was Curtis na da drüber den berg ein bisschen hoch aber ich würde eher sagen nach links ey die beiden die schaffen das nicht durch den fluss zu springen die schaffen das nicht zu springen du musst auf unsere seite zurückkommen Curtis na na Curtis hat da jetzt schon Feuer gebaut ja aber die können nicht über den fluss rüberspringen und werden die Lachen verretten sofort dann muss ich rüber das Fleisch machen und dann aber die müssen sich da aufwärmen ja ich seh dein Feuer Curtis der Meck hat hier übergeglichene Zombies der Meck hat hier übergeglichene Zombies ich schmeißt die Fackel so runter zum fluss ungefähr ich seh dein Feuer jetzt sind nicht weg Digga äh ich verkomme irgendein Hund draus und bin grad wieder gekommen und jetzt geh ich hab ok ich seh den fluss hier ich bin bei Curtis jetzt ich bin bei Curtis jetzt ich brauch nen Stock und dann kann ich das Fleisch machen Fleisch weiss nicht ob da rechts ah doch hier rechts da seht ihr das das ist Feuer ja naja damit lockst du zu viele Zombies dann wenn du wieder schießt ich seh gar nichts bei mir ist alles schwarz weiß ne das geht bei mir tatsächlich noch aber wie kommen wir jetzt da rüber einfach durchhüpfen oder ich hab keinen Stock scheiße du musst hier hinter mir so diese Tannenbäume runterhauen wie hier du kannst gleich meinen Stock haben ich bin jetzt fertig also Demba haben wir schon verloren die nächste ist Mila ja ja ich glaub auch also Mila gehts deutlich schlechter als mir willst du noch Sordi essen? ne gib Mila ich würde ne das schaffst du hier nicht rüber ne ich muss deinen Stock nehmen ja weil ich immer ein Finger beißen wieder warte dankeschön ok jetzt mir eigentlich nur noch kalt hier das geht auch wieder hoch wie viel Fleisch haben wir denn? zwei Stücken dieses Lachen macht ja nicht wir sind alle am Verhungern ne? ich bin am Verhungern du bist am Verhungern also Hunger und Trinken geht bei mir voll klar nur meine Gesundheit ist halt im Arsch ne? achso na der muss heute sich einfach nur ausruhen also ich muss auf jeden Fall gleich essen also Temperatur und Gesundheit ist halt im Popo und ich hab noch diesen Blutstropfen also nicht dass ich blute und ne Wunde hab sondern dass da halt noch was fehlt ne? ja wir könnten halt jemanden Blut abnehmen wenn wir wüssten welche Blutgruppe du bist bei mir ist Blut wieso betonst du Blut? und weil ich es kann blutgruppe 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 nur nicht wieder zu nah ins Lagerfeuer damit ich dich wieder brenne setzt euch schon ins Lagerfeuer singt das Lagerfeuer Lied das L-A-G-E-R Feuer Lied seid nicht traurig Freunde irgendwann werden wir uns wiedersehen die geht noch viel schneller wo bist du denn jetzt immer? ich bin ganz am anderen Ende der Karte oh na wunderbar was heißt denn ganz am Ende? vielleicht bist du ja bei mir in der Nähe oben rechts in der Ecke an dem Hafen da ich hab das Gefühl du warst hier auch hallo 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 zuhören ja bitte hat irgendeiner ne Spitzhack oder ne Schaufel dabei? nein nein ich hab ne Schaufel wo bist du? wo bist du? ich bin bei Lacki gib die mir ich bring sie rüber da vorne bei dem Feuer ja ja bei dem Feuer ich darf nicht rennen alter was brauchst du denn? wofür brauchst du die? was denn? wofür brauchst du die Schaufel? ja ich mach ein Beet nee das klebt sich so einiges ab schmeiß rüber komm ich schmeiß rüber schmeiß rüber wie schmeiß ich? einmal geh drücken ja und dann linke Maustas geh junge alter bist du und dann linke Maustas halten und jetzt schmeiß bapu wir müssen die fettesten von uns jagen schicken sonst wird's nicht tut mir leid dass ich das scheiß Dreh vorher nicht erschießen konnte als ihr alle rumgeschrien habt ich glaub das kann man auf der Schneemap gar nicht oder? oh bitte sag mir dass das geht es geht wie schnell regeneriert sich denn meine Gesundheit? tschüss Prepper das dauert ah ok ich kann schon mit einer halben Stunde rechnen so wo war das? das ist witzig ne Mila wo war das? sorry du bist vor mir ne? war das nicht links von uns? was ist das? guck mal ich schmeiß ich jetzt Fleisch rüber ne? Muffin glaub ich hab ich dir gegeben ah ok Mila du bist dann verhungern oder? äh es geht schon also es ist wieder weiß willst du mich verarschen? bei mir ist nur äh quasi Blut und dieses Kreuz auf äh rot noch dann ess ich noch ein bisschen bei wem ist Essen nicht gut? äh bei Curtis glaub ich oder? warte ich guck warte ich guck ne weiss willst du mich prellen? prüsten Junge ich hab hier einen Millimeter wo ich das anbauen kann ich schaff das nicht konzentration doch hier ok 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 ich brauch Wasser hier drüben ganz schnell er sehr blocky äh komm mal ich kann dir meine meine Dingens rüberschmeißen meine Flasche bringt das was? hat jemand ne leere Flasche? weil dann können wir das Flusswasser rein machen dann müssen wir das Trinkwasser nicht verschwenden Mila ist das nicht witzig Curtis komm rüber dann schmeiß ich sie dir in der Trinkflasche du kannst sie mir geben dann renne ich rüber damit dann kriegst du meine auch die brauche ich nur wieder einer muss die rüberbringen ich muss jetzt hier Dings das dauert jetzt aber einen kleinen Moment ne ich hab auch noch Paprikasamen ne ja ich dachte meine Flaschen sind gefroren aber geht ich hab Wasser ich hab jetzt noch mehr Wasser ja ja gib so viel Wasser wie du hast ähm ich bin Chefkochkusch alter ne da Paprikasamen kann ich da noch Paprika anpflanzen? ja ja gib alles her guck mal hier vorne liegt Paprikasamen bring mit hab ich in der Hand genommen warte du kannst nicht anpflanzen warte 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 Junge ich bin Beutelin alter warte 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 gefiegt wo ist die Schaufel? da da okay tschuldige gehört I go GYFI ja wie im echten Leben drück den Samen in den Boden los 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 warte 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 na das Paket zack kann ich nicht? doch kannst du ach auspacken ja du musst die erst auspacken jetzt kannst du den Boden rein holen jalla jalla da waren nur 30 Stück Brüder mach mal ein bisschen ruhig alles gut versuch die Tiere zu haben Lucky muss jagen pscht hast du überall reingehauen? ja hier nicht wie du hattest nur drei Stück? ich hab doch gesagt ich hab nur drei Samen gehabt mein Gott wusste nicht dass da nur drei drinnen sind wo sind meine? ich geh mal ein paar Pilze so soll ich euch eure ich mach jetzt eure Wasserflaschen wieder rüber ne? ja gebt die mal lieber rüber nicht dass die verbacken dann mach eine nach dem anderen nicht werfen ne? ne ne muss ich jetzt hier drüber springen das ist so ne oder doch komm wir haben Feuer wir haben du kannst dich aufwärmen hier ja aber das kostet zu viel Energie ja dann schmeiß drüber hat jemand so eine Nese? ich werd auch mal eine ich hab zwei Stück oh oh nein nein du bist da hinten hast du sie? ne ja das mein ich ein bisschen stärker ja hol sie doch raus ne ich geh da nicht ins Wasser rein dann zieh dich doch auch kurz aus spring drüber Junge du bist nicht zu viel nass chill mal einfach ja Lucky muss die Dinger hören ich musste nicht mal rein ich hab sie schon Schordi Gyfi hörst du nicht zu? der Lucky muss die Tiere hören man damit wir Steaks haben die bringen richtig viel sind ja schon wieder am abnippeln alter Mila wie geht's dir? ähm Gesundheit und Blut immer noch rot aber der Rest ist noch okay und ich lach die ganze Zeit ja weil du Menschenfleisch gefressen hast ja mein Chessbrick ist ruiniert für den Notfall habe ich auch mehr Menschenfleisch ja und wir brauchen stimmt wir brauchen das gebratene Fett von den Tieren oder geht Demba töten der macht der da kann man auch Fett abschneiden bin doch schon längst tot ja ihr müsst den auseinander stückeln wenn dann nicht schon wieder die ganzen Zombies respawn sind erstmal ein Tinkepättchen ich geh mal schnell gucken wir sind halt komplett am verrecken jetzt alle gerade ne wir sind nicht mehr weit von mir könnt ihr bitte ein bisschen ruhiger sein woher ich liege jetzt einfach innen gehen bei hier Störigkeiten zeig mir deine Socken ich hab keine Ahnen das ist echt hart ne wir sind komplett am verrecken egal ich sterbe als lebende Legende hast du Hunger? ne ich hab noch ein halbes Hühnersteak ne fütter mich Baby Hallo China Bella sei verboten du die Hälfte und ich die Hälfte ok ok oh Lucky sag bitte dass der Ding erledigt hast alter 3 Schüsse und es rennt immer noch ihr wollt mich doch verarschen scheiß auf die anderen lass uns unseren eigenen Arsch retten guck mal die Tomaten Curtis ich hab Zucchini Samen ja bring rüber hier ich komm stimmt das wird noch härter auf dem Server ne ich sag's euch jetzt schon sagen ich hab nicht Ihr Dembersfett könnt ihr kochen, wenn ihr möchtet Ja, bring rüber das Zeug Und hier gefroren Und das ist gefroren Das ist halt so eine, was du jetzt gerade sagst, Haki Das ist halt so eine Sache, ne? Jemand, der hier spielt, kann sich irgendwo eine Farm aufbauen Und Essen verkaufen oder traden und so Auf sowas hätte ich halt richtig Bock, Alter Irgendwo so eine Nähe vom Erl fehlt Oder so ein Quatsch, eine Farm aufbauen Tierre jagen gehen und so Wo hast du angepflanzt, Kölz? Weiter oben? Hier bist du, ne? Ah, ja, 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 ja Die ersten Tomaten sind, aber da ist nur eine grüne drin Ich weiß nicht, ob ich die hatten soll Ja, Zucchini liegen Sexy, Alter Kann ich das Fett einfach so reinlegen? Nein, du musst das... Oh, dann brauch ich ein Stückchen Ich hab auch eine makellose weiße Mosin Ah, hier rosten Okay Hast du Munition dafür, Scholdi? Ja, und ein paar Schuss Leider Ich hab AK, damit krieg ich auch ein Tier erlegt So, ich versuch da jetzt auf jeden Fall rüber zu jumpen Zu Curtis und so Mir geht's wieder gut Mila, wo bist du? Bei mir Äh, immer noch da Lucky, hast du irgendwas gefunden? Ja So, wer jetzt Essen braucht, muss rüberkommen Wenn da Hast du Fleisch? Fleisch nicht Nee, der Lucky hat was gefunden Ja Ich hab Essen bis ins nächste Jahrhundert jetzt Ab zu meinem Lagerfeuer Braust du Holz noch im Lagerfeuer? Ja Ich geh dir auf welche Sachen Ei Wo ist Mila? Wer braucht Essen? Mila ist noch drüben Mir kann's auf jeden Fall schon mal Essen geben Okay Boah, das ist ein Holzstamm Moment Ist aber noch nicht gut Jeder kriegt erstmal vier Tomaten Hier Alles klar Gib erstmal den anderen Ich bin noch Gucci Wer braucht unbedingt Essen? Okay, wohin muss ich? Da, wo Auf der anderen Seite Wenn du jetzt zum Fuß gehst Und siehst du doch den Rauch da, ne? Kein Rauch Bei mir ist alles schwarz-weiß Äh, dann hüpf einfach erstmal rüber über den Fluss Bin ich Hast du komplett weiß alles an? Ja Nein, sie sieht weiß Also, nee, nee Ich hab schwarze Hose Oder blau Warst du nicht bei dem Lagerfeuer gerade Da bist du hier, ne? Hallo Ja Komm, 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 komm Warte mal, hast du Hunger? Äh, ein bisschen Ja hier, hau dir die Tomaten rein Liegen da Und dann einfach nur geradeaus Da vorne brennt alles Habt ihr schon eingespitzte Stecker? Einen haben wir Ja Ja, dann hol doch mal ein paar Ja Wie macht man angespitzte Stecker? Ich lieg jetzt nochmal hier Tomaten hin, ne? Äh, die kleinen Weihnachts Genau Und die kleinen Weihnachtsbäume Da brauchst du die langen Stöcke Von denen Hier liegen Tomaten auf dem Boden Mein Messer ist ruiniert Damit kann ich nichts mehr machen, oder? Ne Dann feure ich das weg Da, wo die Fackel ist, liegen Tomaten Ich hab kein Messer mehr Wer anders von euch muss machen Äh, ich kann dir gleich Ich kann dir ein Messer gleich geben Locken die Sachen am Lagerfeuer? Ja, ja Ja, ja Ja, Lichtguffi Dankeschön So, ich wollte jetzt bei mir sortieren, Alter Ich hab gar keinen Überblick mehr Ja, schnapp dir erstmal die Tomaten Äh, Katz, kannst du mir noch dein Nähset geben? Ja, leg ich auch Habt ihr gehört? Wir müssen Stecker machen Leg ich hier deine Tomaten hin Mhm Ja Holt euch die Tomaten Da liegt ein, da liegen Tomaten Holt euch die Erst erstmal Und dann helfe ich dir, Stöckchen zu machen Einen Busch zerschneiden muss ich ja, ne? Ja, die kleinen Weihnachtsbäume Scheiße, ich kann meine Jacke nicht Schärfen Kannst du nicht reparieren? Nein Und nicht so viel essen So, ich leg hier am Lagerfeuer Die liegen immer noch Tomaten, ne? Hier liegt der erste Stock Also ich hab mir jetzt die vier genommen Weil Lucky und so brauch ich ja auch noch was, ne? Wenn er wiederkommt Ne, ne Lucky hat Fleisch ganz viel So, lange Stock und dann Messer, richtig? Ja, und dann Schärfen Dann haben wir jetzt vier, haben wir reichend? Vier Ja, ja Spitzestöcke Können vier Leute gleichzeitig am Feuer braten Kann auch noch mehr machen Wenn der passt Einen hab ich jetzt auch Und jetzt stellt euch noch vor Schneesturm Man sieht, geht nix Noch mehr Zombies Noch mehr Lebe Ist das eine Rift? Tomate auf deinem Stock? Ja Hast du was dagegen? Nein Probier das jetzt auch aus Oh ihr Loser Nehmt euch Tomaten, ne? Susa Rösten Woher hier ist? Hier liegt noch ein Stock Nehmt euch Tomaten Wir haben jetzt vier Tomaten genommen Erstmal Wollt ihr Steaks haben oder nicht? Ja, gerne Ja, klar Mach alles fertig Ja, dann kommt her mit euren Steckern Ja, ich steh hier mit meinem Stock Ich bin nicht, wenn da eine Gruppe von Leuten steht Giffy, komm her Oh, mein Kreuz ist Geld Ich dachte, du bist das gewesen Dein Kreuz ist Geld Solange es sich irgendwie dreht ist Oh, ach, wie zu Soll ich mehrere machen oder nur einen denn? Komm mir Kommen wir eigentlich wieder neue Tomaten? Mit der Kapuze hier? Schottie Ja, Schottie, komm Äh, äh, was? Fleisch Hier, hast du einen Steak? Bitte beraten Dankeschön Von aller Verrecken Nimmst du einen langen Stock Ich bin Veganer Ich esse meine Paprikas So, Fleisch Oha, hast du eine Pionepaprika? Da, bitte Ja, hier wird es Paprika liegen hier Mila Mila Hier liegen zwei Paprika Hier liegt noch ein angespitzer Stock Nimmst du den? Bei mir liegen die Hier Du musst die Paprika mal rösten Nö Da ist es gut Hier liegt noch ein spätzer Stock Da Nehmen Sie den? Nehmen Sie das Steak? Wenn einer fertig ist Wer den Paprika? Dann gib mal einen Ich hab die aufgenommen, weil ich nicht wusste, wie lange du jetzt brauchst Bevor die Willst du einen haben? Nimm dir eine Nö, ich hab genug Nimm dir eine Paprika Nö, ich hab genug Huch Wenn ein Stock über ist Würde ich einen Stock nehmen Der Lucky, der hat sich dann Gaskocher mit einem Fanchen aufgestellt Ist ganz fancy unterwegs Ne, ich nehm mir dann gleich nur Tomaten und Paprika für unterwegs Das Fleisch mach ich mir jetzt Ich hab noch richtig viele Tomaten, Alter Ja, wir nehmen alles mit Wir müssen alles mitnehmen Sonst sind wir wieder am Arsch Hallo, Stöckchen frei Bei irgendjemand Eben grad lag hier noch einer Wie kann ich das lösen wieder vom Stock? In die Hand nehmen den Stock und dann das Fleisch abziehen Warte, wenn ich fertig bin, geb ich dir meinen Stock Aber wie? Einfach nur ins Inventar wiederziehen Hier liegt ne weiße Tasche, da sind noch Tomaten drin Also, ich hab auch genug Taschen so als Lagerplatschen Ah, warte mal, ich hab doch einen auf dem Rücken, hä? Okay, na gut Wie, aber wo hab ich den drin? Ach, an meinem Dings An meinem Rucksack ist auch noch ein Waffendingens Ja, moin Tomatens, Tomatens Moin, Meister War mir übel viel Platz Aber danke, das sollte Du hast noch ein Achso, du hast schon Fleisch Ja Möchtest du noch jemand Ein Stück Fleisch hab ich noch, was ungebraten ist Was gebraten werden muss am Feuer? Ähm Für wen nimm das? Oh, ich hab grad das Fleisch aus der Bratpfanne geklaut Warte mal Das kommt da wieder rein Ähm Wie grabe ich ein Würmer aus? Oh, ah Gute Frage Willst du angeln hier? Ja Hast du ne Angelrute und Haken? Ich hab ne Angelrute, ja Ne, Haken hab ich nicht Ja, siehste, Max der Max der selber Möchtest du ihn selber bauen? Möhm Ich weiß nicht, ob das hier geht Ich glaub das geht, ja Wie macht man sich sonst nen Angelruten? Ah, Knochen Ach, scheiße, Lucky hat bestimmt kein Knochen mitgenommen, ne? Ne Egal, wir haben jetzt erstmal genug Fleisch Ja, deswegen Ja, deswegen, ich hör jetzt auch auf zu essen Ja, ja, ist oben im Orsten Mila, hast du nur Hunger? Mila? Ja Ich such'n Ort, dann weiß ich, wo ich mal bin, Alter Jetzt sollte keiner mehr Hunger haben Jetzt sollte keiner mehr Hunger haben Jetzt sollte keiner mehr Hunger haben Ach, ich brauch nen Stock, haben wir nur nen Stock übrig? Ja, da liegt's hier irgendwo rum Ja, Schotti, irgendwo ist gut Mach dir einen Ich hab einen in der Hand Gib mir Gemüse Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Nimm den Okay Okay, dann nicht Angesprit Geht nicht, du kannst kein Gemüse drauf ziehen Doch Doch? Nein Also mit Tomata und Paprika geht das Bei mir nicht Ja, der, okay, der ist kaputt Zu oft benutzt Ja, der ist ruiniert Mach grad einer nen Stock noch? Willst du mir sagen, du weißt nicht, wie du nen Stock machst? Nö Welchen Baum muss man hier abhauen dafür? Ich hab auch keine Ahnung Ich muss keinen Baum abhauen, sondern einfach nen Busch zerschneiden So nen Weihnachtsbaum so klein Kriegst du nen langen Stock und den spritzt du mit nem Messer an Achso Abo, Digga Abo, Digga Die ist Abo, Paddle Wo ist denn, wo ist denn der Kochtopf denn von vorhin? Hier Erstens hatte ich ne Pfanne und keinen Topf Miene ich doch Und wir brauchen Fett dafür, um was anzubraten sonst mal brennt das da drinnen Was hast du grad gesagt Ich bin so ein Deutscher, ne? So ein richtiger Besserwisser Guffi? Ja. Deine Musi liegt noch hier. Ja, aber ich habe keinen Platz für die. Ah, Rucksack kannst du doch hinhängen. Ja, in meinem Rucksack hängt es schon dir, klar. Ach so. Du kannst sie auf dem Rücken tragen, ne? Ja, was soll ich auch schon auf dem Rücken? Luki, du hast die kleine Arzt legen müssen. Für deine AKU habe ich noch ein Magazin. Willst du das haben? Ja, würde ich nehmen. Sind da Schuss drin? Ja, 12. Frisch von Denver geklaut. Oh, nein. Ob wir heute noch am Airfield ankommen? Erstmal müssen die Tomaten gebraten werden. Ob ich heute noch bei euch ankommen? Curtis, du hast gesagt, du hast ein Schally für die Mosin. Hast du denn noch? Ja, kein Schally für ein Dings. Ja, aber habe ich noch. Ah, Mann. Boah. Schmeiß ich die hin. Lieg bei mir. Kompensator. Ja, geil. Ich glaube, wir haben ein Problem. Es wird dunkel. Wie lange ist das jetzt dunkel hier mittlerweile? Weiß ich nicht. Und es wird richtig schnell dunkel. Halbe Stunde hat irgendwer gesagt vorhin. Das wird doch übel kalt gerade. Und da sind wieder Tiere links. Mila, hast du es beabsichtigt, dass du gemutet bist? Ja. Okay. Die pupst manchmal, hat so keine Ahnung. Das ist nicht wahr. Nein. Manchmal. Nein. Das war witzig. Ja, ich höre auch schon die Wölfe hier. Wir sind so am Arsch gleich. Ab morgen Minecraften, hey. Da werden wir immer ausgegrenzt auf den Johnny sein. Minecraft-Pommes. Vor allem der Beatty und ich. Wir dürfen da nie mitspielen. Das halten die mir immer noch vor, wenn ich da reingehe. Wir dürfen da nie mitspielen. Wir kriegen immer Ärger. Ja, Kai, mach ich gleich. Aber ich glaube, wir haben genug Gemüse. Ja, ja. Ich werde jetzt auch nicht alles braten hier. Ich habe einen Degel gefunden. Dann kommt ein Aurora Buralis. Sollen wir jetzt gleich weiterlaufen? Wir haben genug Essen. Ja, ja. Also von mir aus. Weil wir sind, glaube ich, schon wieder drei Stunden hier. Mein Stock ist im Arsch. Dein Stock ist im Arsch? Dein Stock ist im Arsch. Mila, geht's dir gut wieder? Ähm, ja, Softgate. Okay. Du musst essen, ne? Mädchen essen. Ja. Aber auch nicht zu viel. Damit irgendwann selbst der Bär vor dir wegrennt. Wo bist du? Das ist Lucky. Da werden die Waffe hingelegt. Der Lucky, ne? Da liegt auch noch eine Axt. Eine SK 59 66. Ne. Danke. Demba, wo bist du? Äh, ganz im Osten. Am Strand. Hattest du keinen Bock, da wieder Hof zu rennen? Dein letzter Tomate und dann ist gut. Treffen uns irgendwann wieder, friend. Warum redest du denn, wenn du tot bist und nicht hier? Ach so. Ich bin in deinen Gedanken, in dein Herz drin. Wie lang ist das so? Dein Leben ist so halb, oder was? Ja. Alter ist das hell. Na, komm mal her. Ähm. Hallo, Kingi. Müssen wir nochmal abernten? Mh, mh. Obwohl, du kannst mal gucken gehen. Ich glaube nicht. Man muss das nochmal neu gießen. Wenn da steht Erden, dann haben wir nochmal neue Essen. Gibst du dir eine Elfenifrinspritze? Nee, Kochsalzlösung. Ach so. Jetzt geht es dir, glaube ich, besser, Mila. Und nimm doch mal mit, Mila. Oh, das Blut hat jetzt zwei Pfeile nach oben. Ja, siehst du? Du stehst im Feuer drin, hier. Ja, ich habe mich kurz drauf. Mila. Nee, hier stehen wir raus. Danke. Gibt man dann die ganze Pflanze raus, oder was heißt das? Ja, ja, du, das kannst du dann als Dünger benutzen. Ah, okay. Ja, aber ich denke, wir haben genug, ne? Das ist vielleicht auch eingestellt. Ja, ich wollte meine Dose nachnehmen. Okay, wir können los. Ich bin ready. Warte, ich mach's mir meine Knicklech dann. Warte ganz kurz, eine Minute. Meine Dose ist klatschnass. Deine Dose ist klatschnass? Ja, die war gefroren. Ja, das steht da. Oh mein Gott, Alter. Ihr seid Zücher-Mongos, Alter. Hallo. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Ihr Quatschgöpfe. So was macht man. Jetzt ist er nass. Kannst du soweit bitte für dich behalten, Schottie? Jetzt brennt sie. So, von mir aus können wir. Gut. Ich hab zwei Knicklech da oben. Ich will jetzt auch endlich so einen Schal wie ihr haben. Wo bist du? Wo geht ihr denn hin? Wo wollt ihr hin? Wir müssen wieder hier lang. Warte, ich muss die Knicklech da machen. Wir müssen wieder über den Fluss. Eigentlich muss es eine Brücke oder sowas geben. Wir sollten den Fluss langlaufen. Hier liegt noch eine Mosin, ne? Ja, Goofy-Söhne. Ja, kein Platz für. Jetzt nach links nach oben rennen? Ja, nach links. Die Axt war kaputt. Ah. Jetzt geht's uns erst mal gut. So lebt man's Leben. Äh, Kötis, hast du die Schaufel noch? Ja, klar. Die hat uns gerade Leben gerettet. Ich brauche die. Alter, ist die Polarlichter. Nein, gib ihr die bloß nicht wieder. Ja, die sind geil, die Polarlichter. Nein, das ist meine einzige Nahkampfverteidigung. Ich hab meinen Baseballschläger auch verloren. Mach die nicht kaputt, wir brauchen die. Habt ihr auch Polarlichter? Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja, oh doch, da. Oh, wie schön. Oh. Oh. Hinter uns. Hinter uns. Überhaut. Ich seh nur Stähle. Ja, moin. Ich seh in dein Herz. Hier können wir rüber springen, wir laufen vorne weiter. Meine Schuhe sind nass. Aber ich klatsch nass, oder? Meine Dose ist klatsch nass. Ich glaub, wir müssen in die Richtung so. Ja, hier noch weiter. Wenn das jetzt ein öffentlicher Server wäre, ne? Mit Killgunside. Wenn du deinem Tod. Dreh dich mal jetzt um, Körlis. Müsstest du das eigentlich sehen können, die Polarlichter da oben. Nö. Nö? Nö. In deiner Fakke vielleicht. Ich seh die aber auch nicht. Ich seh die. Jaja, die sind da. Einmal rüber uns. Angebe. Tut mir leid, ich spiele halt nicht auf Low. Sorry. Guck mal nach vorne. Left Front. Ich hab keinen Wolf gehört, hör auf damit. Hör ich die beiden auch gehört. Vingardium Liviosa. Es kriegt die irgendwer gegen den Kopf. Was heißt Vingardium Liviosa? Warum wirfst du das Ding weg? Weil er gleich zu Ende ist. Gut. Bitte, kleine Wolf. Miau. Ich glaub der ist gestolpert, der Wolf. Im Stimmbuch. Ah, Gott. Lucky. Hier ist eine Arbeizenhose. Wenn irgendeiner so einen coolen Schalkopf-Dingsbumen zu finden. Poncho. Nimmt ihn gerne für mich mit. Okay. Hier ist der Colt drin. Will jemand eine Colt? Nö, oder? Hier ist eine Daunier. Ja, Colt. Die ist richtig gut isoliert, wenn einer noch was braucht. Mh. Nö. Obwohl. Ach, doch. Oh. Tag, Manfred. Die nehm ich. Ja, ist ja nicht so, dass dein Kopf schon fünfmal abgefallen ist. Junge. Wie lange überlebt der? Oh, mein Messer ist kaputt deshalb. Hallo, Sida. Wohin? Da vorne. Nutzen die Klamotten sich mit der Zeit ab? Also ich meine, da steht immer noch makellos. Nein. Aber die Isolierung hat sich geändert, obwohl mich keiner gehauen hat. Beutlin. Vielleicht, weil sie nass waren. Du hässliger Fichser. Glück gehabt. Ich hab keine Nage. Lucky, für was? Für was ist die Kräuter in den Tor nicht gut? Außer zum Desinfizieren. Desinfizieren? Pinken. Nicht dringend. Da ist mein Baseballschläger kaputt gegangen. Kannst du Stachetrad um den Baseballschläger machen? Ja, ich glaub schon. Nägel auf jeden Fall. Ich hab Nägel drumherum gemacht. Hier ist ein Regenmantel. Ja, die sind aber scheiße. Tüte Popcorn klingt immer gut. Hier sind weiße Arbeitshandschuhe. Und ein Schulrenzen. Was ist eigentlich unser Ziel? Wo wollen wir hin? Nach ganz oben. Ein R-Field, ne? Äh, Auenland. Er ist nur zum R-Field. Und da hinten ist der große Wagen. Da ist der Polarstern. Und da ist Giffi's Mutter. Der Mond? Das sagt man nicht. Abo. Abo. Oh, da ist ein Battery drin. Tu mal deine Zunge dran. Oh. Gute Klamotten dran? Nö. Wir waren noch nicht an Tisi. Also ich war da schon mal klar, aber nee, jetzt nicht. Ich meine, wir haben jetzt fast fünf Stunden gebraucht, bis wir an der Zeltstadt sind, Alter. Wir müssen nach weiter rechts, ne? Dann kommt doch dieses Dorf. Oder, Lucky? Aber ich muss mir dem Weg auch folgen. Okay. Dann sollten wir auch irgendwo daraus kommen. Aber eben, also ich merke jetzt auf jeden Fall, dass das mit der Wärme klappt. Ich glaube, meine Klamotten haben die Wärme gespeichert, weil mir ist immer noch warm. Wenn du noch da hast, dann hast du auf jeden Fall noch den Baff. Ich habe nasse Schuhe. Ja, ich bin halt gerade durch den Sprung nass geworden. Ich muss sie tauschen, wenn ich welche finde. Bitte. Der Beatty war noch kein einziges Mal bei uns, ne? Ich überlebe hier gerade als einsamer Wolf. Der Dämmer ist der Dämmer unterwegs. Der Dämmer ist ja irgendwo im Norden. Ja, ich bin auch einsamer Wolf. Mach du mal AWU.